Folge 370 hat leider kein Intro-Intro, Leute. Das kann nicht sein so. Dafür aber Präsentatoren, nämlich Florian. Und den lieben Tobias. Wuuu. Das ist richtig. Das ist wichtig. Das ist wichtig. Ein bisschen Hoffnung gibt es in Sachen Klimabilanz. Nach vier Jahren sind die deutschen Treibhausgasemissionen im vergangenen Jahr erstmals wieder gesunken. Um 4,2 Prozent. Erst einmal klingt das natürlich ganz gut. Ein Rückgang um 4,2 Prozent in einem Jahr mehr als in den vier Jahren zuvor zusammen. Der Anteil des Ökostroms lag im letzten Jahr bei immerhin 38 Prozent. Ein neuer Rekord. Aber klar ist auch, der Klimawandel selber hat mit zum Rückgang beigetragen. Durch das insgesamt sehr warme Jahr, den heißen Sommer, wurde weniger geheizt. Durch das lange Niedrigwasser zum Beispiel im Rhein konnte weniger Steinkohle und Heizöl per Schiff transportiert und damit verbraucht werden. Und Braunkohle-Werke sind vom Netz gegangen. Und zu den selbstgesteckten Zielen beim Klimaschutz. Wie weit entfernt sind wir denn da noch? Um ehrlich zu sein, ziemlich weit entfernt. Deutschland hat sich ja verpflichtet, bis 2020 die CO2-Emissionen um 40 Prozent zu reduzieren. Nach jetzigen Berechnungen werden höchstens 32 Prozent erreicht. Also das selbstgesteckte Ziel wird ganz klar verfehlt und wäre jetzt auch mit sofortigen massiven Anstrengungen nicht mehr zu erreichen. Vor allem in den Bereichen Verkehr und Landwirtschaft ist bisher einfach zu wenig passiert. Da steigen die CO2-Emissionen immer weiter an. Aber noch streiten die zuständigen Minister in der Regierung und verschieben erst einmal alle Ziele auf das Jahr 2030. Dann wird aber wohl kaum einer der heutigen Minister überhaupt noch im Amt sein. Ich hab Ihnen im September versprochen, als ich das hier alles gesehen habe, wenn wir durch das alles durch sind, dann machen wir ein schönes Dorffest. Toll, dass Sie da sind. Nun lasst uns ordentlich feiern. Kurz vor der Parlamentswahl in Israel hat Premierminister Netanyahu die Annexion jüdischer Siedlungsgebiete im Bestjordanland angekündigt. Nicht eine Siedlung wolle er räumen, sagte Netanyahu. Ich stelle mir so einen Bundestagswahlkampf vor, wenn wir so einen Bibi hätten bei uns. Angela Merkel hat angekündigt, die dänischen Inseln vor Fehmarn zu annektieren, falls es zu einer Wiederwahl kommt. Was könnte man noch annektieren? Wenn ihr mich wählt, liefern wir wieder Panzer nach Polen und es bleiben unsere. Ja, das ist Wahlkampf da. Ich war echt, also man kann jetzt viel sagen über Israel, aber ich war wirklich erschrocken. Es gab gestern noch ein SWR 2 Forum zum Thema mit drei Gesprächspartnern. Das ist unfassbar. Kann es gar nicht glauben. Ein besonderes, das fand ich witzig. Im Grunde ist jetzt die ganze Palästina-Frage so langweilig für den Wahlkampf, dass Bibi die ganze Zeit auf den Iran einballern muss als Thema. Also zwei Staatenlösung ist so, ja, sagt eine Minderheit noch, sie ist dafür. Dann wird sie gefragt, aber glauben sie, dass das realistisch ist? Nee und so. Also sozusagen völlige Langeweile. Aber das ist halt quasi, glaube ich, kein Wahlkampfthema, weil die allermeisten aus der Meretz, das ist die linke Partei, die zwei, drei Prozent hat, ist das für die meisten Israelis halt kein Thema. Und darum traut sich keine andere große Partei zu sagen, okay, wir machen da was anderes, weil sie das Stimmen kosten könnte. So tief wollte ich gar nicht einsteigen. Machen sie ja die gleiche Linie. Genau, es gibt nämlich so ein Funfact. So, wenn wir an Palästina denken und wir kennen die Zerklüftetheit, nichts hängt mit nichts zusammen, regional, alles ist wild durcheinander, aber Gaza ist ja nun hier immer häufiger präsent, auch durch euren Besuch. Gaza wird von der Hamas regiert. So, jetzt fragen sich sehr viele, die in Israel so Aussöhnungen wollen, ja, mit wem müssen wir jetzt eigentlich reden? Und da kommt natürlich Abbas in den Sinn. Abbas ist aber nicht Hamas, sondern du kennst dich da aus. Was genau führt der Abbas da an? Die Fatah, genau. Abbas ist quasi der Boss in der Westbank. Genau, so, und der Funfact, den ich euch jetzt vermitteln will, völlig kontextbefreit, aber ihr könnt das beim SWR 2 Forum nachhören, die Tage, gestern oder vorgestern, ist folgender. Netanyahu arbeitet mittlerweile enger mit Hamas zusammen als Abbas, weshalb da alles durcheinander kommt. Also so im Sinne von, wir haben ja auch immer eingefordert, Israel besetzt, also Gaza ist unter Verantwortung politischer, sozialer, humaner Verantwortung von der israelischen Regierung. Und dadurch sind die Verknüpfung und Status Quo ist hier entscheidend, wir kennen das so ein bisschen, Gebiete müssen in dem Zustand bleiben, wie sie sind, denn da hat es sich eingespielt und uns ist doch egal, wie es den Menschen dann konkret geht. Netanyahu arbeitet enger mit Hamas zusammen als Abbas, als der große Repräsentant und auch Ansprechpartner der arabischen Welt dort vor Ort, Klammer auf, Palästinenser, Klammer zu. Man muss sich das echt mal anhören, wie dieser Wahlkampf da abläuft, also wie das im SWR 2 Forum da dargestellt wird. Und zwar völlig locker, ja, also nicht hier irgendwie hitzige, oh es geht um Israel und so, jetzt haben wir alle meine Meinung, sondern völlig locker, drei Leute, wie die da so drüber erzählen, ist wirklich erschreckend, erschreckend. Heute ist die Wahl, naja, wir können alle gespannt sein. Ja, wir werden nachher nochmal ein bisschen was dazu hören. Ja. Da war noch ein Thema in deinem Vorspann, es war noch irgendein Thema in deinem Vorspann, das ich kurz ansprechen wollte. Ach hier, Klima und so, du hast nur ein Mittagsmagazin. Klima und ich weiß nicht, entschuldige dich, aber irgendwie ist das Intro, irgendwie ist da irgendwas dazwischen geraten am Anfang. Ja, was war da am Anfang, genau, was war da am Anfang, das ist hier. Das ist schon so lange her. Wie lange genau? 15 Monate. 15 Monate, Stefan. Das war unser Intro unseres TV-Piloten für das ZDF. Ja, warte mal, du hast dich reingeschrieben, wann er kommt. Samstagnacht, 4.55 Uhr. Ja, also wenn ihr alle aus eurer Drogenhölle, aus eurer Disco oder aus eurer Lieblingsbar nachts nach Hause torkelt, nach einem langen Freitagabend, könnt ihr ZDF Neo anmachen und euch von uns amateurhaft bespaßen lassen. Ja, eine halbe Stunde. Naja, das hatte ich mitgebracht, weil erstens, ich weiß nicht, was wir aus der Sendung vorher hier teasern dürfen, aber ich dachte mir, das Intro, das wird ja jetzt nicht illegal sein. Nein, das dürfen wir jetzt zeigen und ich möchte betonen, das war erstens eine einmalige Zusammenarbeit, weil sonst war ja immer so, Brand hat ja immer all unsere Musik gemacht, also bei Jung und Naiv, auch hier Aufwachen, unser Aufwachen-Sound ist von Brand, wake up and clear your brain. Ja. Und Brand hat auch den Song für richtig und wichtig geschrieben und vertont und Musik Matthias hat das Video dazu gemacht. Ja. Und falls es so toll, ne, falls es nicht, weil es so toll war, hören wir es nochmal und danach können wir nochmal quatschen. Das ist richtig und es ist wichtig. Guck mal, wer da ist, da ist Martin Drohne. Was schießt die denn? Gut. 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 Herzlich willkommen bei Richtig und Wichtig. Ja. Oh, das Gruppenbild. Ja, da waren sehr viele Leute beteiligt. Ja, das ist das Bild von allen Beteiligten, denen der Nachmittag oder die hunderte Nachmittage richtig viel Spaß gemacht haben. Ja. Also wir machen hier, liebe Leute, den Podcast zu zweit. Ja. Ja. Und so eine halbstündige, na gut, das ging eine Stunde, aber es wird aber eine Stunde, ne, eine halbe Stunde wird ausgestrahlt, eine Stunde gibt es aber als Online-Version, aber ich weiß nicht, ob die überhaupt noch kommt, egal. Ja. Ja, da waren ein paar mehr Leute beteiligt. Ja, das ist verrückt. Und was ich noch sagen wollte, wir können ja spekulieren, warum hat das ZDF das nicht haben wollen? Denn es kann ja sein, dass sie tatsächlich da saßen und es gemeinsam geguckt haben, dann lief der 30 Sekunden 3D-Animierte aus Matthias Stube da durch, dann hat man kurz Pause gedrückt, hat gefragt, wer von uns hat denn das Geiles gemacht? Und dann haben die gesagt, das haben die selbst mitgebracht. Was? Ich bin gekränkt, aus Kränkung, das habe ich nicht überwunden. Das Geile war, erinnerst du dich noch, unsere Produktionsfirma hatte das alles schon in ihrem Budget, also quasi Intro-Produktion, haben auch was produziert und wir haben ja nur gesagt, scheiße, machen wir selbst. Ja, machen wir selbst. Matthias stand bereit. Ja, und wir haben es durchgesetzt. Ja, wunderbar war das. Es ist alles möglich, liebe Leute, im deutschen Fernsehen. Alles ist möglich. Nicht nur im Fernsehen. Ja, aber wenn du es gut begründen kannst und sagst, hier, wir haben eine Alternative, dann geht das auch. Denn da wird nicht einfach immer ständig beim ZDF gesagt, Das kann nicht sein so! Sondern, ja, probiert's. Ja, wir haben viele Hörer. Irgendwer kennt doch bestimmt irgendwen, der so eine Konsumforschungs-Gesellschafts-Buchse zu Hause an seinem Fernseher hat. Könnt ihr denen mal 10 Euro zuschieben, dass sie nächsten Samstag 4.55 Uhr zur Defineo einschalten? Ja, das wird trotzdem die entsprechenden Leute... Oh, oh, Merkel! Merkel! Oh, oh. Naja, was macht's? Wie läuft's in Afghanistan so? Gut ist, dass wenn wir einmal wo sind, bleiben wir auch. Und wir hauen da nicht einfach wieder ab. Ich hab zu lange nichts mehr über unsere Autoindustrie gehört. Schauen Sie, wir sind stolz auf unsere Autos. Das dürfen wir ja auch. Ja. Das dauert heute aber lange mit Merkel. Ich warte hier auf Sachen und das Einzige, was ich annehme, sind die Pampers der Nachbarn. Na gut. Okay, weiter im Text. Wo waren wir? Die neuen Pampers, ja. Die neuen Pampers. So, also nächstes Wochenende haben alle einen ganz tollen Nachmittag, den sie im Bett verbringen, damit sie abends fit sind für ZDF Neo. Ja, oder sie stehen frühmorgens auf. Oder das. Oder sie gucken in die Mediathek. Also ich gehe davon aus, dass sie das auch in die Mediathek stellen müssen. Ich fände es geil, wenn mir sehr viele, die das einfach wirklich im Fernsehen gucken, mit so einer Konsumforschungskanalbox zu Hause. Ja. Überleg mal, 90.000, dann hast du schon Böbermann-Quote. 90.000 von 80 Millionen an 5.000, so eine Buchse zu Hause, brauchst du quasi vier Leute mit so einer Buchse, die du sagst, guck das mal, dann wird das statistisch hochgerechnet auf 110.000 und dann hast du schon Böbermann überholt. Es gibt natürlich wieder viele Leute, jetzt mach dir wieder was Neues, ist ja immer so, wenn hier irgendwas Neues passiert, ich mochte das Alte eigentlich viel lieber, was ist das jetzt für eine Show, warum sitzt da Thilo nur alleine, wo ist Stefan, warum gibt es kein Interview, natürlich Leute gibt es ein Interview, pass mal auf, es ist alles dafür gedacht. Hältst du, was halten deine Kollegen von ... Achso, Thema kann ich ja schon mal verraten, wir beschäftigen uns mit unserer Überwachung, mit dem Überwachungsstaat ... ... von dem Experiment am Südkreuz. Wir sind ja nicht ganz so hysterisch wahrscheinlich bei der Betrachtung wie manche andere zum Beispiel. Wer, 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 wer? Auf was ich so mitbekommen habe, ich würde natürlich widersprechen, dass wir in einem Überwachungsstaat leben. Das hat aber andere Gründe, weil ich natürlich weiß, jetzt könnte ich Böses sagen, dann sind die Kollegen gleich wieder beleidigt, ich kenne die Leistungsfähigkeiten der Sicherheitsbehörden in Deutschland, von daher würde ich mir nicht so Sorgen machen. Also es gibt auch ... Kompetenz, nicht Darstellungskompetenz. Es gibt auch ein Interviewsegment. Ja, sehr gut. Sehr, sehr, sehr gut. So, wie war dein Wochenende? Bist du entspannt? Es war zwiespältig. Es war ja Wrestlemania-Weekend. Alle waren da, mein ganzes Instagram voller Leute. Hier, Basti und so, die sind alle da. Grüße an Basti nochmal. Da hat er ja offenbar ein richtig tolles ... Also mehrere Nachmittage. Freitag habe ich das beste WWE-Match aller Zeiten gesehen. Grandios, geiles Ding, geile Nacht war das. Johnny Gargano gegen Adam Cole, für alle, die es wissen wollen. Guckt euch dieses Match an, geilstes ever. Und die restlichen beiden ... Hä? Wie guckt man das denn? Also ganz legal. Gibt es ja nicht bei YouTube oder was? Es gibt ja das WWE-Network. So wie Amazon für Wrestling. Okay, verstehe. Und ... Tja, Samstag ausgeschlafen und Sonntag war dann Wrestlemania. Also NXT geht so zweieinhalb Stunden, das ist alles easy, leicht konsumierbar. Wrestlemania geht um circa 23 Uhr los hier, deutsche Zeit. und endete, ich war gestern um 6.15 Uhr im Bett. Morgens. Ja. Das Ding geht sieben Stunden und irgendwie nach Stunde vier bist du einfach fertig. Ein Sport. Ja, und das ist aber dann auch ... Die sind vor Ort auch fertig. Also da ist quasi besser, wenn du das erste Match hattest, weil dann alle noch fit sind, also die Fans und alle noch ausflippen können und so weiter, anstatt wenn du der Main-Event bist und ganz zum Schluss hinkommst. Und diesmal war das Besondere, die 35. Wrestlemania war zum ersten Mal Frauen im Main-Event. Im Frauen-Match. Ronda Rousey kennst du wahrscheinlich auch, ne? Beeindruckend. Ich sag mal einfach ja und weiter im Text. Ja. Beeindruckend. Ich hab schon Oliver geguckt zum Thema Wrestling. Ja. Hast du auch ein Main-Event? Hast du auch ein weiblichen Main-Event erlebt an diesem Wochenende? Hab ich. Ah echt? Aber ich hab mich grad nochmal entschieden, wir verschieben das mal eine Woche, weil es steht nochmal Recherche an, auf meiner Seite. Ich, ja. Ja, hattest du trotzdem einen tollen Nachmittag. Hast du Martin schon gesehen? Martin hab ich gesehen, ja. Der Kommentar, der mir dazu einfällt, ist der, der auch schon irgendwo im Internet stand, im Forum oder so. Wenn Martin dieses Interview einfach mal eher geführt hätte, beispielsweise vor einer Wahl, wäre die Wahl, glaub ich, anders ausgegangen. Man muss jetzt mal ein bisschen die Prinzipien austauschen. Ist zwar schön, dass es in der ARD Sommerinterviews gibt, in denen man auch mal 13 Minuten reden darf. Allerdings auf 18 Fragen. Ja, aber wer ist schuld? Seine Berater. Seine Berater haben das abgelehnt. Ja, also es gibt tatsächlich für alle zuhörenden Politiker eine große Lehre, schickt Menschen in die Wahlkämpfe. Ja. Mehr wollen wir gar nicht. Wir wollen einfach nur Menschen da sehen. Ich will nicht mehr irgendwie ein Jahr später irgendwie nochmal von einem Menschen hören. Aber soll ich dir jetzt dazu sagen? Scheiße gelaufen. Ich hätte das jetzt anders machen sollen, ja. Ja, es ist wirklich, es ist ein großes Drama. Insgesamt, also, wie soll man sagen? Man glaubt es ja immer nicht, dass es, wir haben es ja die ganze Zeit vorher gesagt, ne? Gabriel schiebt ihn da so vor, um ihn verlieren zu lassen. Er durfte kein Wahlkampfteam mitbringen. So alles, es war im Grunde alles in dem Moment schon so kommentiert und in den großen Medien hätte es auch so kommentierbar sein müssen. Jetzt natürlich zu spät. Merkel wurde hier jetzt viermal durchgewunken. George Pecker hatte absolut recht mit seiner Reportage, die er schon vor fünf, sechs Jahren oder so geschrieben hat, als er meinte, ja, Deutschland ist das einzige Land, wo die ganze Hauptstadtpresse den Regierungschef einfach super geil findet. Überall anders sieht es ein bisschen anders aus, aber hier würden die alle wählen. Und wie er nochmal vergleicht, das Duell vor der Wahl und die Elefantenrunde nach der Wahl ist dann auch, da steckt alles drin, würde ich sagen. Ja. Nö, war ein gutes, junges, junges, naives Interview. Zweiter Teil wird auch noch kommen. Naja. Hat ihm ja, das war glaube ich das Ding, es hat ihm irgendwann, nach einer Stunde hat er gemerkt, wo er da ist und dann hat er auch ein bisschen aufgemacht. Ja. Darum ist es halt wichtig. Oh ja, die erste halbe Stunde ist immer nur über seine Person. Ja Leute, das ist die Voraussetzung dafür, dass es am Ende so läuft, wie es läuft. Ja, was ich mir wünsche ist, mit ihm nochmal über Europa zu reden, aber nicht über die Vergangenheit. Ich will nicht nochmal, was weiß ich, ich stand auf den Kriegsschauplätzen und hab das verinnerlicht, was bedeutet Frieden zu haben. Das fand ich ja, ich meine, es gibt ja echt einige Punkte, wo ich mich einfach nur innerlich aufgeregt habe. Angefangen bei, ja, irgendwie irgendein französischer Politiker hat begründet, warum Deutschland wieder mit in den Krieg ziehen sollen. Die Begründung fand ich aber gut. Sag sie mal, die war ziemlich, ziemlich gut. Hab ich jetzt nicht mal. Also der französische Politiker sagt zu ihm, warte mal. Unsere Väter haben sich die Köpfe eingeschlagen und jetzt versuchen wir. Ja, nur ein bisschen krasser noch. Ihr habt meine Väter verprügelt, ja, also ihr habt unsere Väter verprügelt und das ist jetzt eure Ausrede, warum ihr nicht mitmacht, wenn wir für, was weiß ich, französische Werte in den Krieg ziehen. Fand ich, es ist schon ein guter, ganz guter Spruch gewesen. Ja, überzeugt mich trotzdem nicht. Ne, was mich nicht überzeugt ist, klar, wenn man zurückguckt, ist es automatisch Krieg, so als Ursprung für die ganze Idee UN, EU und so weiter und so fort. Aber wenn Menschen Hoffnung mit etwas verbinden, dann richtet sie sich immer nach vorne. Man kann keinen kreditpolitischen Unterstützungskredit aus der Vergangenheit ziehen. Und mich würde mal interessieren, welches Zukunftsbild, welche, in dem Fall ja dann Verbesserung, er in der EU sieht. Und man muss ihm richtig ausprügeln, ja, also ihm richtig im Gespräch das rausprügeln. Nein, rede nicht wieder über die deutsch-französische Verstimmung von vor 100 Jahren und so, sondern guck ausschließlich in die Zukunft. Er erklärt den jungen Leuten, die selbst die Mauern nur aus dem Geschichtsbuch kennen und mit Schwarz-Weiß-Fotografien, das ist für die wie, als wäre das, ja, die griechische Antike. Er erklärt denen, was Europa wichtig ist. Ja, deswegen hatte ich ja jetzt 2025, ich habe sie mir auf einen Servierteller gegeben, dass er darüber redet und dann ist er 100 Jahre zurückgegangen. Ja, also da muss man ihm richtig, da muss man auch nicht sagen, Martin, stopp. Also wie die Kinder das in der dritten Klasse lernen, stopp zu sagen, ja, die Hand. Stopp. Aus. Aus. Nicht Vergangenheit jetzt, nicht Vergangenheit. Wir wissen, Krieg, schlimm, schlimm, schlimm. Aber, wie Lenin sagte, ist es egal, wie die Lage ist, erst wenn es eine Idee von Verbesserung gibt, wenn eine Vision im Raum steht, dann geht man gemeinsam den Schritt nach vorne, ja. Nicht, weil irgendwann mal irgendwas war. Das muss man ihm, und dann würde ich gerne mal wissen, was es von ihm noch zu Europa zu sagen gibt. Er kennt ja nun die Institution sehr genau. Naja, wollen wir mal nicht weiter, hier werden wir noch viele Nachrichten zu gucken. Ab auf die Tribüne. Ye are many, they are few. Willkommen im 1% Club. For peace, for justice and cooperation. Big time. Big time. Ja, justice and cooperation erfahren wir hier von Florian. Der schickt uns 300 Euro mit Grüßen aus Rio. Wir wissen, das ist Brasilien. Das ist ein hartes, schweres Pflaster. Bald auch NATO-Mitglied. Wie zuvor, ja, kleiner Scherz. Aber Wünsche sind da. Sehr gut. Grüß mir die Copacabana. Ja, wir hoffen, dir geht es gut in Brasilien. Schick uns doch gerne Audio-Kommentare, Textbotschaften zum Thema. Wie ist es mit so einem Präsidenten? Auf was muss sich Europa so einstellen? Die Einigung machen wir nicht ohne Grund. Irgendwann wird sie von rechts gekapert. Also, ja, man kann fast nur noch zynisch nach Brasilien gucken. Naja. Sehr gut. Tobias schickt uns aufsummiert 250 Euro erst zum dritten Mal Präsentator. Herzlichen Dank. Ich sage persönlich herzlichen Dank. Eben hat es schon geklingelt, weil ich auf Post warte, die Tobias verursacht hat. Aber es waren, wie gesagt, nur die Windeln der Nachbarn. Ich bin also weiter geduldig. Aber diese Post macht den Podcast besser. Beim nächsten Mal stellt euch auf was ein. For what? Like for what? Willst du nicht verraten, ja. Nö, das kriegt ihr halt schon mit. Moritz schickt 128 Euro und sagt, danke fürs Aufwecken, viele Grüße Moritz. Oder Mo, wie er schreibt. Sehr gut. Das ist gut für Deutschland, sage ich dazu nur. Kurz und knackig und diesmal auch mit weiblicher Unterstützung. Lisa, 100 Euro. Ohne weiteren Kommentar. Tilo hat es ja eben schon kurz angesprochen. Ich wollte nicht darauf eingehen. Spontan mache ich nächste Woche. Ich war gestern doch ein bisschen erschrocken. Wie soll ich sagen? Also ich sage es jetzt so, dass es auf jeden Fall anstößig ist. Aber ich komme darauf zurück. Ich war ein bisschen erschrocken darüber, wie, sagen wir mal, grobgerunde 300 Frauen auf einem Haufen plötzlich soziale Dynamik entfalten, die sich vorher nicht kennen, sondern es ist dann alles ganz spontan. Was soll ich sagen? Elternabend. Ne. Elternabend, da bin ich geübt und erprobt und alle anderen Eltern auch. Ne, ne, gestern. Ich komme darauf zurück. Heute leider nur viele Teaser hier an der Stelle. Na ja. Jetzt machst du es aber spannend. 100 kriegen wir noch von Heiner. Der hat geschrieben, grüße siehe Mail. Und jetzt habe ich leider keine weiteren Mails. Ich kann einfach nur raten, dass er diese Mail von Danny meint. Weil sonst kamen jetzt die Tage keine Mail, die so eine verknüpft war. Also ich lese jetzt einfach mal eine Mail von Danny vor, von der ich glaube, dass sie von Heiner verursacht wurde. Hast der Zahlungseingangszeitpunkt? Ja, der passt. Der passt, der passt. Deswegen. Also, hallo Thilo, hallo Stefan. Oder hallo Stefan, hallo Thilo. Hallo. Vielen Dank für eure tolle Arbeit. Sie ist gut für Deutschland. Mhm. Mhm. Ja. Für Deutschland. Es ist einfach gut für unser Land. Jetzt wollte ich kurz reinspringen mit Herrn Spahn, aber gut. Gut für unser Land. Auch Grüße, viele Grüße an Hans und Tyler. Meine Spende sollte in den nächsten Tagen auf Stefans Bankverbindung eingegangen sein. Ich nehme mir an. Meine Frau Ramona freut sich sehr, wenn Claudia Roth ihr nachträglich ein kleines Geburtstagsständchen in einem eurer kommenden Podcasts anstimmt. Na klar. Happy Birthday to you. Bitte alle. Happy Birthday to you. Alles Gute zum Geburtstag. War das jetzt der einzige Geburtstagsgruß heute oder haben wir noch einen? Ähm, so weit. Müssen wir mal gucken, was hier noch so auftaucht gleich. Viele Grüße und kämpft euch weiter tapfer durch die Nachrichten für uns. Liebe Grüße, Danny. Klammer auf, es könnte einer sein. Keine Ahnung. Jedenfalls passt das irgendwie, glaube ich. Aber mal gucken. Sagt uns Bescheid, falls hier irgendwas. Man überweist ja nicht immer von seinem eigenen Konto. Weißt ja, ne? War das Geld für Aufwachen? Kann ich mal dein Konto haben? So irgendwie. Na ja, Marc schickt 73,53 Aufwachen mit dem ängstlichen Soziologen und dem betroffenen Journalisten. Aufwachen 1 bis 369. Ja, der betroffene Journalist, das würde ich auch sagen, das passt für dich sehr gut. Ich bin aber nicht ängstlich, ich bin eher besorgt, sorgenvoll. Okay. Ja. Also beim letzten Mal warst du auf jeden Fall wieder der betroffene Journalist. Nee, ich bin immer das Opfer. Thilo Arschgeige Jung. Ja, Daniel schickt 59. Sehr tough, hier eine 9 statt eine 0 zu schicken und mich jedes Mal wieder zu überlegen lassen, ob ich mich vertippt habe. Nein, es sind 59 Euro. Daniel, sehr gut. Steffen schickt 50. Schwarze Hörerinnen schafft der Hörerinnen aus dem Tardis-Haus im Saarland. Endlich beendet. Danke für eure Arbeit und nicht eine Maßnahme. Arbeit, Leute, Arbeit. Arbeit und nicht eine Maßnahme. Arbeit und nicht eine Maßnahme. Arbeit bekommen die Leute. Arbeit. Und Arbeit. Das ist Würde. Das ist Würde für diese Leute. Das ist gut für unser Land. So eine Haltung. Weiter so und viele Grüße. PS, ich kann den Reis- und Haferdrink zum Kaffee empfehlen. Zum Beispiel von Berif. So, meine lieben Leute. Wir haben heute auch zwei Audiokommentare zum Thema. Ihr müsst... Ich trinke gerade Kaffee mit Dinkel. Dinkel. Also Dinkelhaferdrink. Ja, das ist bisher der Beste. Das ist gut. Also wir haben in den Audiokommentaren heute auch zwei Verweise für dich mit Markenname. Bei solchen Sachen müsst ihr keine falschen Vorbehalte haben. Und oh nee, ich will ja jetzt nicht hier Markennamen nennen. Denn wenn ihr konkrete Produktempfehlungen zu einer konkreten Frage, die Thilo stellt, und es geht hier um Hafer und nicht um den VW Passat und wie toll er fährt oder so, dann ist das keine Werbung, weil hier fließt kein Geld von niemandem an niemanden. Ich hoffe auch bei euch nicht, wenn ihr das in Audiokommentaren einschmuggelt oder so. Sondern ich höre ja die Audiokommentare vorher. Und wenn ich denke, ja, das ist wirklich ein guter Verbraucherhinweis, einfach mal dazu zu sagen, welcher von den vielen Hafer, man darf ja nicht Milch sagen, sondern Milchersatzprodukten Thilo kaufen kann, dann können wir das durchaus in einem Audiokommentar spielen. Ja, oder bei Insekten. Da will man dann auch so ein paar Markennamen hören. Wie gesagt, nur weil es überall anders Werbung gibt, heißt das nicht, also bei uns gibt es keine Werbung, aber deswegen nicht keine Markennamen. Bei so wichtigen Sachen wie eine völlig neue Produktklasse und man will jetzt wissen, was ist jetzt gut. Es ist ja keine Werbung, wenn wir das wirklich empfehlen. Genau. Und nicht dafür bezahlt werden, das zu erwähnen. Richtig, das sage ich ja genau. Falls ihr allerdings im Hintergrund dafür bezahlt werdet und in den Audiokommentaren taucht einen Namen auf, dann ist das natürlich gleich ein neuer juristischer Fall, der allerdings nicht zu unseren Ungunsten ausgehen wird. Denn wir fahren hier ein offenes Format und wenn man das ausnutzt, wie gesagt. Aber die Richtung wollte ich es nicht drehen, sondern macht es dann ruhig konkret. Also ihr müsst dann nicht rumdrucksen mit und dann überlegt man die ganze Zeit, da steht man doch wieder vor dem Regal und weiß nicht genau, welches Milchersatzprodukt und so. Naja, ich wollte es nur sagen. Dann lieber gleich konkret. Es ist auf jeden Fall lustig, wenn du im Rewe dich damit mal beschäftigst, es gibt viel mehr Auswahl Ersatzprodukte als Milch. Ich weiß, es ist kompliziert. Milch ist einfach Milch und alles andere ist mega kompliziert. Naja. Julian schickt uns 50 ohne Kommentar. Sehr gut. Anne auch 50. Die Aufwachen-Hörgemeinschaft Anne und Jens aus dem wunderschönen Berlin. Die sind uns auch sehr treu. Jawohl. Ich war am Wochenende übrigens auch in Berlin. Ja, ich dachte. Ganz privat. Ganz privat. Und ich habe mal ein richtig Tui-Programm gemacht. Ich war auf dem Fernsehturm. Ich habe gegenüber vom Fernsehturm in diesem Hotel geschlafen, in diesem Megaturm da am Alex. Alles für die Kinder. Mal ein bisschen Action und so. Ach, mit der Family. Ja, also im kleinen, ganz kleinen Rahmen. Oh, und dann wollte ich meiner Ältesten das Brandenburger Tor zeigen. Wir steigen also so aus der S-Bahn, dass man über das Brandenburger Tor, wir hatten viel Zeit, zum Bahnhof laufen kann. Und dann, was ist am Sonntag in Berlin, Halbmarathon, 40.000 Starter, Zieleinlauf am Brandenburger Tor. Das war ein toller Nachmittag, der nicht allen Beteiligten richtig viel Spaß gemacht hat. Aber gut, so ist Berlin halt, ja. Stress, Stress, Stress. Tja. Ich will ja, was soll ich dir jetzt dazu sagen? Scheiße gelaufen. Ich hätte das jetzt anders machen sollen, ja. Aber jetzt mal, wärst du Kanzler geworden, hätten sie den Tiergarten aufgelassen. Das ist nämlich toll. Wenn ganz viele Menschen da sind, sperrt man die Wiesen ab. Zack. Hast den Dichte Faktor 100. Naja, Markus schickt 37,10 Euro. A 3, 7, 1. Oh, das ist schon für nächste Woche. Na gut. Liebe Grüße aus Karl-Marx-Stadt, also Chemnitz nach Deutschland. Ja, das ist gut. Jawohl. Ja, nicht Deutschland oder was. 3, 7, 1 ist unsere Vorwahl. Ach so. Na, na. Wählt doch alle mal 3, 7, 1 und dann würfelt fünf Nummern hinterher. Bitte spiele das verrückte Schaf. Liebesgrüße an Hans und Sascha. Wir machen es einfach heute schon. Haben wir ein verrücktes Schaf? Klar. Das ist eine Ziege. Aber gut, wenn es ein verrücktes Schaf ist. Verrücktes Schaf habe ich nicht, ne. Ja, ich wusste jetzt auch nicht. Ich habe nur einen Wolf und so. Nee, nee. Vielleicht finden wir noch eins für nächste Woche, dann sind wir mit 3, 7, 1 auch richtig. Clara, ein Teil meines BAföGs für euch. Danke für eure Arbeit. Weitermachen 30 Euro. Was soll man sagen, Clara? Das ist wirklich ganz hervorragend. Du hältst das hier am Laufen. Wir reden gleich über verlängernde Maßnahmen im medizinischen Bereich. Aber das sind lebensverlängernde Maßnahmen für den Podcast. Sehr gut. Das wäre schön für Deutschland. Alicia, Puffjes für alle. Es waren so 45 Euro über den Schnitt. Bereit? Nein, 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 nein. Wir haben Riesenrad gefahren und haben schön Puffjes gegessen. Danke für eure großartige Arbeit, schreibt Sie und Alicia. Danke für deine großartige Unterstützung. Randy unterstützt uns genauso wie Patrick. Viel zu lange er, sag ich mal, schwarzhäuer gewesen. Also, das kann ja nicht sein. Also, da musste ja irgendwie mal ein Riegel vorgeschoben werden. Es kommen die Ausländriche rein, machen die Hand auf und kriegen Handy, kriegen Klamotten und wissen, guck, das kann nicht sein so. Ja, Patrick, ich weiß, welchen du dir gewünscht hast. Und wie gesagt, sobald die Post eingetroffen ist, hier ab 30.01 geht die Post ab. Da habe ich alle Clips parat. Stefan unterstützt uns, unser lieber Stefan. Wir kennen ihn gut aus Österreich. Er sagt, Bodo Schickentanz hat so gut Werbung für euch gemacht. Gleich mal 20 Euro an Aufwachen und 20 an Junge Naiv. Weiter so, Tilo ist übrigens fast so hübsch wie Ken. Also, Mann, 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 Mann. Connecting the dots, du Penner. Fick dich, Tilo. Fick dich. Und ich habe jetzt das Abo für Jung und Naiv gelöscht. Und ich sage jetzt eindeutig, ich habe zu oft den Aufwachen-Podcast empfohlen. Kickt ihn. Kickt ihn. Jawohl. Feierabend. Diese Seitenhiebe auf KenFM sind unterirdisch. Und das Allerletzte. Leute, es reicht. Ja, also den ersten Teil darfst du öfter spielen. Den Connecting the dots, du Penner. Das finde ich ziemlich gut. Ja, du bist aber auch gemeint. Wir machen hier Wissenschaft. Und Ober-Pappnase-Jessen. Pappnase-Jessen. Daraus müsste man eigentlich ein neues Shirt machen für Hans. Ober-Papp-Nase. Genau. Ja, sehr gut. Johannes macht Aufwachen und Junge Naiv im monatlichen Wechsel. Das ist natürlich sehr gut. Diesen Monat sind wir dran. David, weil mein studentisches Monatsbudget sich verdoppelt hat, verdoppelt sich auch mein Monatsbeitrag. Danke, Angela Merkel. Danke, Angela Merkel. Ja, wirklich sehr gut. Sehr, sehr gut. Jan, kleine Aufwachen-Wandsentschädigung. Aufwachen-Wandsentschädigung. Sehr gut. Klammern mal nicht mitgelesen. Ingolf, ich finde das nur geil hier. Ja, genau. Gut, 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 ja. Ja, ich finde das nur geil hier. Ja, Lisanne unterstützt uns. Danke euch für alles. Herzchen und liebste Grüße aus der Hamburger S-Bahn. Ah ja, sie fährt in Hamburg S-Bahn. Hamburg ist ja die Heimat unseres Lieblings. Sie entscheiden per Applaus. Olaf Scholz, Liebling des Monats. Wahlheimat, er kommt aus Osnabrück, wie uns Hansen macht. Ja, ja. Michael und Tanja, aufwachen, danke für die tolle Arbeit. Bitte die Ziege. Schon wieder, Mann, Mann, Mann. Mhm. Ja, das ist tatsächlich eine Ziege. Florian, jetzt auch als Dauerauftrag. Sehr gut. Simon unterstützt uns. Das ist nämlich auch gut für die Schweiz. Hanna, endlich den Dauerauftrag für euch von der To-Do-Liste abgehakt. Sehr gut. Stefan, für das öffentlich Richtige. Jochen unterstützt uns. Jean, Daniel, also Alexa und Daniel, genau genommen. Alexa, stopp. Getriggert. Manfred und Ursula, danke für eure Arbeit. Bitte schön, nur für euch. Cora, ein Prozent vom BAföG-Höchstsatz für eure aufweckende, aufweckende, interdisziplinäre Bildungsmaßnahme beim Zugfahren und daheim. Liebste Grüße. Cool, ja, unterstützt uns. Summe, äh, krumme Summe, nämlich 6,66 Euro, Kolja. Äh, krumme Summe, weil durch drei geteilt, Max und Jenny, nämlich, kriegen auch Unterstützung. Sehr gut, Podcast-Landschaftspflege. Es gibt ja diesen neuen Podcast. Audio-Feel, da geht's um unsere angebliche Sekte. Danny. Da hat sich die Hörerin gefragt, was es denn mit dem Ein-Prozent-Club auf sich hat. Kannst du das mal kurz erklären? Äh, fand ich auch überraschend, ne, dass man, aber es, ich blende es halt immer aus, aber klar, wenn man das das erste Mal so hört, äh, wie, was, äh, irgendwelche Jingles, keine Ahnung. Also, äh, ungefähr ein Prozent aller Aufwahrernhörer oder Podcast-Hörer allgemein unterstützen ihre Lieblings-Podcasts und die haben natürlich einen Ehrenplatz bei uns. Gleich am Anfang werden die hier namentlich begrüßt, als säßen sie vor uns. Stell dir mal vor, du gehst im Broadway ins Theater und die erste Reihe, ja, kommt die erste Geiger angelatscht und gibt das mal jeden in die Hand und das Ganze dauert halt ein bisschen. Aber so muss das sein, denn da sitzen viele, viele Leute, Christina zum Beispiel, vielen Dank für die, eure tolle Arbeit. Britta sitzt da auch, Katja sitzt da auch, Olga, Gabriele und Jens, Maria, ein Teil meines Kellnergehalts als Geisteswissenschaftlerin, als Dauerauftrag, Arbeit und keine Maßnahme, ihr seid wichtig. Ja, bei uns sitzen hier richtige Profis, richtige Medienprofis, Leute, die einfach mal produzieren. Nahles auch nur, einen GZ-Brief zu beantworten. Was mit Nahles? Ja, weil du Nahles mit Arbeit, der gerade schon gespielt hat, gehen wir mal in Österreich, oder? Ja. Wer schafft die Arbeit? Schafft, wer schafft die Arbeit? Wer schafft die Arbeit? Sorry, wer schafft die Arbeit? Die Wirtschaft schafft die Arbeit. Bitte merkt euch das mal. Merkt euch das mal. Ja. Unterstützt uns hier Sebastian und Alexandra auch und viele weitere Monatswechsler. Sehr gut. Some are smart, some are stupid, some are strong, some are weak, some are healthy, some are sick. This is between us, the end of the occupation, as you call it, okay? Das wäre ja auch eine Maßnahme, ending the occupation by annexing it. Stimmt. Also im SWR 12 Forum ist das Wort Besatzung, Besetzung, ich glaube Besetzung, einfach ganz alltäglich, ja. Dann sagt man einfach, das ist eine Besetzung. Wirklich? Ja. Das ist interessant. Ja, ich kann die Sendung da wirklich empfehlen. Das hört man so in der Tagesschau nicht, das ist mir gestern aufgefallen, ich habe mal Tagesschau 20 Uhr geguckt und da werden zum Beispiel, ich meine, ich habe ja dargelegt oder mit Hilfe der jungen Naiv-Folgen aus dem Sommer, warum Netanjahu und seine Partei rechtsradikal sind. Das wird da übrigens auch gesagt. In der Tagesschau 20 Uhr wird Oma Erna aber Folgendes gesagt. In Israel haben die Parteien einen Tag vor der Parlamentswahl noch einmal um Stimmen geworben. Umfragen sehen die konservative Likud-Partei von Premierminister Netanjahu knapp hinter dem Mitte-Bündnis Blau-Weiß um den früheren Generalstabschef Gantz. Mhm. Konservativ. Ja. Also in diesem SWR2-Forum, ich mache so eine Legende drum, ich habe echt keine Clips, weil ich habe es eben erst gehört, da wird nicht nur von nicht einer rechtsradikalen, aber immer einer immer rechteren Regierung gesprochen, sondern da wird auch nochmal der Wahlkampf charakterisiert. So im Sinne von, könnte man sich eigentlich noch weniger Niveau im Wahlkampf vorstellen, ja oder nein? Und die Antwort ist so, nee. Das ist schon, da ist man schon ziemlich hart auf dem Boden aufgeschlagen. Wenn in dem Moment, wo Netanjahu seinem Parteifreund, nämlich den Staatspräsidenten oder was weiß ich, keine Ahnung, der gerade um seine Frau im Krankenhaus traut oder sowas, in dem Moment Vorhaltung macht, dass er ja für die Gegenseite irgendwie tätig ist und so, dann ist das so eine Art von Wahlkampf, die man auch in Amerika vor zwei Jahren, drei Jahren nicht gesehen hat. Es muss wirklich gruselig sein. Also ich empfehle euch sehr dieses SWR2-Forum. Das ist wahrscheinlich interessanter noch als die Wahlergebnisse, weil wer da jetzt gewinnt, das ist fast egal eigentlich. Ja, ja. Also es wäre schon schön, wenn Bibi weg wäre. Ja, aber es wird sich jetzt substanziell nicht... Auf der anderen Seite werden wir jetzt heute, selbst wenn wir heute die Wahlergebnisse bekommen, liebe Leute, lasst euch nicht verunsichern, es wird noch keinen Wahlsieger geben, weil unklar ist, wer mit wem dann koaliert, weil das ist ja ein sehr zersplittertes Feld. Aber es ist mir nicht nur bei Netanjahu und dem Likud aufgefallen, da will die Tagesschau nicht Tacheles reden, auch bei Salvini, bei der AfD. Chef der nationalistischen Lega, Matteo Salvini, hat Vertreter anderer europäischer rechtspopulistischer Parteien eingeladen, aus Dänemark, Finnland und Deutschland. Ja, Rechtspopulisten, ich spreche gar nicht mal. Genau, ja ich weiß auch nicht, warum man da so zögerlich ist, weil die Sache ist nun echt klar eigentlich. Meuthen hat da nochmal diesen schönen Spruch gemacht, den ich auch erst vorhin gehört habe, deswegen habe ich noch nicht berat, aber wir können uns unser weltoffenes Europa und so weiter nicht kaputt machen lassen und deswegen brauchen wir Grenzen und lassen nur die rein, von denen wir sagen, ja die sind auch weltoffen. Ja, also das ist das oberste Ziel. Um der AfD Europa weltoffen zu halten. Ja. Wollen wir den Israel fix machen? Ja, mach mal. Gut, unsere Kollegin Nicola Albrecht, die jetzt irgendwann mal in den Podcast kommen wird, ist halt gerade richtig viel Stress da unten. Ja, da ist viel los. Arbeit geht vor und darum beschäftigen wir uns mal mit ihrer Arbeit. Sie hat im Auslandjournal einen Beitrag gemacht über Bibi und wir beschäftigen uns mal mit seinen Methoden. Du hast ja gerade gefragt, was ist das eigentlich für ein Wahlkampf? Gucken wir mal, wie Bibi Wahlkampf macht. Es gibt dieses berühmte Zitat von Clinton, der nach dem ersten Treffen mit dem jungen Premier Netanyahu gesagt hat, wer ist eigentlich der Präsident dieser verdammten Supermacht hier? Da kommt dieser junge Typ ins Weiße Haus und benimmt sich, als sei er mindestens der Präsident von China. Der Machtmensch Netanyahu will Geschichte schreiben. Der am längsten amtierende Premier Israels werden. Und dazu sind ihm im Wahlkampf alle Mittel recht. Der 69-Jährige ist ein Pionier des Online-Wahlkampfes. Seine Botschaften schickt er seit Jahren fast ausschließlich über die sozialen Netzwerke. Auch Bots und Fake-Accounts seien ihm recht, um Lügen über seine Konkurrenz zu verbreiten, heißt es. Oh, das war aber schon sehr clever von ihr. Ja, das ist... Genau, Nicola macht mir immer darauf nur mal sicher, es heißt es, sind Bots und Trolle unterwegs. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Oder ich hätte mir gewünscht ein paar Beispiele. Dafür musste ich dann erst wieder... Also danke, dass ihr den... Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Aber dafür muss man dann wieder, dafür muss Oma Erna wieder nach Großbritannien gehen, zu Channel 4 News, weil da bekommst du das dann dargelegt. Gantt hat sich in eine Smeer-Kampagne gegründet. Videos like this, suggesting he's mentally unstable, have gone viral, pushed by pro-Netanyahu Bots und Social Media users. The people who run these social media issues are tweeting about it. Tweeting what? Tweeting about his psychological situation, and that he's maybe not stable, that he's collapsing. All kinds of this dirty, dirty innuendo, trying to put pressure on him, to back off. No. Hm. Spiegelt schon eher wieder, was ich im SSH-FORM dazu gehört habe. Ja. Wir gehen wieder zurück zum ZDF. Nikola hat mal, fand ich ganz gut, auch für unsere Hörer, die sich jetzt nicht so sehr mit den jungen Naiv-Sachen beschäftigt haben, mal eine Kurzfassung zu Bibis Karriere uns gegeben. Und das ist dann doch ganz hilfreich. Finde ich auch gut, ne? Nicht Prime Minister, Crime Minister. Und Netanyahu dreht den Spieß um. Alles eine Verschwörung der Linken und Medien. Journalisten erklärt er schon lange zu Feinden. Statt sich ihrer kritischen Fragen zu stellen, sendet er seine Messages lieber direkt an die Bürger. Der macht ja viel mehr Podcasts als Merkel. Hm. Die Vorfreude in den Fernsehanstalten und den Gängen der Opposition möchte ich ein wenig bremsen. Wartet mit euren Feiern, denn wo nichts ist, kann man nichts finden. Ach so. Als junger Diplomat in den USA legt Netanyahu den Grundstein für alles, was ihn später auswacht. In den 80er Jahren nimmt er Sprech- und Rhetorik-Training bei der legendären Lillian Wilder, die auch George Bush und Oprah Winfrey gecoacht hat. Mit den einstudierten Fähigkeiten wird er zum Medienstar in den USA und in seiner Heimat Israel. Israelische Politiker waren bis dato alte Männer, grau, in Musik. Moment, du kannst dich jetzt nicht über seine Brustbeharung lustig machen oder so ein offenes Shirt. Wenn du das machst, dann nehme ich das auch persönlich. Ja. Verstehen wir zur Insider? Die sind sehr gut auf den Kopfigen Anzügen, die zwar kompetent regiert haben, aber die sich nicht präsentieren konnten. Und plötzlich kommt da dieser junge Typ, der einfach brillant im Fernsehen ist. Dauernd auf CNN und den anderen amerikanischen Kanälen. Für Israelis war er ein Star. Nimm Requisiten zur Hilfe und nutze den richtigen Moment. Auch eine Anweisung der amerikanischen Rhetorik-Trainerin. Netanyahus Debüt 1991, Golfkrieg. Raketenangriffe auf Israel und er ist es, der den Krieg live ins amerikanische Fernsehen holt. Mit Gasmaske, direkt aus Jerusalem. So etwas hatte die Welt noch nicht gesehen. Lillian Wilder erklärt später, Bibi sei ihr bester Schüler gewesen und er bleibt ihrer Methode treu. Netanyahu ist ein Populist, aber kein politischer Wendehals. 70 Jahre nach der Ermordung von 6 Millionen Juden versprechen die Führer Irans, mein Land zu zerstören, mein Volk zu ermorden. Und die Antwort von dieser Institution? Rein gar nichts. Absolute Stille. Seine politische Agenda von Anfang an die eine Formel. Sicherheit steht über allem. Seine Sicht auf die Geschichte ist geprägt von Bedrohungen, dem Überlebenskampf der Juden und Israels. Mit diesen Grundängsten ist er sehr stark verbunden. Und das bedeutet für Netanyahu keine Kompromisse, weder mit dem Erzfeind Iran noch mit den Palästinensern. Ihr wollt wissen, worum es mir geht? Ich will leben, das ist die Hauptsache. Aber mit Ihnen, den Palästinensern, können wir nicht leben. Als Premierminister lässt er die Palästinenser hinter Zäunen verschwinden. Die jüdischen Siedlungen blühen auf. Die Besetzung... Das ist so im Heute-Janal gelaufen, oder was? Auslands-Janal. Auslands-Janal. Krass. Krass, krass, krass. Hätte ich mir gewünscht. ...kommt für Netanyahu nicht in Frage. Das Schlüsselerlebnis für Netanyahus harte Haltung, der Tod seines Bruders Jonathan. 4. Juli 1976. Flughafen... Also dieses Herz... Herzflackern kommt nicht von uns. ...entebbe in Uganda. Israelische Spezialkräfte befreien mehr als 100 Geiseln aus der Hand eines palästinensisch-deutschen Terrorkommandos. Angeführt werden die Soldaten von Netanyahus Bruder Jonathan. Er wird getötet. Über drei Jahrzehnte hinweg verkörpert Netanyahu das eine Versprechen. Mit mir seid ihr sicher. Und seitdem gilt in Israel immer wieder, auf Bibi schimpfen und ihn dennoch wählen. Ich hatte ja am Wochenende auch ein kleines Video geschickt aus dem israelischen Wahlkampf mit der Oma, die sich bitterböse über diesen Verbrecher und korrupten Menschen aufregt und am Ende wird sie dann gefragt, wen wählen sie denn stattdessen? Hör, wieso? Bibi? Wer, was? Ja klar, die anderen sind ja noch schlimmer. Ja. Man muss ja auch nochmal mit dem Tod seines Bruders und so, ist ja alles nicht ganz unbedeutend. Wenn man aber nochmal Motivation und Methode unterscheidet, ist das SWR 2 Forum auch interessant, weil da auch nochmal die Frage aufkommt, Und jetzt wo Bibi so einen krassen Wahlkampf führt, weil es auch mal ein bisschen enger wird für ihn, hat er sich da auch was abgeguckt bei den osteuropäischen Populisten, also Orban und so. Und die Antwort war dann, nee, Orban hat eigentlich mehr bei Bibi gelernt als Bibi bei Orban. Das hätte ich jetzt gerade gesagt, weil ich erinnere dich an den 2015er Wahlkampf, wo er glaube ich ja auch schon Thema, als er am Tag der Wahl auf Facebook und den sozialen Netzwerken verbreitet hat, geht wählen, sonst übernehmen die Araber. Die schicken nämlich alle zur Wahlurne, also das war ein richtig rassistisches Ding am Ende. Und am Ende hat er sich nur quasi ein Jahr später so entschmiedigt und dann war wieder alles vergessen. Nikola hat mal ein paar Bibi-Fans auf der Straße gefragt. Er ist halt der beste Premier aller Zeiten. Jawohl. Es gibt keinen Menschen auf der ganzen Welt, der ein Politiker ist wie Bibi. Er kann sich präsentieren, stottert nicht rum, er managt alles perfekt, er weiß einfach, wie man führt. Ja, was will man mehr von dem Politiker? Stottert nicht rum, er weiß, wie man führt. Wunschlos glücklich. Muss ich alles noch lernen. Also, ich muss führen lernen, ich muss aufhören zu stottern und dann kann ich ein guter... Müssen alle mal ins Rhetorik-Training hier. Ja, bei dieser Amerikanerin offenbar. Muss ich mit Props mal arbeiten. Vielleicht hier auch ein Podcast. Gut, das war die Straßenumfrage beim ZDF. Was hört man bei Channel 4 News? Oh, nicht rumshoppen. Mr. Security, Mr. Prosperity. Mal gucken, was arabische Israelis zu Netanyahu und seinem Wahlkampf sagen. Nikola fängt mal an. Und die arabische Minderheit in Israel fühlt sich ausgegrenzt. Wenn Netanyahu wiedergewinnt, heißt das, dass wir in einem rassistischen, extremistischen und von rechts dominierten Land leben. Ich werde wählen, mit einem Ziel, die rechte Regierung loszuwerden. Wann lief das und wie sahen die Reaktionen aus? Weißt du genaueres? Wann kommt aus? Das ist recht aktuell. Vor ein paar Tagen lief das, ja. Ja, aber das guckt ja anscheinend keiner. Also, es gab auf Twitter jetzt keine Shitstorms. Echt? Wir gehen mal wieder zu Channel 4 News. Da wird man informiert, dass im aktuellen Wahlkampf nochmal, wir hatten ja letztens mit Noga schon drüber gesprochen, über die aktuellen, also die Korruptionsfälle, für die er jetzt schon angeklagt wurde, vom Staatsanwalt, also Generalstaatsanwalt. Es hat ein Journalist noch ein paar neue gefunden. Und jetzt erklärt er uns dann mal, was eine Niederlage für Bibi bedeuten könnte. Israel's Attorney General recently indicted the Prime Minister on corruption charges, and he's likely to soon face prosecution. Their charges he denies. Es ist wirklich, es ist wirklich changing. As the pressure grows, this week, Israel's top investigative reporter, Raviv Drucker, made new allegations about another corrupt deal involving Mr. Netanyahu. So this election is not just about him being re-elected, it's about stopping him going to jail? Absolutely. This is, I mean, for him, it's not just being in power, but it's almost life or death sentence for him. I mean, it's freedom. Yeah, I mean, if he lose the election, if he stop being prime minister, he might lose his freedom. Not immediately, but after a year or two or three years, yeah. Ja, also diese Prozesse beginnen auch, wenn er gewählt, also wieder gewählt wird. Ja, aber da hat er dann ja die politische Macht, vielleicht das nicht zu verhindern oder irgendwen zu entlassen und so weiter und so fort. Aber es gehen auf jeden Fall Ermittlungen los, in denen er auch schon Vorladungstermine hat und so weiter nach der Wahl. Ja, aber er kann natürlich immer, du hast ja gehört, was die Rechten und Ultrarechten und Rechtsextremen und Rechtsradikalen fordern, die Justiz zu beschneiden. Das ist natürlich eine Gefahr, aber es ist natürlich wichtig für unsere Hörer zu wissen, wenn der hier verliert, geht der wahrscheinlich in den Knast. Das hörst du jetzt in der Radio ZDF nicht. Was ich denn natürlich geil fand, was ich mir von Nicola, Nicola, wenn du uns hörst, du hörst uns ab und zu wünschen würde, mach doch mal im Wahlkampf das, was man bei Channel 4 News probiert, einen O-Ton-Versuch. Mr. Netanyahu is hoping his international friends will help. This week, a photo op with Brazil's populist far-right president, Bolsonaro. But we are like an old tree with deep roots that keeps on sending branches to the sky. The sort of blossoming bromance that goes down well with Israel's right. But don't dare ask any difficult questions. Listen, now you seem troubled by your legal problems. Are you worried, you're going to jail? Ciao. Ja, kann man ja mal fragen. Ja. Das will ich für einen deutschen Reporterin sehen. Herr Netanyahu, gehen Sie in den Knast. Ja, sind Sie besorgt? Ja. Ja, aber geiles Dreieck, ne? Jetzt Bolsonaro, Trump, Netanyahu. Schrecklich. Wir gehen mal auf die Golan-Höhen. Die hat er ja schon annektiert, dank Trump. Was sagen da so, die Wähler sind die zu früh mit dem Move? Here in the Golan Heights, on land seized from Syria in 1967, the locals are thrilled. The Golan has become some kind of an icon for Israeli integrity. So whoever is supporting the Golan, who is bringing this issue, he is gaining support from the public. So it might be a tailor, it might help him. It might help him in the election. Ich liebe diesen Akzent oder diesen israelischen Dialekt beim Englisch reden. Im Vergleich zum Deutschen zum Beispiel. Yes, yes, yes. Gut, Nicola hat dann für heute, 19 Uhr im ZDF, mal was über Gans gemacht. Könnte ja Konkurrenz sein für Bibi Netanyahu. Die Teilannexion des Westjordanlandes also. Eine Ankündigung, die rechten Wählern und Koalitionspartnern gilt, auf die ist er angewiesen. Netanyahu steht unter Druck. Korruption, Skandale, Lügenvorwürfe heften ihm an. Und ausgerechnet beim wichtigsten Thema in Israel, der Sicherheit, bekommt Mr. Security ernstzunehmende Konkurrenz. Benny Gans ist Netanyahu's ehemaliger Generalstabschef. Nun will er ihn als Premier ablösen. Die Millionen Bürger Israels sollen einen Premierminister haben, der sich um ihre Belange und Sorgen kümmert. Und nicht um seine persönlichen Geschäfte. Sauber, nicht korrumpierbar und dennoch hart in Sicherheitsfragen. So inszeniert er sich und das kommt an. Wir brauchen einfach eine Veränderung für eine neue Zukunft für Israel. Laut Umfragen wird es knapp. Rein politisch gesehen liegen Gans und Netanyahu gar nicht so weit auseinander. Und so scheint es, dass diesmal nicht die Themen, die Inhalte, die Wahl entscheiden werden, sondern die Wahl vielmehr ein Referendum über Netanyahu wird. Ja, Nikola sagt das mal wieder sehr gut. Genau so ist es. Der Unterschied zu Benny Gans ist einfach nur, er hat keine Korruptionswelle am Hals. Politisch gesehen ist da nicht so ein großer Unterschied. Ja, und Netanyahu braucht es halt... Das ist bedenklich. Das ist bedenklich. Und ich meine, wir hören gerade, das wichtigste Wahlkampfthema ist angeblich mal wieder die Sicherheit. Und dann wundert mich es aber erst recht, dass der Nahostkonflikt kein Thema ist. Also das große Thema, Sicherheit, Sicherheit, Sicherheit. Und dann geht es nicht um das Kernthema. Nein, doch, es geht schon um Militär und Sicherheit, aber eben mit Bezug auf Iran. So in diesem größeren und nicht so sehr, Palästinenser sind jetzt nicht so... Ja, aber die Israelis haben ja nicht in ihrem alltäglichen Leben Angst vor dem Iran, sondern vor Anschlägen der Palästinenser. Nö, aber in der Wahlkampfthematisierung spielt natürlich der Iran jetzt, so wie Wahlkampfthemen halt immer, nichts mit der Realität meistens zu haben müssen. Ja, sie brauchen halt einen Feind von außen. Genau, aber da gibt es ja schon große... Ja, was ich noch witzig fand oder interessant, die Likud-Partei, also Netanyahu, die ist ja gar nicht jetzt... Die ist ja da nicht mit 51 Prozent oder so, sondern es sind ja auch so ganz viele Koalitionsbruchstücke, die da irgendwie... Und Netanyahu gehen halt jetzt kurz vor den Wahlen sind jetzt auch viele kleinere Splitter ihm einfach verloren gegangen, wo er wirklich im Hintergrund auch viel rumtelefonieren musste und so. Darum bringt er ja die Annektion in der Westbank, damit die Leute die Wahlberechtigten in der Westbank, also die Siedler sagen, okay, dann lieber Bibi. Ja. Und das darf man auch nicht vergessen, wenn er sagt, ja, hier die jüdischen Siedlungsgebiete annektieren wir, wir wissen, Area C ist in der Westbank 60 Prozent des Landes. Also Area C ist das, was das israelische Militär alleine kontrolliert und wo die Siedler bauen dürfen. Das andere ist, der Rest sind die Pockets für die Palästinenser, die immer noch keine Souveränität haben. Gut, im Heute-Journal, paar Stunden später, hatte Nikola dann noch ein bisschen mehr Zeit in ihrem Beitrag und hat ein bisschen mehr noch zu Gans gemacht. Bibi Netanyahu macht aus Israel eine Monarchie, aber ich will keinen korrupten König, der auf Staatskosten in Saus und Braus lebt. Politisch hat Gans sein Profil nicht wirklich deutlich gemacht. Inhaltlich liegt er nicht weit von Netanyahu entfernt. Auf unsere Nachfrage, ob er auch das Westjordanland annektieren will, antwortet er nur, erst gewinne ich die Wahlen, dann kümmere ich mich um solche Fragen. Die Gans und seine Partei bieten keine neue Sicht auf die Welt. Sie sagen, wir sind wie Netanyahu, nur sind wir nicht korrupt. Ja, vielleicht annektieren wir die auch. Oh Gott. Oh Gott. Aber es ist doch auch ein witziger Wahlkampfspruch, oder? Wir sind wie Netanyahu, wir machen alles, was er will. Also alles, was er will, können wir uns auch vorstellen, wir sind halt nur nicht korrupt. Weil wir noch am Anfang stehen und nicht am Ende unserer Regierungszeit. Oder was ist die Botschaft? Ich bin offenbar auch kein Fan von Benny Gans. Du kannst jetzt nochmal seine Botschaft, du verstehst zwar nicht hebräisch, aber ich glaube, du kannst unseren Hörern dann trotzdem anhand dieses Spots, den du jetzt siehst, vielleicht ein bisschen mehr über Benny Gans erzählen. Ah ne, Moment, jetzt erstmal noch eine kleine Umfrage auf den Golan. Die Tourguide, a very mixed response. Many here favour Netanyahu's election rival, Benny Gans. So who is here is going to vote Gans? Who is going to vote for Bibi? Gans? I'm Bibi, I'm Bibi. Gans? Gans? Who is voting Bibi? Bibi, Bibi. Nobody here Bibi. No one? I'm voting for Bibi. You're voting for Bibi? Yes. Who are you voting for? Gans. You like Gans? I, yeah, I think it's our only choice. This is the only opportunity for us to, you know, to move on. Mm-hmm. Bibi, Gans, Bibi, Gans, Gans, Bibi. Jetzt kommt der TV-Spot, den du mal einladen kannst. Okay. Benny Gans. Warte mal, der hat seinen eigenen Bodycount als Verantwortlicher des Krieges nutzt er jetzt als Wahlkampfbotschaft. Ich habe 1364 Palästinenser getötet oder töten lassen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja. Mhm. Seine Supporter sind jeweils hellauf begeistert. Die können ihn bedingungslos unterstützen, glaube ich. We must promote education very foremost. The audience seemed ambivalent. We don't necessarily know a lot about him, but we get a lot of pressure from friends and family because we're told he's the best chance to get rid of Bibi. Toll. Ja, ich bin jetzt hier, meine Mama sagt, ich soll ihn unterstützen, weil er ist halt nicht Bibi, ne? Die einzige Demokratie im Nahen Osten. Oh Mann, ey. Tagline, meine Oma macht Stress. Ja. Nochmal kurz zurück zu Bibi. Sein rechtsradikales Lager hat sich dann noch mit noch Rechteren verbündet, mit Rechtsextremen, mit Ultrarechten. Und wie sich das so anhört, erfahren wir hier. In another sign, Netanyahu is taking no chances. He's stirred outraged by forging an electoral pact with ultra-nationalist extremists. Candidate Itamar Ben-Gavir is from Jewish power, ideological successor to a banned terrorist group. He favors deporting what he calls disloyal Palestinians. Er hat gerade gesagt, wer nicht versteht, dass das hier das Land der Juden ist, hat hier nicht zu sein. Und das bedeutet, es ist immer ganz wichtig zu unterscheiden, der Staat Israel ist was anderes als das Land Israel. Juden denken, dass Judäa und Samaria, was für sie die Westbank ist, auch zum Land Israel gehören. Und darum reden sie immer vom Land Israel, was dann natürlich irgendwie zu Israel angeschlossen werden muss. Annexion oder, oder, oder. Jetzt nochmal eine palästinische Minderheit in Israel. Samar Saleme feels she's in the sights of Mr. Netanyahu and his Jewish power allies. She describes herself as a palästinian citizen of Israel. She's afraid. We as Palestinians inside the Israeli society, we feel, we have this sense of fear and threat, because we are the easy target. I am the enemy, you know, from his point of view. My vote is the real threat and I am the enemy of the Jewish democracy. Ja, also die Minderheiten in Israel haben eine harte Wahl vor sich. Gerade die Palästinenser, die haben, glaube ich, dieses Mal gibt es auch keine gemeinsame Liste der arabischen Parteien. Die hatten sich ja bei der letzten Wahl zusammengeschlossen. Drei oder vier Parteien auf eine Liste sind dann auch die drittstärkste Kraft im Parlament geworden. Haben aber im Parlament natürlich nichts zu sagen, weil sie komplett ausgegrenzt werden und sind auch nicht koalitionsfähig. Diese Liste gibt es jetzt dieses Mal nicht. Es tritten, glaube ich, zwei verschiedene an, also unterschiedliche an. Ob das denn für den Einzug in die Knesset reicht, wird man abwarten. Inhaltlich haben die sich ja total unterschieden. Da gingen ja teilweise von, also da waren ja die schlimmsten Islamisten mit den progressiven arabischen Israelis auf einer Liste. Das ist diesmal nicht so. Hm. Da bist du wieder. Da bin ich wieder. Immer noch nicht meine Post, Mann, ey. Oh Gott. Na gut, na gut, na gut, na gut, na gut. Ich gedulde mich. Du musst bei der Post anrufen und einfach nur sagen. Das kann nicht sein so. Ich bin in meiner Post. Müsste ich im Grunde, müsste ich im Grunde, naja. Und jetzt wünsche ich mir von Nicola und all unseren Nahost-Korrespondenten im deutschen Fernsehen, dass Beiträge nicht nur im britischen Fernsehen so enden. As this intense campaign reaches its climax, many fear Mr. Netanyahu is pushing Israel down a dangerous path in a relentless quest for power and the shield it brings. Mr. Netanyahu, are you going to jail? The answer to that question might depend ultimately on whether he will win or lose. Nicola, Nicola, geh doch mal bei Bibi auf die Straße und ruf ihm zu. Gehst du in den Knast? Bibi, kommst du in den Knast? Ja. Das wäre nochmal geil. Tja. Ja. Hm. Wir sind gespannt. Ja. Ich lese gerade ab. Ich denke mal, am Ende der Woche werden wir schon ein erstes Ergebnis haben. Denke ich auch. Abgeordnete im Iran rufen Todesdrohungen gegen die USA aus. Das ist wahrscheinlich wieder so ein, müsste mal von der Weltkarte ausradiert werden oder so. Die drehen alle durch hier. Gut. Kommen wir mal nach Deutschland, oder? Wenn es sein muss. Es gibt hier, wir fangen einfach mal an mit guten Nachrichten. Mandy hat sie für uns zusammengetragen. Seit gestern gibt es politische Forderungen. Hallo Aufwachenrudel. Hallo Thilo. Hallo Stefan. Und Hans? Da bin ich mal wieder. Fridays for Future hat tatsächlich jetzt konkrete Forderungen an die Politik gestellt und auf ihrer Website veröffentlicht. Und genau die wollte ich euch heute vorlesen. Und zwar steht dort geschrieben. In den letzten Wochen und Monaten haben wir intensiv mit zahlreichen Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen zusammengearbeitet, um konkrete Forderungen an die Politik aufzustellen. Diesen Folge zu leisten ist notwendig, um die Ziele des Pariser Klimaabkommens einzuhalten und die globale Erwärmung auf unter 1,5 Grad Celsius zu begrenzen. Wir sind nicht nur verantwortlich für das, was wir tun, sondern auch für das, was wir nicht tun. Die Klimakrise stellt für die Stabilität der Ökosysteme unseres Planeten und für Millionen von Menschen eine existenzielle Bedrohung dar. Eine ungebremste Erderwärmung ist eine enorme Gefahr für Frieden und Wohlstand weltweit. Seit Beginn der Industrialisierung hat sich die Erde laut IPCC bereits um ca. 1 Grad Celsius erwärmt. Es bleibt daher wenig Zeit, den Klimawandel aufzuhalten und so zu verhindern, dass die Kipppunkte im Klimasystem überschritten werden. Tun wir das nicht, werden die verursachten Schäden weit höhere Kosten mit sich bringen, als alle Investitionen in konkrete Maßnahmen zur Vermeidung der Klimakatastrophe. Fridays for Future fordert die Einhaltung der Ziele des Pariser Abkommens und des 1,5 Grad Celsius Ziels. Explizit fordern wir für Deutschland die Netto-Null 2035 erreichen, den Kohleausstieg bis 2030 und 100% erneuerbare Energieversorgung bis 2035. Entscheidend für die Einhaltung des 1,5 Grad Ziels ist, die Treibhausgasemissionen so schnell wie möglich stark zu reduzieren. Deshalb fordern wir bis Ende 2019 das Ende der Subventionen für fossile Energieträger, ein Viertel der Kohlekraft abschalten und eine Steuer auf alle Treibhausgasemissionen. Der Preis für den Ausstoß von Treibhausgasen muss schnell so hoch werden, wie die Kosten, die dadurch uns und zukünftigen Generationen entstehen. Laut Umweltbundesamt sind das 180 Euro pro Tonne CO2. Und das war's auch schon zu den kurzen und knackigen Forderungen von Fridays for Future? Dem Ganzen haben sie dann noch einen kleinen Text mit Erläuterungen angehängt, wo zum Beispiel gefordert wird, dass Kommunen und Länder und auch die Bundesebene mal ganz klar die Klimakrise als solches benennen. Aber auch zum Beispiel, dass die Lasten von etwaigen Maßnahmen eben nicht nur von denjenigen getragen werden sollen, die ohnehin schon das wenigste haben. Man fordert auf jeden Fall Transparenz und sie sagen auch an, dass sie weiter streiken werden, bis, ich zitiere, gehandelt wird. Was natürlich jetzt genau als Handeln gewertet wird, das muss ich erst noch zeigen. Ja, und ich muss dann auch mal Stefan widersprechen, der ja immer sagt, Leute, geht zur Schule, lernt was Ordentliches und ändert dann aktiv was dran. Aber andererseits bin ich mittlerweile selbst so weit, dass ich nicht mehr bereit bin, ein System zu unterstützen, das langfristig einfach so, wie es ist, nicht funktionieren kann. Ein gutes Beispiel dafür, dass es ja tatsächlich auch Sinn hat, da etwas zu tun, ist unser bayerisches Volksbegehren für Artenvielfalt. Denn da soll jetzt tatsächlich der originale Gesetzesentwurf, so wie er ist, auch übernommen werden. Denn das grenzt eigentlich schon ziemlich an ein Wunder, also ich hätte nicht damit gerechnet. Und es zeigt uns, Partizipation hat durchaus Sinn. Ja, ich war gestern auch ein bisschen überrascht, ehrlich gesagt, dafür, dass man so viel Aufruhr macht beim Fridays for Future, ist ja die politische Forderung am Ende tatsächlich Paris einhalten, statt revolutionärer zu sein. Also ziemlich realo. Oh, da war ich auch erst irritiert. Hm, wieso, 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 wieso gehen die jetzt nicht in die Vollen, sozusagen. Aber es ist tatsächlich wahr, wenn man nur realistisch genug an die Sachen rangeht, und realistisch meint trotzdem noch ziemlich revolutionär, dann kommt man schon ziemlich weit. Die bayerische Staatsregierung will den Gesetzentwurf des Volksbegehrens Rettet die Bienen im Landtag annehmen. Das kündigt Ministerpräsident Söder und sein Stellvertreter Aiwanger von den Freien Wählern an. Das schwarz-orange Bündnis will zudem ein großes Paket für mehr Umwelt- und Artenschutz im Freistaat beschließen. Investitionen von etwa 75 Millionen Euro und rund 100 neue Stellen sind geplant für mehr Umweltschutz in Bayern. Ja, man versucht es jetzt einfach mal mit keiner weiteren Konfrontation, weil wer weiß, wohin das führt. Sondern die übernehmen jetzt einfach den Gesetzesvorschlag, wie er vom Volk verabschiedet wurde. Ja, da hätte ich ja gerne gewusst, warum. Warum sie das jetzt abgeblassen haben. Quasi in eigenen... Ich glaube, sie wollen nicht... Also, es war ja sozusagen zu hören eben, es gibt dann so Ergänzungen, die man noch mit reinschreibt. Muss man dann mal gucken, was das ist. Aber das Ding an sich, muss man ja auch sagen, das war ja erstmal so formuliert, 2030 ist noch weit hin. Also, bis 30 Prozent der Landwirtschaft nachhaltig und so weiter, mit entsprechend Rückzugsraum für die Fauna und so weiter. Das sind halt noch elf Jahre. Also, in denen das einfach umgesetzt werden muss. Das ist halt nicht von heute auf morgen und wer weiß. Man sagt jetzt einfach, okay, ordnen wir uns dem unter und dann gucken wir mal, wie weit wir kommen. Weil ins Gesetz schreiben kann man es ja erstmal, genau wie bei Paris, dann stellt man zehn Jahre später fest oder in dem Falle fünf Jahre später oder drei Jahre später. Und man will ja eh nur alle fünf Jahre mal nachgucken, weil ja so eine der Erkenntnisse der Bundesregierung, ja, man muss sich ja gar nicht dran halten, nur weil das völkerrechtlich verbindendlich ist, sondern man kann ja auch einfach irgendwas anderes machen. Aber es ist jetzt zumindest, wird es Gesetz. In Bayern. In Bayern und so wie das Polizeiaufgabengesetz vorbildhaft war für die ganze Republik, mal gucken. Ich habe ja schon gesagt, in Norddeutschland ist es eigentlich notwendiger, die Nitratseuche da mal ein bisschen zurückzudrängen. Das hat man in Bayern eigentlich schon ganz gut im Griff, aber gut. Ja, ich werde zur Agrarwende, uns wurde ja eine Arte-Doku empfohlen, werde ich vielleicht in den nächsten Folgen mal was mitbringen. Heute jetzt weniger. Gut. Auch interessant. Da muss was getan werden, da haben auch die Schüler jetzt nichts, leider nichts zugesagt. Zur Agrarwende? Ja, auch zur Verkehrswende. Ich meine, das ist natürlich, sie schließen das ja quasi mit ein, null Emissionen, 2035. Aber ich glaube, die Politik, dem muss das nochmal explizit gesagt werden. Ja, aber das fand ich auch ganz gut. Mandy hat es ja gerade vorgelesen, es hat mich gestern auch ein bisschen überrascht in dem Text. Die Forderungen sind nicht besonders scharf und nicht besonders konkret. Man könnte jetzt sagen, wo ist denn da meine Agrarwende und so. Auf der anderen Seite steht da aber explizit drin. Wie ihr das umsetzt, ist eure Sache. Genau, wir setzen euch hier ein Ziel, nämlich Paris zum Beispiel einzuhalten. Das Konzept ist im parlamentarischen Betrieb der Politik auszuarbeiten, was im Grunde genau die Forderung von Christian Lindner ist, lass das mal die Profis machen. Und dann mal gucken, was dabei rumkommt, ja. Aber unter der Maßgabe fand ich das schon ganz clever, dass die Schüler dann einfach sagen, ja, das Konzept arbeitet ihr bitte aus. Ihr seid ja schließlich die Profis, wenn ihr Hilfe braucht. Der wissenschaftliche Beirat, also Scientist for Future steht bereit, um da nochmal handlungsleitend zu sein. Pass auf, wir machen jetzt mal, ich überrasche dich jetzt mal mit etwas. Du hast ja jetzt gerade so ein bisschen Kritik geäußert, das können wir ja nicht so stehen lassen. Woran? An den Fridays for Future. Wir rufen da mal jemanden an. Stefan, du hast ja gerade Fragen geäußert zu den Forderungen der Schüler. Jetzt habe ich hier jemanden, die sich damit auskennen sollte, weil sie wahrscheinlich die Forderung mit erarbeitet hat. Hallo Luisa. Hi, moin. Willkommen im Aufbau-Podcast. Luisa, sag uns nochmal, was studierst du genau? Aus welchem Fachgebereich bist du? Ich studiere Geografie. Geografie. Ja. Gut, okay, ich habe Fragen. Wie viele Leute saßen jetzt zusammen, um die Forderung, die natürlich viel zu spät kommen, aber jetzt sind sie endlich da, um die Forderung aufzuschreiben. Ich meine jetzt nicht Scientist for Future, Hilfe mal beiseite, sondern aus dem Fridays for Future-Kreis. Wie viele sitzen so zusammen in so einem Orga-Team, um so einen Text dann auch final auf die Webseite zu bringen? Also in der AG, die sich mit den Forderungen beschäftigt hat, waren 110 Leute. Und davon ist natürlich ein harter Kern, effektiv bei diesen zwei wöchentlichen Telefonkonferenzen involviert gewesen. Das waren dann so im engsten 20 Leute. Bei diesen Forderungen geht es ja aber darum, dass die eine unglaublich breite Bewegung repräsentieren. Das heißt, es gab dann Feedback-Loops, wo alle Menschen, die Teil der Bewegung sind, Möglichkeit hatten, Feedback zu geben. Das hat dann, weiß ich nicht, mehrere zehntausend Menschen erreicht. Okay, also ist das durch große Kreise gegangen, weil mich hat überrascht, inhaltlich, dass man, oder dass ihr, im Grunde euch darauf zurückgezogen habt, zu sagen, also dieses Paris-Ding sollte einfach mal gelten. Gar nicht größer jetzt im Sinne von Kohleausstieg sofort, sondern ihr habt ja diese Kohleausstieg-2030-Forderungen und also sehr langfristig angelegte Sachen, bei denen man ja eigentlich sagen kann, warum nicht? Also der völkerrechtliche Vertrag, dafür ist ja unterschrieben, warum eigentlich nicht? Und jetzt untermauert ihr quasi diesen schon vereinbarten Status Quo und schiebt da nochmal sozusagen die Protest als Schwungmasse so hinterher. Aber es ist jetzt kein darüber hinausgehender, revolutionärer Wurf, wie ich gedacht hätte, dass er kommt. Ja, wir sind ja keine politische Partei oder sowas. Also wir sehen uns ja nicht als die Instanz, die dann sagt, große Vision, das ist die Welt von morgen und wir würden ja auch gerne und wir wünschen uns. Sondern wir sehen uns mehr als die Instanz, die sagt, ihr habt ein Paris-Abkommen unterschrieben und völkerrechtlich, verbindlich, einstimmig beschlossen, 2016 im Bundestag. Damit das irgendwie erreicht werden kann, sind folgende Mindestanforderungen notwendig. Und das heißt, wir gehen in eine sehr wissenschaftliche Schiene längs. Es gibt ja die Gruppen und Institutionen, die darüber hinaus sagen, es wäre ja cool, wenn man und irgendwie abseits von den wissenschaftlichen Basics, die erreicht werden müssen, andere Ideen spinnen. Das ist ja auch gut. Ja, und der zweite Kniff, den ich dann... Moment, aber die Wissenschaftler sagen doch selbst, dass das Paris-Abkommen auch nicht reicht. Also im Vergleich zu IPCC. Für das 2-Prozent-Ziel, ja. Für das 1,5 Prozent schon. Genau, ich glaube, da muss man noch ein bisschen differenzierter drauf gucken. Also Paris sagt ja so nah wie möglich an 1,5. Und dann kannst du ja dann mit diesen Wahrscheinlichkeiten rumspielen. Also wir haben uns jetzt darauf bezogen, was passiert muss, damit man mit einer guten Wahrscheinlichkeit 60, 70 Prozent ein 1,75-Grad-Ziel noch erreichen kann. Das ist ja aber alles, also es ist ein bisschen schwierig, das so runterzubrechen für Deutschland, weil wir ja dann tatsächlich nur ein kleiner Teil von was groß im Ganzen sind. Aber wir haben uns jetzt darauf bezogen, was muss Deutschland, also welchen Teil muss Deutschland dazu beitragen, damit wir sagen können, wir haben alles gemacht. Ja, genau, also diese inhaltliche Sache fand ich überraschend, aber was ich dann jetzt interessanter finde, ihr fordert Transparenz. Also zum einen sagt ihr, die Politik soll sich mal um die Konzepte kümmern, weil das sind ja die Profis, die haben sich ja selbst dazu auserkoren, die sollen das mal machen. Ihr fordert aber, die wählt sind sie auch. Und ihr fordert jetzt Einblick in die Erarbeitung dieser Konzepte. Wie genau? Also seid ihr schon? Die wollen Terror. Dann gibt es einen Terror von Transparenz und Öffentlichkeit. Nee, nee. Ja, aber ich meine, es gibt jetzt ein Klimakabinett, ja. Da kann man irgendwie zugucken vielleicht. Da gibt es Gästekarten oder so, ja, keine Ahnung, eine Gästetribüne wie im Bundestag. Aber wie genau soll die Transparenz, wann seid ihr mit der Transparenz zufrieden? Was genau müssen die da jetzt machen für euch? Also in unseren sechs Kernforderungen fordern wir jetzt keine Transparenz. Naja, aber ihr habt ja in den Erläuterungen darunter schon klar diesen Transparenzgedanken drin. Ja, was wir als ein ganz großes Hemmnis für effektive Klimapolitik identifiziert haben, ist die Tatsache, dass in Hinterzimmerchen gemauschelt wird und am Ende nichts mehr rumkommt. Und das heißt, ein erster Schritt dahin, dass man mal effektiv über Maßnahmen spricht, dass man die relevanten Akteure anschaut, nicht nur die Autoindustrie zum Beispiel, sondern auch mal die Wissenschaftler und nicht 100 Wannabe-Wissenschaftler, sondern eine breite Masse, wäre halt klarzustellen, offenzustellen, worüber wird verhandelt, mit wem, welche Interessensgruppen werden wie befragt, wo sind denn die großen Barrieren. Die verhindern, dass wir hier ein bisschen loslegen. Und tatsächlich ist diese Kabinettstendenz in der Bundesregierung da ein Riesenproblem, dass man sagt, wir verschieben eine Debatte weg vom Bundestag hin zu einem Hinterzimmer, wo man keinen Einblick mehr hat, wer eigentlich auf welcher Seite argumentiert und wie diese Entscheidungsfindungen eigentlich passieren. Ja, ich meine, ein deiner Lieblingsfreunde, das kriegt man ja so mit, ist ja Andi Scheuer, unser aller Lieblingsminister. Ich glaube, der Christian Lindner. Na, der spielt ja im Grunde keine Rolle, ne? Der macht ja nur Sprüche von der Seite, aber Scheuer ist ja nun... Lindner wollte ich eine Chance geben, aber das hat irgendwie nicht so gefruchtet. Gut, also bei Andi Scheuer, wie könnte man sich vorstellen, dass Andi Scheuer, und du hast ja eben auch gesagt, das ist ja auch bei uns so tenor, ein Wissensproblem haben wir jetzt nicht. Also auch die Signed to the Future, die sagen uns halt nochmal, was sie schon seit ewig sagen, 40 Jahre im Grunde. Wie bekäme man Bürgernähe beim Verkehrsminister, also welche Forderung könnte man eigentlich ganz spezifisch an den Verkehrsminister stellen? Das ist ein guter Punkt. Wir haben ja nicht ohne Grund keine Forderung zum Verkehr gestellt, weil man da halt so differenziert eine Bandbreite von kleinen Schritten irgendwie abdecken muss. Da würden wir uns überhaupt nicht anmaßen, einer Maßnahme zu sagen, das muss passieren. Das würde einfach der Komplexität nicht gerecht werden. Du, also tatsächlich... Wünscht ihr euch mehr Gesprächszeit mit dem Verkehrsminister oder seinen Facharbeitern, die da drin sitzen? Taten und Stefan Taten haben ja nicht labern. Ja, 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 schon klar, Thilo. Die haben ja viele Termine mit der Industrie. Wäre schon was gewonnen, wenn man das einfach mal ausgleicht mit Terminen mit Schülern? Mit Leuten, die die Zukunft noch vor sich haben? Keine Ahnung. Also ich glaube, es wäre sinnvoll, wenn Menschen, die wichtigen Entscheidungen treffen, sich grundsätzlich mehr mit jungen Menschen auseinandersetzen. So ein bisschen als ein Reality-Check. So übrigens, das ist der Grund, warum ihr einen Job macht und warum wir darauf angewiesen sind, dass sie ihn gut macht. Bevor sich jetzt aber Andi Scheuer mit uns trippt, sollte man lieber wirklich ein bisschen zuhören, was die zum Beispiel in Scientists for Future zu erzählen haben. Da müsste die Prioritäten dessen, glaube ich, in unserem Sinne eine andere sein. Ich finde es immer gut, also Gespräche sind ja nett. Der hat aber so viel Nachholbedarf in meinen Augen, der müsste mal einen Intensivkurs am Potsdam-Institut belegen oder so. Gilt das denn auch für Klöckner? Ich glaube, die könnte da mit dazukommen, ja. Die würden sich bestimmt gemeinsam auf der Nachholfüllbank gut tun. Wie seid ihr denn auf die 180 Euro gekommen für eine Tonne CO2? Das schlägt das Umweltbundesamt vor. Das muss man nochmal, das hören wir natürlich viel. Das Umweltbundesamt hat das berechnet auf Grundlage einer sogenannten, sorry, Fachterm-Methodenkonvention 3.0. Die haben halt probiert nachzuvollziehen, was sind denn die reellen Schäden, die entstehen, wenn eine Tonne CO2 in die Umwelt gepustet wird. Das ist nicht, das heißt, mit diesem 180 Euro probiert man es tatsächlich zu kompensieren, was an Schaden angerichtet wird. Das heißt, es ist nicht gedacht als ein Erlenkungsinstrument, wie das zum Beispiel auch Herr Lindner vielleicht gar nicht so schlecht findet. Oder wie es ja viel diskutiert wird, 20, 30 Euro pro Tonne, um zu sagen, man fängt mal an, den Markt ein bisschen zu verschieben. Wir haben das gefordert, um ganz klarzustellen, wenn wir es ernst haben mit dieser CO2-Besteuerung, dann müssen wir mal anfangen zu überlegen, was die echten Schäden sind. Kein Lenkungsinstrument, heißt dann, du willst nicht, dass die damit handeln oder so, sondern wer das CO2 oder die Äquivalente verursacht, muss diese 180 Euro aufbringen, ansonsten darf er das nicht? Nee, das ist ja wieder eine Gestaltungsfrage. Also wenn man sagt, es macht mehr Sinn, es ist effektiver zu sagen, man setzt den Preis niedriger und erhöht den dann oder verlagert die Kosten von A nach B und lässt die verschiedenen Akteure tragen, go ahead. Klar ist aber, dass die überwältigende Mehrheit der Wissenschaft sagt, es braucht eine CO2-Steuer. Wir müssen anfangen, da mal einen Preis drauf zu setzen und wir haben uns dann darauf beschränkt zu sagen, okay, das ist, was das Umweltbundesamt sagt, das wäre mal an so Niederstaat da anzufangen. Aber CO2 hat ja schon einen Preis und der Bundeshaushalt hat ja auch schon 100 Millionen eingeplant, um, also Deutschland könnte auch locker 300 Millionen bezahlen, ohne dass das irgendwem auffällt. Also in der Hinsicht, wenn man es dann doch wieder handelbar macht, hat man zwar irgendwo 180 Euro stehen, aber die verrechnet man dann halt, die werden halt als Folgekosten eingebaut. Also Stichwort Transparenz, ne? Also da müsste man halt an der Stelle genau deutlich machen, was sind denn, was tragen denn wir? Dass wir diesen europäischen Emissionshandel haben, ist natürlich ein guter Schritt, es ist halt tragisch, es hat nicht funktioniert. Was übrigens ein super spannendes Detail ist, weil da macht sich ja gerade zum Beispiel die FDP ganz stark für, zu sagen, ja, dann müsst ihr einfach einen Zertifikatehandel haben. Es war unter anderem die FDP, die 2013 verhindert hat, dass dieser Zertifikatehandel erfolgreich eingeführt wird, weil er halt so verwässert wurde. Ja, genau, das haben wir seit Kyoto, aber ich will nochmal zurück auf Andi Scheuer, weil wir haben jetzt da einen Politiker, der im Grunde, das wird auch beim ZDF mittlerweile völlig unironisch, wir hören da nachher auch wieder Clips, das ist halt der Autoverkaufsminister in Deutschland. Also da wird gar keine Witze mehr drüber gemacht, sondern das ist halt einfach so. Hallo, hallo. Ich bin nicht der Sprecher der deutschen Automobilhersteller, sondern ich bin vor allem der Sprecher im Sinne der Kundinnen und Kunden und der Bürger. Ja, also anders als Thilo uns eben suggerieren wollte, so ein Bundesverkehrsminister hat mit der Entscheidungshoheit, die er so hat, echte Macht. Also der kann einfach wirklich sagen, wie das in Deutschland so läuft, der schließt sich dann mit den Autokonzernen kurz, redet mit denen, fragt die, wie lange sollen wir noch die E-Mobilitätseinführung hinaus zögern für euch? Ja, also wie lange braucht ihr noch, um da einsatzbereit zu sein? Dann sagt VW, jetzt sind wir einsatzbereit und dann wird der Schalter umgelegt, plötzlich gibt es da so eine E-Auto-Plattform und man will auch noch exportieren in die ganze Welt und so weiter und so fort. Und ich denke mir, Fridays for Future müsste wirklich ganz konkret auf dieses Verkehrsministerium einwirken. Also klar, große politische Idee, die Forderung, wie sie gestern formuliert wurde, aber da eben in den Erläuterungen bei euch, nicht in den Forderungen, sondern in den Erläuterungen drinsteht. Zum einen, ihr macht das mal bitte mit den Konzepten und wir wollen da Transparenz. Als drittes wäre, wirklich finde ich, man sollte eine Vertretung der Jugend und zwar nicht nur als Arbeitskreis und Empfehlungsnetzwerk, sondern als mitentscheidende Instanz ins Verkehrsministerium einbringen. Irgendwie, keine Ahnung, es gibt eine Organisation, Verkehrsministerium, das ist eine politische, die muss also demokratischen Ansprüchen genügen, sie kommt ihrem Auftrag nicht klar. Sondern wird von allen jetzt nur noch als Automobilministerium zur Unterstützung der Industrie. Müsste man jetzt nicht wirklich einfach zu Scheuer in den Laden gehen und sagen, wir fordern hier fünf Büros? Traut ihr euch sowas nicht? Das kann überhaupt nicht der Sinn der Sache sein. Doch, die EU. Guck mal, die EU funktioniert genauso. Die jungen Menschen, die auf die Straße gehen, sollen mal in die Schule gehen. Und dafür brauchen wir eine Regierung, die handelt. Das betrifft ja alle, nicht nur Herrn Scheuer. Dass im Verkehrsministerium offensichtlich ein massives Kompetenzdefizit vorliegt, ist ja eine andere Frage. Da, denke ich, liegt es vielleicht auch an der Regierung zu sagen, hui, da haben wir ein bisschen unglücklich Personalien gewählt. Und da gucken wir, was sich machen lässt, um Herrn Scheuer da so ein bisschen unter die Arme zu greifen. Das müssen wir jetzt aber nicht noch die jungen Menschen machen. Das ist ja auch überhaupt nicht, was wir uns anmaßen, an Expertise mitzubringen. Das wäre so meine Forderung. Wir haben auf unser Banner beim großen Streik letztens tatsächlich auch Herrn Steuer direkt angesprochen, um das ein bisschen Bildmaterial zu produzieren, was dann rausgeholt werden kann, wenn die Scheuerkritik wieder aufflammt. Ja, ich meine, dieses demokratische Prinzip, es ist jetzt alles sehr spontan, was ich ja auch beisteuere, aber wir haben einen Bundestag, der wird irgendwie flächendeckend halt gewählt, nach Wahlkreisen und so weiter. Dann haben wir Ministerien, die werden nach Proporz vergeben. Und irgendwo ist diese Frage, wo ist eigentlich die Jugend? Also solche Ministerien, die besonders auf die Umwelt einwirken, da muss man halt fragen, wo ist denn eigentlich die Jugend vertreten? Moment, Andi Scheuer vertritt die Jugend in der Bundesregierung, er ist einer der jüngsten Minister. Ja, also Andi Scheuer geht auch straff auf die 50 zu und unterschreitet jetzt das Durchschnittsalter von 49 Jahren oder so, was die Bundesregierung hat nicht unbedingt. Er hat auch keine Kinder, also da ist irgendwie wenig Skin in the Game, würde ich sagen. Okay, also wenn du darauf eingehen möchtest, dass wir irgendwie ein krasses Partizipationsdefizit haben, was junge Menschen in der Politik betrifft, da bin ich ganz bei dir. Also das betrifft alle Politikfelder und wenn man sich anhören muss, dass zum Beispiel in der Kohlekommission alle relevanten Bevölkerungsgruppen vertreten waren und es aber anscheinend niemanden interessiert, dass die, die das alles am meisten betrifft, überhaupt nicht vertreten waren, das ist ein interessanter Punkt. Da glaube ich, muss man nochmal, das ist aber, das ist glaube ich, ein Stück weit würde ich die Debatte abgrenzen von der Frage, wo liegt Kompetenz in den Ministerien, hin zu, wie können junge Menschen überhaupt in Deutschland sich Gehör verschaffen, wenn sie nicht zufälligerweise jeden Freitag auf der Straße stehen. Ja, ist ja auch nicht so, dass das Verkehrsministerium keine kompetenten Leute kennt. Ich meine, diese Verkehrskommission, da sitzen ja offenbar gescheite Leute drin, die dann gute Vorschläge haben, aber dann im Verkehrsministerium nicht wohlwollend aufgenommen werden. Ja, absolut. Also wenn ich mir überlege, mit vielen Experten ich allein Telefonate geführt habe, als wir in der Phase waren, wo wir eruiert haben, welche Forderungen könnte man im Verkehr stellen, da sind unendlich sehr, sehr, sehr gute Leute, die viel zu sagen haben, mit klugen Ideen und absolut tragfähigen Konzepten. Ja, ich bin für eine Jugendvertretung im, äh, ich, ja. Ich auch. Der Weg über den Bundestag ist einfach zu lang, die Parteien stellen niemals junge Leute auf, die dann da irgendwie, ich meine nicht in der Verwaltung arbeiten, sondern in der Politik. Ich wollte gerade sagen, hä? Wir haben auch da jemanden sitzen, der uns ganz tolle Stimme gibt. Und, nee, Spaß, ähm, äh, werden wir viel gefragt, ist halt mit der Beteiligung von jungen Menschen, das ist echt, äh, schwierig, weil es so wahnsinnig schnell in so eine Scheinbeteiligung überrutscht. Also, ähm, wenn man sich, es gibt ja Jugendparlamente in Deutschland und, äh, in anderen Ländern gibt es das ja auch schon, dass man so, äh, in Kanada haben die so einen Jugendbeirat eingeführt und so. Da ist halt schwierig, also da muss man, das ist, glaube ich, die Jugend, wenn man das so sagen kann, dann bewusst kritisch und zu Recht kritisch, weil das ganz schnell so einen, so einen ekligen Beigeschmack bekommt von, wir lassen die immer hin und lassen die machen und hören dann doch nicht wieder hin. Ja, das habe ich früher auch schon erlebt, das war dann, sowas hier spielt auch ein bisschen Modell-UN oder so, ja? Ja, genau. Also, ich sag mal so, die Rentenrepublik schlägt sehr durch, das habe ich bei den Forderungen gestern gesehen und das wäre ich jetzt auch aus einem Gespräch wieder raus, dass man sich gar nicht vorstellen kann, dass die Jugend tatsächlich an relevanter, mitentscheidender Stelle eine Repräsentatanz in der Bundespolitik bekommt. Ich werbe aber sehr dafür, in diese Richtung auch zu denken, weil es sehr viele, auch ältere Menschen gibt, die das sofort unterstützen. Also, ich könnte mir vorstellen, wenn man tatsächlich so eine Forderung aufstellt, so wie man früher gesagt hat, wir brauchen ein Europamisterium, weil Europa ist wichtig, dann hat man festgestellt, ach nee, ist ja in jedem Ministerium wichtig. Also, kriegt jedes Ministerium eine Europa-Untereinheit, die dann auch noch miteinander arbeiten, wodurch die nochmal schlagkräftiger wurden. Und wenn man das jetzt auch für die Jugend als völlig verwegene, aber, finde ich, völlig notwendige Forderungen aufstellt, dann hätte man beispielsweise, es sind nur 11.000 Abonnenten, aber Albrecht von Lucke würde, glaube ich, ein Monatsheftblätter nur dafür machen, ja? Und da kann man auch nochmal sehr viel Ältere mobilisieren, die dann die Jungen mitschieben. Aber ich merke schon, das... Sehr verwegen. Ja, das Problem ist also tatsächlich der große Haken und der große Kritikpunkt, deswegen beteilige ich mich auch nicht so sehr in dieser Wahlrecht ab 16-Debatte, obwohl es natürlich gut ist, wenn junge Menschen wählen kann. Sobald man anfängt zu sagen, okay, es müssen junge Menschen für die Belange von jungen Menschen sprechen oder da mehr Kompetenz bekommen, spricht man ja so ein Stück weit den Menschen in den gewählten Ämtern ab, das von sich erst übernehmen. Das ist der Punkt. Das heißt, und das tun sie nicht, das stimmt, aber die Erwartung ist ja eigentlich da, dass sie für das Wohl der Gesellschaft, und da sind wir ja nun mal ein Teil davon, sinnvolle Entscheidungen treffen. Das heißt, wenn wir auf die Debatte einwirken, so, ihr macht es nicht, wir müssten das machen, stalten wir auch stark oder fahren wir total diese Erwartung zurück, dass sie es ja eigentlich machen müssen. Das ist ja nun mal ihr Job. Ja, also ich würde die Diskussion, wie sie bei Gender schon da ist, nochmals für Generationen, aber genau so führen, Anfang bei der Sprache, dann bei Quotenfragen und dann bei den Fragen, und wie wird das, wie spiegelt sich das wieder in der Politik, ja, dass es da eine gesellschaftliche Notwendigkeit gibt, alle Geschlechter gleichmäßig zu beteiligen. Und wenn man, wenn man nämlich einfach nur Deutschland einteilt, wie halt Gott uns gerade einteilt, dass nämlich auf jede Wählerstimme 60 plus Faktor 3 in der Wertigkeit entfällt, im Vergleich zu 30 minus, muss man da halt einen Ausgleich finden. Und ich fände gut, wenn Fridays for Future den Wind, den sie da auch gerade von hinten bekommen, für eine krasse Forderung, einfach mal Jugend im Parlament, Quote. Gab es denn schon Reaktionen aus der Politik auf eure Forderung? Ich habe nichts gesehen, also wir haben... Warte mal, es ist schon einen Tag alt. Es ist schon einen Tag alt, Ulf Poschert hat in der Welt ganz charmant dazu geschrieben. Charmant? Meinst du, das ist ironisch oder... Nee, nee, da bin ich total unironisch. Der hat tatsächlich, also ich dachte auch, was da los ist, leicht Irritation meinerseits, aber besser spät als nie. Nee, um Gottes Willen, also bleiben wir mal auf dem Teppich, ist ja mal noch die Bundesregierung, die Alte, dass die jetzt auf einmal sagen, huch, da sind 100.000 Leute auf der Straße und wir machen mal was, ist ja auch sehr viel verlangt. Ja, die ruhen sich darauf aus, dass es nur noch so wenig Jugendliche gibt. Ja, ist ja auch extrem unbequem, was wir hier alles machen. Wir wollten dich ja hier nur kurz zuschalten, aber du bist ja hier in einem medienkritischen Podcast. Was ist denn deine Erfahrung mit den Medien und den Journalisten? Wie hat sich der Umgang mit euch gewandelt? Hast du da was mitbekommen? Oder siehst du da auch einen Generationenkonflikt? Also begegnen dir ältere Journalisten und Journalistinnen anders als Junge? Guckst du noch Fernsehen? Nur die eigenen Sendungen bestimmt. Ich war gerade das erste Mal, dass ich Markus Lanz geguckt habe, als ich drin saß. Also tatsächlich, da finde ich, ist dieses Markus Lanz Beispiel ein ganz gutes. Ich finde schon, dass man merkt, dass es älteren Journalisten, und das sind halt in einer überwiegenden Mehrzahl Männer, schwerfällt junge Menschen da doch irgendwie mal ernst zu nehmen für irgendwas, was nicht nur Jungsein betrifft, sondern tatsächlich Inhalte. Dann diese Medienlogik, dass irgendwie Menschen spannender sind als Themen oder irgendwie Politik irgendwie so ein bisschen eine Sache ist, die man eigentlich ungern anschneidet, nachdem man darüber gesprochen hat, was denn die eigenen Eltern irgendwie dazu sagen, dass man nicht zur Schule geht. Was ich ganz komisch finde und wo ich auch das Gefühl habe, es wäre jetzt der Job der Medienwelt, es wäre einfach mal die krasse Konfrontation mit der Politik, sage ich in jedem Interview immer, wenn ich irgendwas erzähle, sage ich, geh doch bitte mal zur Politik. Fragt uns nicht, wie lange wir noch streiken, sondern fragt die, wie lange die noch irgendwie ignorieren, dass einfach der Handlungsdruck da ist. Da, denke ich, müsste man so ein bisschen verantwortungsvoller Medienvertreter oder Vertreterin mal ein bisschen aggressiver, in Anführungszeichen, auch auf die Entscheidungsträger einwirken. Verantwortungshabende Medienvertreter sind so alt, dass deren Kinder schon älter sind als du. Das ist leider in Deutschland so. Ja, und die, also ich meine, man sieht das ja so ein bisschen, in diesen Backstage-Bereichen von den Talkshits und so, das ist ein unglaublicher Klüngel. Die fühlen sich, also die männliche Medienelite fühlt sich wahnsinnig wohl, auf du mit den Ministern zu sein. Aber, ja, da ist auf jeden Fall viel Luft nach oben. Ja, sehr gut. Gut, dass, ähm, solche Beobachtungen, ne, wie du sie uns gerade gesagt hast, die musst du unbedingt auch zurückspiegeln. Also, wenn du da so per Du-Gespräche nach so einer Aufzeichnung, wie man sich nochmal so ein Bier reinhaut und so, das weckt die Leute unglaublich auf, dass, dass man das aus erster Hand beobachten kann, wie, wie Politiker glauben, sie wären Teil des Politiksystems und Politiker glauben, ja, Medien, das ist doch hier quasi mein Vorzimmer, in dem ich gerade bin, ne, also diese Verstrickung, die es da gibt. Und eine, eine Frage noch, wenn die Talkshows, äh, Leute von euch haben wollen, äh, wollen die dann irgendjemanden haben oder wollen die zum Beispiel nur dich haben? Also, es kommt mir auch immer so vor, als ob die sich immer nur bestimmte Leute bei euch aussuchen. Äh, ja, wie sie probieren. Diese Medienlogik, die du gerade angesprochen hast, na, wir wollen die Luisa haben, nicht wegen wen. Ja, weil, also, ich hab, keine Ahnung, wahrscheinlich dreimal so viele Talkshows abgesagt, wie ich hingegangen bin. Ähm, die haben natürlich, die wollen, also für die ist das ja ein Riesenrisiko, da mal jemanden zu holen, die sie nicht schon 3000 Mal gesehen haben, wer weiß, was da kommt. Äh, da will man sich natürlich wohlfühlen und nimmt jemanden, den man zumindest mal vor der Kamera schon gesehen hat. Ähm, wir haben da mittlerweile, weil wir echt sehr, sehr viele Anfragen haben, so ein bisschen Spielraum und oft, wenn ich gesagt habe, so, Freunde, mach das mal ohne mich, es gibt auch viele andere kompetente Menschen, die, äh, ganz interessante Sachen zu sagen haben, können wir da zumindest so ein bisschen, ähm, ein bisschen mitwirken, dass wir da verschiedene Leute mal irgendwie auch ganz bewusst für die Kamera setzen. Und was man tatsächlich positiv bemerken muss, ich, zumindest ein bisschen merken wir, dass da so ein Genderbewusstsein in der Talkshow-Besetzung da ist. Also dieses wöchentliche Bashing von wieder keine Frau, da hat anscheinend da zumindest ein bisschen geholfen, dass ich auch immer wieder aus der Redaktion höre, nee, wir können ja nicht nur eine Frau hinsetzen, oder, ähm, so, sonst stehen die Leute wieder auf den Barrikaden. Ja. Ähm, das brauchen wir für Generationen. Ja. Das ist meine Forderung. Stimmt. Ja. Also, aber ansonsten, äh, ist halt, ist halt merkwürdig in diesem Land, da muss ich ja nicht sagen, aber dass wir irgendwie Politik machen durch Talkshows, ist schon merkwürdig, ne? Pass auf, egal wie lange das jetzt noch geht mit diesem ganzen Medienaufmerksamkeit, irgendwann werden Leute auf dich zukommen und von dir, willst du nicht mal ein Buch schreiben und so. Wenn dieser Moment da ist. Alles schon passiert, okay. Ich war gestern wie bei einer, ich war gestern wieder bei einer Lesung, wo ein junges Mädel sich von Verlagen hat erzählen lassen, wie man am besten ein Hau-drauf-Buch schreibt und so weiter. Lass dir das nicht von den Verlagen erzählen, sondern geh zu anderen Leuten. Also du brauchst einen Verlag und so weiter, alles klar, aber lass dich nicht nur von dem Verlag, der das Buch am Ende verkaufen will, beraten, wie dieses Buch aussehen muss, sonst geht das schief. Mit den Verlagen, so freundlich und höflich die alle sind, die haben genau die gleiche falsche Denke, wie die alle Fernsehmacher. Mein Tipp, geh vorher nochmal zu anderen Leuten und konsultiere so ein bisschen Leute außerhalb der Verlagswelt darüber, wie man ein Buch schreibt. Fällt das jetzt noch unter Mansplaining oder wie ordne ich das ein? Das ist Consulting. Das ist Consulting und ich mache das völlig kostenlos an dieser Stelle, um es noch zu übertreiben, das Mansplaining. Danke für die Promo. Wir wollten Luisa nicht so lange aufhalten. Eine letzte Frage noch, hat Greta eure Forderungen schon unterschrieben? Unterschrieben? Ja, also unterstützt sie eure Forderungen? Weiß ich schon Bescheid. Das ist ja der Gratmesser. Wenn Greta den Daumen senkt, habt ihr verloren. Nein. Aha. Nein, Greta lässt sich 1 bis 1,5 Paris-Ziel. Wir tun das auch. Wir haben festgestellt, dass in der Politik nichts von alleine einfach über das Klima gesprochen ist, nur weil wir das 16 Wochen in Folge fordern und tun der Politik gerade so einen Gefallen, indem wir sagen, okay, wir übersetzen das mal so ein bisschen auf eine Handlungsebene oder auf eine Zielebene, was das bedeuten muss. Wir kommunizieren ja aber vor allem, was die Wissenschaft in Anführungszeichen sagt, muss passieren. Das tut Greta im Zweifel auch. Ich glaube, wir sind hier. Vielen Dank, Luisa, für deine spontane Seithaberei. Und ich gehe davon aus, dass wir jetzt erst mal ein halbes Jahr lang aufhören werdet zu streiken am Freitag, weil ihr abwarten werdet, was die Politik mit eurer Forderung macht. Ist das richtig? Ja, drei Leute bei Twitter haben sich heute schon bei mir beschwert, dass es jetzt ja auch mal gut sei. Schluss mit lustig. Zitat. Das ist natürlich eine krasse Ansage. Ja. Das ist natürlich klar. Luisa, danke für deine Zeit. Jo. So, das war Luisa. Das war sehr interessant und sehr spontan. Surprise! Mal gucken, wie es da weitergeht. Ist natürlich für mein Rentenrepublik-Buch nicht ganz uninteressant, dass man da jetzt so zurückhaltend auf die Politik zugeht und quasi eine Beschlussvorlage A hinlegt, bei der dann nur noch abgenickt werden muss. Und dann hat man auch wieder elf Jahre Zeit, es nicht zu machen mit dem Kohleausstieg. Anderes Thema, das mich auch immer sehr interessiert, Rasen, Rasen, Rasen. Rasen wird jetzt teurer. Wir bleiben mal in der Andi-Scheuer-Domäne. Es ist nicht die Regel auf Deutschlands Straßen, aber Raser tauchen immer wieder auf im endlosen Strom des deutschen Verkehrs. Verfolgen, bestrafen, heißt die Antwort von Polizei und Gesellschaft, aber das Problem will nicht von der Straße weichen. Deutschlands Landesverkehrsminister fordern jetzt deutlich höhere Strafen. Auch für sogenannte Poser. Rasende Autoangeber, wer extrem schnell fährt, soll extrem büßen. So, wir sehen die Verkehrsminister, umzingeln den Bundesverkehrsminister beim Thema Autofahren allgemein. Über den Tretroller und den E-Roller wurde jetzt unendlich viel. Das wisst ihr alle, die dürfen jetzt so ein bisschen rumfahren mit 12 kmh auf dem Fußweg und mit 25 kmh auf der Straße. Gratulation Deutschland, dass man das mal wieder hingekriegt hat. Aber ich frage mich gerade, wenn sie Raser bestrafen wollen, man darf doch limitlos rasen. So, man darf limitlos rasen, genau. Manchmal gibt es dann doch Limits, innerorts zum Beispiel, 50 kmh, das ist schon ziemlich schnell. Das ist ja, das haben wir ja von unserem CDU-Landesvorsitzenden in Niedersachsen gehört, das ist ja nur dazu da, wenn mal Nebel ist. Ja, und ein bisschen dunkel und so. Genau, also wir gehen jetzt mal an die Frage ran, mit, also ans Thema ran, genau mit der Frage, wie radikal kann man eigentlich sein? Erst mal, um was geht es hier eigentlich? Es geht um sehr viel. 3.265 Tote im deutschen Straßenverkehr 2018, Tendenz leicht steigend. Ein Blitzer-Marathon in dieser Woche, in ganz Deutschland, überall wird zu schnell gefahren. Allein hier in Brandenburg, an einem halben Tag 843 Tempoverstöße, die sind vergleichsweise billig. Die sind vergleichsweise billig. So, jetzt für alle, die sich dafür interessieren, es geht ja um Verkehr, man kann steuernd eingreifen, man kann Geld strafen, Gefängnis strafen. In welchem Rahmen kann man eigentlich, was hältst du mir in deine Kamera? Irgendwas mit? Das Post aus Leipzig. Aha. Was ist Leipzig? 12 kmh habe ich überschritten. Meine Raserei in Leipzig. Na, pass auf. Dann vergleichen wir jetzt mal Leipzig mit Luzern. Leipsch. Pass auf. Wer etwa innerorts 50 kmh zu schnell fährt, zahlt in Deutschland 200 Euro, plus ein Monat Fahrverbot und zwei Punkte. In der Schweiz folgen zwei Jahre Fahrverbot und es droht mindestens ein Jahr Gefängnis. So. 60 kmh zu viel auf Deutschlands Landstraßen kostet 240 Euro Bußgeld. In der Schweiz ist auch das ein Verbrechen, mindestens ein Jahr Haft. Mindestens ein Jahr Haft. Die müssen dir nur nachweisen, dass du 50 oder 60 kmh außerorts zu schnell gefahren bist. Zack, bist du automatisch im Gefängnis für ein Jahr. Leute, ich finde, das ist mal eine anständige Politik. Da wurde eine Beschlussverlage einfach mal abgesegnet, parlamentarisch. Oder wie wird die das so rüber in der Schweiz machen? Keine Ahnung. Ja. So. Jetzt kommen wir nach Deutschland. Wir hören jetzt den Bundesverkehrsminister, unseren Lieblingsmann, Andi Scheuer, dem so richtig niemand an die Wäsche will. Nicht mal die jungen Fridays for Future-Demonstranten. Weshalb Andi Scheuer wirklich jeden Scheiß in der Kamera sagen kann. Zum Beispiel den hier. Wir werden jetzt die Vorschläge der Verkehrsministerkonferenz aufnehmen und haben schon aufgenommen. Wir haben ja gesagt, dass wir in der Koalition den Bußgeldkatalog genau überprüfen und evaluieren und auch die internationalen europäischen Erfahrungen damit einrechnen. Das ist kein No, aber es muss natürlich Nutzen-Kostenverhältnis schon auch passen. Warte mal, das Nutzen-Kostenverhältnis beim Rasen muss passen, ja? Ja. Welcher Nutzen ist nochmal beim Rasen drin? Spaß. Dass Ulf Poschert sagt, das geht, wenn man es nur richtig macht, ist es das Geilste auf der Welt? Ja. Also das Nutzen-Kostenverhältnis, ja? Ja. Also, ich will auch hier wieder ein Generationsding draus machen. Wer fährt vor allem mit dem Fahrrad auf den Straßen? Du. Du raste auch. Junge Menschen. Wir brauchen im Grunde einen Straßenverkehr, der Fahrradfahrer weiblich zwölf Jahre mit einem fünf Kilo schweren Rucksack auf dem Rücken gefahrlos, ja? Den Weg zur Schule überleben lässt und er erzählt dir irgendwas von Kotzen, Kotzen nutzen beim Thema Rasen, ja? Das ist unglaublich. Sie sind dann im Bericht ein bisschen weitergegangen nach einer neuen Anmoderation. Andi Scheuer im Porträt und ich finde das sehr gut, weil wir sehen ihn hier auf einem Fahrrad, ja? Andreas Scheuer nimmt uns mit dem Dienstfahrrad mit. Wahrscheinlich der ernst gemeinte Versuch, ein klebriges Image loszuwerden. Das des besten Autoverkäufers der Republik. Ich bin der Fan natürlich von den neuen Möglichkeiten der urbanen Mobilität und ich teste heute sehr gern alles, ja? Sind wir hier in so einer Comedy-Nation oder was? Ja, pass auf. Kannst du mal, pass auf. Ja. Ich bin das Verkehrsministerium und du bist die ZDF-Redaktion. Ich rufe dich mal an. Wir müssen das hier mal vereinbaren. Also ich bin die ZDF-Redaktion? Jawohl, jawohl. Okay. Hallo, ZDF-Redaktion. Wie kann ich dienen? Ja, hallo. Hier ist das BMVI-Neuigkeitenzimmer. Oh, da diene ich gleich besonders gerne. Also wie kann ich Ihnen dienen? Ja, wir haben wieder eine Neuigkeit. Der Minister, der Minister hat ein Fahrrad, der will Fahrrad fahren. Mit Helm nachts wie auf den Plakaten buchen wir sofort. Ist sofort gebucht. Ist ein bisschen kalt dafür, aber einen Helm kann er tragen und es ist auch so ein Elektro-Dingens hier, so ein Elektroroller. Ist sehr, sehr gut. Und wenn Sie wollen, können Sie auch ein paar O-Töne machen. Ja. Müssen aber ein bisschen mitfahren. Also Bedingung wäre für uns, ist es wichtig, dass Sie zeigen, wie der Minister auf der Straße mit dem Fahrrad fährt. Das wäre uns wichtig. Buchen wir sofort. Und da können Sie fragen, was Sie wollen. Was kostet es diesmal? Kostensteller hat heute einen sehr guten Tag. Ich habe schon SPD gut hier eingebracht ins Programm. Sorry. Das ist natürlich journalistisch. Ganz klar, keine Kosten. Ja, machen wir. Wann geht es los? Ja, wann immer Sie wollen. Sofort. Wir kommen. Paul, mach den Ü-Wagen klar. Gut, dann bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Ja, Sie durften sich wahrscheinlich sogar nach die Helmfarbe aussuchen. Grün-Weiß. Weil grün. Verstehst du? Hm. So, wir hören einfach mal weiter im Bericht. Uns begegnet auch gleich Luisa, die nochmal einen sehr schönen Spruch macht. Gerade hat Scheuer getestet, wie es ankommt, wenn er halbnackte junge Menschen mit Fahrradhelm plakatieren lässt. Der darauf folgende Shitstorm war einkalkuliert. Wir haben schon so viele Verkehrssicherheitskampagnen gehabt. Auch was das Helmtragen beim Fahrradfahren betrifft. Und alle sind verpufft. Und deswegen wollten wir bewusst einen anderen Weg gehen. Einen provokanten Weg. Und ja, es ist eingeschlagen. Ein Jahr Verkehrsminister Andreas Scheuer, der die Verkehrswende schaffen und das Klima retten helfen soll und dabei von Flugtaxis träumt. Für die nächste Generation ist Scheuer inzwischen erklärter Widersacher. Es ist 2019, wir haben keine Zeit mehr für einen Minister wie Herrn Scheuer, der es nicht schafft, seiner Verantwortung im Mindesten gerecht zu werden, der es nicht schafft, sich einer Klimakrise anzunehmen. Das finde ich auch. Die richtige Forderung daraus lautet wie folgt. Achtung, alle, Friday for Future. Jetzt kommt ein Mainsplaining-Satz, den ich ab sofort gerne auf der Straße hören wollte. Scheuer muss weg! Scheuer muss weg! Gab's schon, gab's schon. Hab ich gehört. Hab ich angestimmt? Nein. Sehr gut. Ich bin ja nur Beobachter. Zum Ende dieser schönen Berichterstattung über unseren Lieblingsminister Andi Scheuer hören wir jetzt ein U-Ton-Duell. Es ist Zeit für ein D-D-D-Duell zwischen Albrecht von Lucke und Bernhard Mattes, dem VDH-Präsidenten. Die Zeit muss jetzt sein, das muss ich jetzt mal finden. Wo hab ich denn das? Das ist ja eh... Na? Moment, Moment, ja, ich hab's, ich muss es dann jetzt mal einstellen. Aha, aha, aha. Äh, ja. Profi-Podcast. Hier, sag doch mal. Spiel ab und dann kommt direkt danach das Duell. Andreas Scheuer hat maßgeblich dazu beigetragen, dass alle Vorschläge aus der Verkehrskommission, die weitergehend hätten sein sollen, nicht erfüllt worden sind. Das heißt, er hat sich immer schützend vor die Automobilindustrie gestellt. Ich kann das nicht bestätigen. Ich hab an vielen, vielen Gesprächen teilgenommen. Ich weiß aber auch von anderen Gesprächen, an denen ich nicht dabei war, dass er hier ganz klar ist, klare Vorstellungen hat, teilweise auch nicht zur Freude der Gesprächspartner. Ich hab mich gestern so totgelacht über dies. Ah, das ist wirklich unglaublich. Andi Scheuer fährt aus einem scheiß E-Klapprad oder so, keine Ahnung, in seinem Anzug und mit einem fetten Mantel, wo man die Arme vorne nicht so richtig schön zusammenkriegt, hat einen grünen Helm auf, wird seitwärts gefilmt und fährt dann über so einen kleinen Huckel auf so eine Pflasterstein-Piste und macht, oh, ist ja wackelig. Was ich ein bisschen überraschend fand zum Thema Rasen, wir hören hier noch mal kurz Welt.de, also es ist Porsche's Laden, den wir jetzt mal kurz hören, ja? Der Autofahrer kam straflos davon. Ach ja, ich muss euch kurz erklären. Ein Diplomat aus Saudi-Arabien fährt mit seinem großen, dicken Auto auf einen Fahrradweg, bleibt stehen, sammelt noch kurz seine 1000-Euro-Scheine zusammen, reißt die Tür auf, will aussteigen, in dem Moment fährt ihm einer in die Seitentür rein, weil der Radweg wurde ja von ihm blockiert, Fahrradfahrer tot, ja? Und das sind jetzt die Konsequenzen, die diesen Diplomaten da drohen. Das war aber, also ich weiß noch, dass ich damals mit Martin Schäfer in der BBK öfter Auseinandersetzung über den Fall hatte. Ist das der gleiche Fall von vor ein oder zwei Jahren? Das wird ziemlich genau dieser Fall von vor zwei Jahren sein, ne? Er genießt diplomatische Immunität. Die kommt Botschaftsmitarbeitern in Berlin immer häufiger zugute, denn deren Ordnungswidrigkeiten im Straßenverkehr nehmen zu. Das geht jetzt aus einer kleinen Anfrage der CDU im Berliner Landesparlament hervor. Demnach verursachten Diplomaten im vergangenen Jahr 21.714 Verkehrsordnungswidrigkeiten. Das sind zwar etwas weniger als 2017, aber immer noch mehr als dreimal so viele wie noch 2005. Doch so schwerwiegende Fälle wie der tödliche Fahrradunfall von 2017 sind eher die Ausnahme. Die am häufigsten vorkommenden Tatbestände waren Parkverstöße und Geschwindigkeitsmissachtungen. An der Spitze stehen Mitarbeiter der US-Botschaft. Auf Rang 2 der Liste lag 2018 Griechenland, obwohl die Botschaft gerade mal 29 Wagen unterhält. Die griechische Botschaft hatten 29 Autos, die vogelfrei durch Berlin fahren. Den Griechen gönne ich das. Die Griechen dürfen hier alles machen, was sie wollen. Wir haben so viel Scheiße mit ihrem Land gemacht. Ja, mich würde mal interessieren, durchgezählt, ja, wenn die Griechen 29 Wagen haben, die vogelfrei durch Berlin fahren, wie viel, wie groß ist denn die Diplomatenflotte so insgesamt? Fahren irgendwie tausend Autos durch Berlin, denen die Straßenverkehrsordnung egal sein kann, selbst wenn, ja, Mord und Totschlag stattfindet? Ich glaube, wir haben hier ein Problem. Können wir jetzt eh Roller sein. Wir haben hier ein Problem. Berlin ist eine Stressstadt. Naja, gut. Brexit, ich habe ja unglaublich viele Clips, die wir gleich alle noch gucken müssen, aber Brexit habe ich nicht. Gibt offenbar nicht so viel, oder? Ehrlich gesagt, ich bin gespannt, über was wir jetzt zum Thema Brexit reden. Ich hatte ja eigentlich erwartet, wir reden ja mit Wolfgang und Michael, und ich dachte, dass du Clips mitbringst, wie Klaus Kleber und Co. über Corbin irgendwie uns was erzählen, oder mit Leber. Gab es Auseinandersetzungen von Klaus Kleber mit Corbin? Ja, aber Leber ist doch, also Corbin wurde doch von May letzte Woche eingeladen an den Verhandlungstisch. Ja. Und dann bin ich davon ausgegangen, dass der ZDF mal erklären muss, wer Leber ist und wer es Corbin macht. Naja. Also, hast du was vor Augen, was ich jetzt nicht mitgebracht habe, oder? Nein, aber ich dachte, das muss ja unweigerlich Thema sein, dass uns Annette wieder irgendeinen Scheiß erzählen. Also, das ist so, die Brexit-Berichterstattung ist derzeit so, dass Klaus Kleber dasteht und die Redaktion sich nicht traut, Beiträge in Auftrag zu geben, weshalb man dann eine Live-Schalte gleichermaßen zu Anja Zimmermann, oder wie sie heißt, in London und ähm, die ist auch Anja in Brüssel, wie heißt der, Anja Gelinek und wie heißt der Zimmermann, Diana Zimmermann. So, die beiden werden dann einfach, ja, so panelmäßig abgefragt, wie die Lagen halt so sind und dann erzählt noch immer jeder, was so ist und das war es an Brexit-Berichterstattung, ja, also, mein Eindruck ist, man traut sich gar nicht mehr, morgens um elf redaktionelle Arbeit in Auftrag zu geben, weil man nicht genau weiß, was bei rumkommt und macht das am Abend dann mit Gesprächen. Da war nichts klippwürdiges dabei. Dann ist das so. So, wir schalten nach Salzhausen zu Wolfgang Michael, herzlich willkommen zurück, Wolfgang. Ja, grüße. Nach Frankfurt und Berlin, oder? Richtig. Wohl, du hörst ja ab und zu auch mal den Aufwachen-Podcast und beim Thema Brexit sind wir dann doch nicht so sicher, wie wir immer geahnt hatten. Also ich schon, Thilo nicht, ich schon. Nein, ich unterstelle ja Stefan, dass er sich mit der Labour-Position noch nicht befasst hat. genau. Ist das schon sicher beim Brexit? Ja, aber die sechs Positionen von Labour, nach denen der Deal abgeklopft werden muss, damit Labour zustimmt, die sind uns jetzt noch nicht so geläufig und ich dachte, du kennst dich da sehr gut aus. Außerdem ist ja jetzt gerade die Woche, wo Corbin an den Verhandlungstisch gekommen ist, wo ich auch lustig fand, habe ich gelernt bei auch so einem Brexit-Podcast, dass Theresa May Corbin eingeladen hat und hat dann gleichzeitig parallel eine E-Mail an ihre Abgeordneten verschickt und denen gesagt, geht mal in die Medien und sagt, was ein gefährlicher Marxist ist und ein Antisemit. Also sie haben quasi so eine Doppelstrategie gefahren. Genau. Es gibt ja auch einige in der Labour-Partei, die sagen, dass das eine Falle ist für Corbin, dass man ihm dann zum Schluss die Verantwortung zuschieben kann, wenn es nicht klappt. Ja. So wie übrigens den Schülern auf der, wenn es mit dem Klima nicht klappt, dann waren die Demos nicht laut genug. Ja. Aber Corbin wird das ja wahrscheinlich wissen. Also ich meine, er wird nicht so dumm sein, dass er das sich nicht ausrechnen kann. Aber für ihn ist es natürlich eine gute Möglichkeit, da er ja sehr viel Gegenwind hat aus den Medien. Hier in Deutschland ist er ja immer noch verschrien als Linksextrem, dass er die Möglichkeit hat, sozusagen staatsmännisch aufzutreten und zusammen mit den Tories oder mit dem Flügel, der den Theresa May vertritt, ein Abkommen hinzukriegen, das eben einen weichen Brexit möglich macht. Fangen wir doch mal an. Erklär uns doch mal die Labour-Position zum Brexit. Also Labour möchte im Grunde genommen in einer Zollunion bleiben. Wenn du sagst, eine Zollunion, also diese Zollunion, die wir über Europa so gespannt haben, in der möchte Labour drin bleiben. Und eine enge Anbindung an den Binnenmarkt, was eben auch bedeutet, dass viele Standards, gerade in Arbeitnehmerfragen, in sozialen Fragen, in Umweltfragen, die die EU erreicht hat und die weitergehen, als es sie vielleicht in Großbritannien gibt, dass die erhalten bleiben. Dass es keinen Rückschritt geben darf. Ja, und Binnenmarkt heißt aber dann auch die vier Freizügigkeiten inklusive Personen. Genau. Möglicherweise wird man irgendeine Regelung findet bei der Personenfreizügigkeit, weil es ja im Wahlkampf um das Referendum eine große Rolle gespielt hat, was die Zuwanderung aus den EU-Ländern betrifft. Es sind ja sehr, sehr viele Polen und sehr, sehr viele Rumänen nach Großbritannien gekommen. Und vielleicht gibt es da eine gewisse Einschränkung bei der Personenfreizügigkeit. Ob sich die EU darauf einlassen wird, das weiß man natürlich noch nicht. Das war es? Das war die Leberposition zum Brexit? Es ist eigentlich, also ich weiß nicht, ob die Leute, die über den Brexit reden, jemals diesen Deal gelesen haben, der ja 500 Seiten ungefähr umfasst. Meines Erachtens steht in dem Deal im Prinzip das schon mit drin. Also gerade in der Vereinbarung, die Nordirland betrifft, heißt es ja immer wieder, dass die Zollunion auch für das Vereinigte Königreich insgesamt weiter gelten soll, zumindest in dieser Übergangszeit. Und darum geht es eben. Also die Übergangszeit geht bis Ende 2020, ist also noch genügend Zeit. Und in dieser Zeit müsste ein neues Abkommen verhandelt werden. Ja, also der Brexit-Deal, wie er jetzt mit diesen 300 Seiten oder wenn man nur den Teil, über den dann noch abgestimmt werden sollte und die Hälfte davon. Das ist die politische Erklärung, die noch dazukommt. Genau, das ist ja im Grunde ein Text, der egal, was da drin steht, nie in irgendeinen Effekt kommen sollte, weil er hat eine Übergangszeit und innerhalb dieser Übergangszeit sollte ja dann das neue Verhältnis eigentlich ausverhandelt werden, sodass völlig egal ist, was da drin steht. Nee, es ist nicht egal. Also diese Übergangszeit legt fest, dass sich eigentlich im Wesentlichen nichts ändern soll, auch durch den Austritt, dass man also praktisch die Zollunion, die ganzen Vergünstigungen, dass man auch die Einzahlungen genauso lässt wie bisher, denn Großbritannien ist ja gebunden noch in langfristigen Programmen. Also dass das bleibt und dass man eben diese Zeit nutzt, um dann eine Vereinbarung sowohl für die irische Frage, für die Nordirland-Frage, auch für das gesamte Abkommen neu aushandelt. Insofern wäre es wahrscheinlich eine ganz kluge Strategie von Labour, wenn Sie sagen würden, okay, mit ein paar kleinen Änderungen stimmen wir diesem Vertrag von May zu, wenn sie uns dafür verspricht, dass es Neuwahlen gibt, noch 2019 und dann könnte man die zwei Jahre bis Ende 2020, also diese Übergangszeiten, nutzen, um im Sinne von Labour einen Vertrag mit der EU auszuhalten. Ja, und weil Labour diese Neuwahl nicht bekommen hat, haben sie geschlossen dagegen gestimmt bei allen Abstimmungen. Ich weiß nicht, wie geschlossen sie dagegen gestimmt haben. Also drei, vier Abweichler, aber ansonsten, weil... Ja, die haben schon ein paar Lieber bei sich. Aber es war im Grunde, ich habe ja die Karten gesehen, wo die Punkte für jeden Abgeordneten vergeben wurden. Labour hat im Grunde, sagen wir mal, 90 Prozent geschlossen dagegen gestimmt. Die Opposition war dagegen. Ja. Aber die hätten dazugestimmt, wenn diese Labour-Forderung nach Neuwahlen innerhalb dieser Aushandlungsfrist, also der Übergangsfrist, wenn das Angebot gewesen wäre von den Tories, ja, dann machen wir eine Wahl, dann hätte Labour da zugestimmt. Könnte natürlich immer noch dazu kommen, wenn jetzt, sagen wir, auf dem Gipfel morgen Frankreich ein Veto einlegen würde, dann hätte die Großbritannien hätte dann nur noch zwei Tage Zeit, um ein Abkommen abzuschließen. Das würde den Druck so erhöhen, dass möglicherweise so ein Deal dann durchgewunken wird, damit man dann die Zeit nutzen kann. Aber Corbyn ist ja aus dem Gespräch gegangen, hat gesagt, der war ganz gut, aber nichts war rumgekommen. Ja, also es gibt aber auch Stimmen, die sagen, dass man sich gerade in dem wesentlichen Punkt der Zollunion doch ein bisschen angenähert hat. Es ist wie bei vielen Sachen beim Brexit, man wird es wahrscheinlich anders nennen, obwohl es das bedeutet. So wie man ja, wie das ganze Thema ist ja, die Quadratur des Kreises. Man möchte im Prinzip aus der EU austreten, aber gleichzeitig drinnen bleiben. Und dafür muss man sozusagen eine vertragliche Grundlage finden. Und ähnlich ist es mit der Zollunion, also man wird es irgendwie anders nennen, aber de facto wird es eines sein. Ja, so jetzt habe ich eine Frage. Thilo hat dich nämlich vor allem eingeladen. Wir haben letzte Woche einen Clip geguckt, den Corbyn veröffentlicht hat, in dem er in so einem Zwei-Minuten-Ding erklärt hat, ich habe mit den europäischen Führern verhandelt und ein Deal Zitat secured, der eine Neuordnung, also Post-Brexit Großbritannien EU regelt. Weißt du, wovon er da spricht? Naja, er war ja damals, als May das vor, glaube ich, zwei Wochen oder einer Woche in Brüssel war, war er ja auch in Brüssel, also vor diesem Gipfel, der vor dem 29. März stattgefunden hat und hat mit Barnier, dem Verhandler, also dem Chefverhandler für die EU gesprochen und Barnier ist ja auf seiner Seite. Also der sagt ja, das, was Corbyn sagt, ist im Prinzip vernünftig. Also die beiden großen Parteien müssen aufeinander zugehen und dann wird sich sicherlich eine Lösung ergeben. Das wollte ja Theresa May bisher nicht, jetzt macht sie es. Also die Frage ist, wie glaubwürdig ist das Zugehen auf Labour oder ist es eine Falle oder wird sie gestürzt werden von ihren eigenen Leuten? Was hat Corbyn denn der EU anderes angeboten? Hat er ihnen einfach nur den Labour-Plan vorgestellt? Ich glaube, auch nur gemeint haben, Barnier findet das ganz gut, was ich hier gemacht habe, weil wir wissen ja, der eigentliche Brexit-Deal, der ist ja gerade nicht secured, weil er keine Parlamentsmehrheit hat. Davon wäre ja so eine egal welche Labour-Idee gerade auch meilenweit entfernt, sowohl jetzt gerade mit dem Parlament, auch wenn man jetzt eine Neuwahl macht, oder? Weil so viel Bewegung, also kann Labour jetzt so viel gewinnen, wenn es jetzt eine Wahl gäbe? Ja, Wahlen wären ja im Prinzip das, was manche Leute als Referendum bezeichnen, also es würde dann die beiden Parteien, die beiden großen Parteien müssten sagen, was sie wollen, das ist ja das, was bisher immer fehlt, und dann könnten die Briten darüber abstimmen, welcher Richtung sie folgen wollen. Also die Entfernung zwischen May und Korbyn, dem Korbyn-Flügel, muss man sagen, ist ja gar nicht so weit, also die beide wollen im Prinzip einen weichen Brexit. Dann gibt es aber noch Gruppen innerhalb der beiden Parteien, die davon abweichen. Also beide Parteiführer sind eigentlich von links und von rechts unter Druck. Da gibt es diese Gruppe, die sich neu gebildet hat, diese Independent Group, die jetzt versuchen will, über eine Verlängerung der Frist an den Wahlen teilzunehmen, weil sie sich davon so eine Art Macron-Effekt erhofft. Das sind Leute, die aus der Tory-Partei kommen und aus Labour, das sind elf Abgeordnete, die haben sich jetzt zur Partei gebildet, die heißt Change UK und die könnte im Prinzip das britische Parteiensystem aufbrechen, wenn es einen ähnlichen Schwung geben würde, wie das damals bei La Republique En Marche bei Macron war. Die Liberaldemokraten haben schon gesagt, sie würden vielleicht sogar ein Wahlbündnis eingehen. Das wären dann sozusagen die hundertprozentigen Remainer, die unbedingt in der EU bleiben wollen. Das wäre dann eine klare Entscheidung und dann fragt sich, wie wird sich dazu Labour positionieren, wie wird sich dazu die Tory-Partei, also die Konservativen positionieren. Ja, aber wenn wir jetzt so eine Snap-Election hätten und diese neue Gruppe da antritt, die müssten ja wirklich ihre Wahlkreise verteidigen, ohne die bisherigen Parteien Labour und Tory im Hintergrund. Wir reden jetzt von der Europawahl. Achso, nee, nee, ich rede jetzt Vorhin haben wir über Neuwahlen national geredet, jetzt geht es darum, die Leute wollen eine Fristverlängerung bis 30. Juni, damit man an der Europawahl teilnehmen muss, damit man dann möglicherweise eine Remain Entscheidung, eine Adresse Veränderung über die Europawahl erzeugen kann. Und diese Gruppe, die hat natürlich sehr viel Unterstützung aus den Medien, aus der Wirtschaft, also ich kann mir schon vorstellen, dass die ein gutes Ergebnis erzielen werden. Ob das dann reicht in diesem Mehrheitswahlsystem in Großbritannien, dass sie genügend Wahlkreise bekommen, das ist natürlich noch die Frage. Aber in welchem Modus wählen die denn bei einer Europawahl, die Briten? Ja, es gibt Europawahlkreise, also sie müssen praktisch in jedem Europawahlkreis, ich glaube, das sind in Großbritannien ungefähr 70, müssen sie halt dann Kandidaten aufstellen. Das werden sie schon hinkriegen, wenn sie vor allem ein Wahlbündnis machen, zum Beispiel mit den Liberaldemokraten, die ja landesweit aufgestellt sind, oder auch mit den Grünen oder mit einigen Regionalparteien. Das könnten ja auch, die schottische SNP könnte sich ja auch dazu entschließen, diesem Wahlbündnis beizutreten. Es wäre dann eine ziemlich starke Kraft, die für Remain votieren würde und dann hätte Labour, sowohl Labour als auch die Konservativen hätten dann ein ziemliches Problem. Ja, weil sehr viele Europäer britischerseits im Europaparlament sitzen und das Parlament in London trotzdem noch das gleiche ist. Aber das wäre eine Aussage und es könnte dann eben auch zu nationalen Neuwahlen führen. Naja, aber wir haben ja letztens in Berlin auch mal überlegt, wenn jetzt zwischen Parlament und Volk so eine große Uneinigkeit herrscht. Also im Parlament gab es ja nie eine Mehrheit für Brexit, aber im Volk irgendwie schon. So, und dann hat plötzlich eine Tory-Minister, Premierministerin, die eigentlich Remainerin ist, in den Brexit geregelt und ihr gegenüber saß ein Oppositioneller, der aber, von dem wir wissen, dass er den Brexit immer befürwortet hat. Quatsch. Aus welchen Gründen auch immer. Was für eine Scheiße. Das ist Bullshit, Stefan. Das ist Bullshit. Also Corbin war immer für Remain. Er hat für Remain Kampagne gemacht, er hat für Remain gestimmt. Ja. Wo ist er in Lever, Stefan? Ne, mach mal, das kann Stefan, das können wir jetzt mal Stefan treten für, es gibt ja auch im Forum Leute, ich nenne sie Angry Remainer, die quasi allen, die nicht Angry Remainer sind, unterstellen, dass sie heimliche Lever sind. Woher hast du, dass Corbin ein heimlicher Lever ist, Stefan? Er ist kein heimlicher Lever, sondern er ist ein Lever. Woher hast du das? Woher hast du denn, dass er ein Remainer ist? Der ist doch, also. Das sind die Fakten, das sind die Tatsachen. Nein, nein, Wolfgang, Wolfgang, misch die dir mal nicht ein. Stefan, woher hast du das? Oder erzählst du einfach nur irgendwelche Märchen? Corbin will Brexit haben und er hat unglaublich lange, selbst als seine Partei mehrheitlich meinte, wir sind ja auf ein zweites Referendum aus, gesagt, nö, so bedingungslos, wie ihr das einfach haben wollt, mache ich das nicht, sondern ich knüpfe das an Bedingungen, die May eh nicht erfüllt. Und deswegen haben wir jetzt die Situation, dass wir eine Labour-Partei haben, die im Grunde auf Remain gehen würde, so wie das ganze Parlament immer eine Mehrheit für Remain hatte. Die waren ja damals auch überrumpelt von ihrem Volk. und Corbin überhaupt null Anstrengung macht, den Brexit zu vermeiden. Also Corbin als Parteivorsitzender muss natürlich versuchen, zu integrieren. Und selbst wenn er ein heimlicher Lieber wäre, muss er versuchen, und das hat er ja auch deutlich gemacht in vielen Reden, er muss versuchen, die Lieber und die Remainer zusammenzubringen, sonst bricht nämlich seine Partei auseinander. Das ist ja dasselbe Problem, das Theresa May auf der anderen Seite hat. Also es kann nicht sein, dass er sich für Remain ausspricht, weil er dann 16 Millionen, 17 Millionen Lieber sozusagen gegen sich hat. Und er kann sich auch nicht für Lieber aussprechen, weil er dann 16 Millionen Remainer gegen sich hat, also die Bevölkerung. Und ähnliche Verteilung gibt es in der Labour-Party. Ich würde sagen, das sind vielleicht 60 Prozent für Remain und 40 Prozent für Lieber. Und er steht ja auch unter Druck von beiden Seiten. Old Labour, und da kommt er ja eigentlich her, also er ist ja in den 80er Jahren sozialisiert worden. Sein Vorbild war Tony Benn. Tony Benn war gegen die EU und im damaligen Wahlprogramm, das ein sehr linkes Wahlprogramm war, 1983. Da wurde natürlich auch klar gesagt, dass man in dieser kapitalistischen EU keine Verstaatlichung zum Beispiel durchsetzen kann. Das würden die Verträge verbieten. Und das ist ja in dem Programm, das Labour heute hat, auch der Fall, dass sie Staatsbeihilfen zum Beispiel für notleidende Industrien beschließen wollen. Das würde wahrscheinlich die EU verhindern. Also es gibt natürlich bei Old Labour, vor kurzem, erst vor ein paar Tagen, hat der ehemalige Partei, Bergarbeitergewerkschaftsführer Ian Lavery gesagt, Also Jeremy, wenn du jetzt ein Referendum befürwortest, dann wirst du in die Geschichte eingehen als der Spalter von Labour. Es entsteht natürlich auch von diesem Old Labour Gruppen unter Druck und die sind gar nicht so klein, also wie man sie vielleicht hier in Deutschland halten wird, weil hier in Deutschland kommen ja eigentlich nur Remainer zu Wort. Ja, erklär uns das mal mit dem People's Vote, also dem zweiten Referendum. Warum hat Labour damit jetzt so ein großes Problem? Du hast ja auch einen Artikel im Freitag geschrieben, hast quasi eine Antwort auf Paul Mason geliefert. Paul Mason hat ja auch gesagt, ach komm, jetzt wir machen einfach ein zweites Referendum und das wird dann schon für Remain ausgehen. Ja, also wie gesagt, er würde, wenn man sich die Remainergebnisse anschaut, dann ist es so, dass England, jetzt nicht Großbritannien, sondern nur England, besteht aus neun Regionen. Acht Regionen davon haben für Leave gestimmt. Nur eine, nämlich London, hat für Remain gestimmt. Labour hat aber sehr starke Wahlkreise, gerade im Norden Englands, da wo strukturschwache Gebiete sind, da waren die Leave-Zahlen meistens so zwischen Mitte 50, also 55 bis 65 Prozent. Viele Labour-Wähler haben für Leave gestimmt, denn die Ungleichheit ist in Großbritannien ja stark gestiegen. Und die fragen sich natürlich, was hat uns die EU eigentlich gebracht? 1975 beim ersten Referendum, das von Harold Wilson initiiert worden ist, damals als Premier, da gab es eine Zustimmungsquote für die EU, also Remain, von 67 Prozent. Jetzt 40 Jahre später, 2016, war diese Quote bei 48 Prozent. Man muss sich doch mal fragen, warum ist diese Zustimmung zur EU um 20 Prozentpunkte gesunken? Diese Frage wird jetzelande überhaupt nicht diskutiert. Und das hängt natürlich mit Erwachsenenungleichheit zusammen. Ich will nur eine Zahl nennen. Die Reichen haben heute eine Lebenserwartung, die um 8,5 Jahre höher ist, als die Leute in den Armenregionen. Das ist gestiegen seit den letzten 20 Jahren um 1,5 Jahre. Die Ungleichheit hat sich verstärkt, die Probleme gerade im Gesundheitswesen, bei den Obdachlosen, bei Arbeitslosigkeit, also all das hat sich verstärkt, vor allem in den nördlichen Regionen Englands, auch in Wales, weniger in Schottland, weniger in Nordirland, sehr wenige in London natürlich. Und diese Leute haben für den Brexit gestimmt, weil sie gesagt haben, also die EU bringt uns einfach nichts. Das ist eine Vereinigung für die großen Konzerne. Die haben die Möglichkeit, überall ihre Waren, ihre Dienstleistungen zu verkaufen. Das Kapital kann sich bewegen. Die Personen können einfach so kommen und können sozusagen Lohndumping erzeugen. Und dafür stehen wir nicht und deswegen wollen wir nicht in der EU bleiben. Und in dieser Zeit damals, als diese neoliberale Phase angefangen hat, ist Corbyn sozialisiert worden. In den 80er Jahren, da hat er angefangen als Abgeordneter und sein Vorsitzender war Tony Benn, das war ein Linker. Also er gehört auch zu Old Labour quasi. Und diese Gruppierung ist natürlich immer noch eine Größe innerhalb der Labour Party. und die kann er natürlich auch nicht vor den Kopf stoßen. Genauso wie die Remainer, die sich um seinen Stellvertreter Tom Watson bilden und die natürlich vor allem im Parlament stark sind, nicht so sehr in der Partei. Warum gehen denn die Remainer und die Eng-Remainer davon aus, dass ein zweites Referendum erfolgreich sein könnte? Also aus ihrer Sicht? Ja, weil... So klar ist das ja gar nicht. Also ich meine, bevor das erste Referendum war, hatte Remain ja auch einen deutlichen Vorsprung und dann wurde im Wahlkampf das egalisiert. Ja, da ist der Hoffnung, die Hoffnung ist da der Vater des Gedankens. Also die glauben natürlich, weil die Umfragen, die vor allem von Remainern in Auftrag gegeben werden oder aus den Remain-Hochburgen kommen, wie London, Oxford, Cambridge, das sind die Remain-Hochburgen, da wird natürlich immer gesagt, ja, Remain, 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 aber das ist halt nicht ganz Großbritannien. Und es kann sehr wohl sein, dass in einem Wahlkampf, der sich um ein zweites Referendum drehen würde, die, gerade die UKIP, also Nigel Farage hat ja schon angekündigt, dass er eine neue Partei gründen würde, die Brexit-Partei, die würden dann, genau wie die Hardliner bei den Tores, die würden Verräter rufen und die würden sagen, jetzt zeigen wir es ihnen richtig. Ihr habt 2016 abgestimmt, eure Stimme wird nicht ernst genommen, jetzt zeigt es ihnen, macht es nochmal. Also das kann durchaus sein, dass das ein zweites Referendum nach hinten losgeht und dass sich die Verhältnisse nicht ändern werden. Umgekehrt, wenn jetzt Remain gewinnen würde, sagen wir mit 52 Prozent zu 48, was würde dann passieren? Dann würden die 48 Prozent sagen, ja, aber das können wir jetzt nicht akzeptieren, wir wollen ein drittes Referendum. Und so geht es dann immer weiter. Also wenn man diese Volksabstimmung nicht akzeptiert, dann macht man quasi eine Endlosschleife. Also dann kann man immer wieder ein neues Referendum verlangen. Etwas anderes ist dieses Referendum, das ja derzeit verlangt wird. Das geht ja nur über den Deal, der ausgehandelt wird. Es geht nicht um Ja oder Nein Europa, sondern es geht darum, wollt ihr diesen Deal oder wollt ihr ihn nicht? Oder wollt ihr einen anderen? Vielleicht stellt man Alternativen. Ja, das wäre die Frage. Also was würde denn so wahrgestellt werden? Der ausverhandelte Deal von wem auch immer und dann Remain oder No Deal or This Deal? Ja, mein Gott, Labour könnte natürlich einen Alternativplan zur Abstimmung stellen. Die Frage ist natürlich, ob ein Referendum so kompliziert sein darf. Also wenn Labour einen Alternativplan hätte, müssten die den natürlich auch mit der EU so weit fertig haben, dass die EU dann auch bei beiden sagt, ja wir akzeptieren, egal wie das ausgeht. und da sind wir auch weit weg. Ja, aber der Alternativplan, den Labour derzeit hat, ist ja keine Remain-Geschichte, sondern es ist ein weicher Brexit. Also das ist kein großer Unterschied zu dem. Ja, aber meinst du, die EU würde sich darauf einlassen, wenn Großbritannien jetzt sagt, wir haben zwei Parteien, die gehen in den Wahlkampf, die einen haben mit euch schon ausverhandelt und jetzt müsst ihr genau den gleichen Segen auch nochmal für die Labour-Idee geben und dann fühlen wir uns gebunden an das, was ihr auf der Insel da macht. Das ist ja auch so ein Szenario, was man sich schwer vorstellen kann. Die EU ist natürlich nicht ganz so einig, wie das nach außen hin demonstriert wird mit dieser großen Einigkeit. Also natürlich gibt es Unterschiede zwischen Frankreich, den Niederlanden, Deutschland, Italien und anderen. Also da wird man wahrscheinlich intern einfach bestimmte Sachen aushandeln. Dann wird Frankreich sagen, wenn wir jetzt einer Fristverlängerung zustimmen, dann müsst ihr uns was dafür geben. Also auf anderem Gebiet. Eigentlich muss man sagen, wenn man die französischen Vorstellungen nimmt, die Macron in seiner Sorbonne-Rede 2017 entwickelt hat und stellt dagegen die Bloomberg-Rede von Cameron, die er 2013 gehalten hat, die ja der Beginn dieses Referendums war, wo er das versprochen hat. Dort hat er auch seine Reformvorstellungen für die EU dargelegt. Und diese beiden Vorstellungen von Macron und David Cameron, die sind diametral unterschiedlich. Also der eine will weniger EU, der andere will mehr EU. Und in fast allen Fragen sind sie auf Gegensätze gepolt. Deswegen muss man sagen, ich verstehe nicht, warum man die unbedingt drin halten will, wenn sie gar nicht drin bleiben wollen. Also man kann ja, die Welt wird nicht untergehen, wenn die Briten rausgehen und sich dann doch in irgendeiner Form an den Binnenmarkt und anbinden. Aber siehst du wirklich noch so große Beharrungskräfte auf Seiten der EU? Ich meine, es werden jetzt Vorträge gehalten, Hans-Werner Sinn und so, wie schlimm so ein Brexit wirklich wäre, auch für Deutschland. Und das verunsichert einen natürlich auch, aber ich glaube... Ja, für bestimmte Industrien ist es natürlich schon ein Problem, zum Beispiel für die deutsche Autoindustrie. Und das ist ja ein wichtiger Punkt. Also da würde sich schon einiges ändern. Und natürlich ist es ein Statement, wenn sich die Briten quasi wie Trump als EU-Gegner positionieren würden. Das könnte man ja aber verhindern, indem man einfach ein bisschen weiter entgegenkommt und dass man dann eben mit, in der Hoffnung, dass sich eine Art, entweder jetzt eine große Koalition bildet oder dass Labour die Regierung übernimmt und dann einen sehr weichen Brexit aushandelt. Oder vielleicht wird man auch dieses irgendwann zurückziehen, wenn sich das noch über Jahre hinziehen sollte, dass man den Artikel 50 zurückzieht. Ja, also schwingt bei dir noch... Also ich bin mittlerweile... Ich denke, wir werden in ein, zwei Monaten irgendwann so ein Hard-Brexit-No-Deal erleben. Wirklich? Nein. Ich sehe jetzt erst mal wenig, was dagegen spricht, ehrlich gesagt. Also ich glaube, dass May und Corbyn sich auf irgendeine Form verständigen werden, weil sie sehen, dass ihre Parteien zerbrechen könnten. Dass das ganze britische Parteiensystem auseinanderbrechen könnte. Es würde zu Lasten von den Tores und von Labour gehen. Wir haben ja, also wenn man jetzt ein bisschen den Fokus ein bisschen weiter aufzieht, wir haben in den drei alten Demokratien, die ihre Demokratie quasi im 18. Jahrhundert begründet haben. Also USA, Frankreich und Großbritannien ja die gleichen Probleme. Das sind alles drei Mehrheitswahlsysteme. Die bilden schon lange nicht mehr die Ausdifferenzierung der Gesellschaft ab. Und jetzt sind sie in Probleme gekommen. In den USA durch den Kandidaten Trump ist die republikanische Partei und in indirekter Weise auch die demokratische natürlich schwer angeschlagen und etwas geschreddert worden. Und in Frankreich hat die Bewegung von Macron die beiden großen Parteien geschreddert. Und dasselbe passiert jetzt in Großbritannien. Also die drei alten Demokratien kommen jetzt in die Probleme, in die die peripheren europäischen Staaten wie Griechenland, Spanien, Italien schon vor einigen Jahren gekommen sind, als deren Parteiensysteme zusammengebrochen sind und sich was Neues entwickelt hat. Und ich kann mir vorstellen, dass das einfach eine Entwicklung ist, die jetzt über Großbritannien hinausgeht und auch stärker ist als dieser eine Brexit-Fall. Am Brexit, der hat sozusagen das Zeug, um die britische Parteienlandschaft umzuwälzen. Ja, aber wäre das jetzt so schlimm? Also Frankreich steht ja auch immer noch und ich meine, am Ende ist mir wichtig, dass es meinen britischen Gleichaltrigen gut geht und der Brexit würde bedeuten, dass es ihnen faktisch schlechter geht. Dann ist mir doch erstmal egal, ob die britische Parteienlandschaft neu geordnet wird. Nein, das ist natürlich eine, also ich würde sagen, eine positive Entwicklung, weil sie sich anpassen müssen an die moderneren Verhältnisse. Deutschland hat nicht aus eigenem Können, sondern weil sie mussten, ein moderneres Wahlsystem. Also und die können natürlich sehr viel flexibler auf Veränderungen reagieren. Das kann Großbritannien nicht mit diesem Mehrheitswahlsystem, wo es immer nur um eine Partei oder die andere geht. Wenn man ein Verhältniswahlrecht hätte, wo sich sehr viel mehr die gesellschaftlichen Verhältnisse im Parlament abbilden würden, dann wären die auch im Parlament gezwungen, sehr viel stärker Koalitionen zu schließen, über die Parteigrenzen hinweg zu gehen. Und das sind sie bisher nicht gewohnt und deswegen tun sie sich so schwer damit. Also diese Entwicklung ist wahrscheinlich notwendig und deswegen sollten wir auch nicht dazu übergehen, also das immer als Chaos zu bezeichnen. Das ist einfach ein notwendiger, schmerzhafter Prozess. Der dauert ein bisschen länger in Demokratien. Aber wenn man sich die Debatten anschaut im britischen Parlament, das ist doch einfach überzeugend. Wir dürfen nicht dazu kommen, dass wir das alle für eine Schwarzbude halten. Das war so ein Nazi-Begriff, der für das Parlament bedeutete, bedeutete, dass es in der Bevölkerung dann quasi als unbedeutend, als überflüssig gesehen wurde. Und das ist ja gerade bei dieser Europawahl auch ein Thema. Also weil ja auf der einen Seite stehen im Grunde genommen Zentristen wie Macron, auf der anderen Seite Populisten. Und in diesem Konflikt, glaube ich, sollten wir ein bisschen gelassener auf dieses Brexit-Drama schauen und nicht immer von Chaos sprechen. Ja, also wenn man den Remaniacs-Podcast verfolgt, da wird ja schon ganz anders über Politik gesprochen, als wie wir das kennen. Also wie viel ziviler diese englische Sprache gibt da irgendwie viel mehr her. Keine Ahnung, fällt mir immer so auf. Nicht so dieses Gebrülle, wie im Aufwachen-Podcast oder so. Keine Ahnung, ja. Also da wird mit Nuancen und so gearbeitet. Passt natürlich gar nicht zu dem Bild, wie uns die Schwarzbude da so dargestellt wird in ARD und CDF. Aber wenn sich jetzt... Ja, ganz kurz dazu... Ja, liest immer die Kommentare durch, die unter diesen Artikeln stehen, weil ja in den Artikeln meistens gesagt wird jetzt, wie lange wollen die uns noch damit belämmern und dann liest die Kommentare drunter. Das ist nicht gerade... Du guckst da wahrscheinlich auch Tagesthemen heute-Journal. Wie bist du mit den, sag ich mal, mit den deutschen Korrespondenten in Großbritannien zufrieden? Geben Sie uns ein gutes Bild über den Stand bei den Brexit-Verhandlungen? Ja, also ich würde es jetzt nicht wegen ihrer journalistischen Arbeit kritisieren, sondern vor allem deshalb, dass im deutschen Fernsehen kommen fast nur Leute aus London zu Wort. Das ist genau diese akademisch bildete Mittelschicht, die natürlich für Remain ist und die den Deutschen dann aus dem Herzen spricht. Es ist eine sehr einseitige Angelegenheit. Wenn man mal einen Lieber einlädt, dann ist es irgendeine Randfigur, der vielleicht dann auch noch schlecht rüberkommt in Talkshows. Aber ansonsten ist es eine reine Remain-Geschichte und niemand will verstehen, warum die Briten da aussteigen. Und diese entscheidende Frage, die ich ja ganz am Anfang des Gesprächs genannt habe, dass nie wird darüber diskutiert, warum die Briten zu, also die Zustimmung zur EU in den letzten 40 Jahren um 20 Prozentpunkte gesunken ist. Das sieht man ja an den Ergebnissen der beiden Referenten 1975 und 2016. Und darüber müsste man eigentlich reden. Und das würde dann dazu führen, dass man über Reformen in der EU sprechen muss. Aber jetzt würde ich mal eine Frage nochmal stellen. Wenn wir in Großbritannien ein parlamentarisches System haben, das seiner zentralen Aufgabe nicht mehr nachkommt, nämlich Enttäuschung aus der Bevölkerung zu absorbieren und in politische Macht umzumünzen und da eine Neuordnung stattfindet und zeitgleich dieser Brexit ansteht, bei dem du sagst, da müssen sich jetzt May und Corbyn gemeinsam zusammenfinden und einen Weg finden, während wir aber, wenn wir den politischen Naturgesetzen folgen, sagen, naja, aber diese Parteien, die sind seit 200 Jahren auf Konkurrenz getrimmt, die werden sich natürlich keinen Millimeter medialen Raumgewinn gegenseitig erlauben. Ja, also die sind einfach Konkurrenten. Die kann man jetzt zwar sagen, ey, ihr müsstet aber eigentlich mal kooperieren, aber eigentlich sind das in ihren Herzen Konkurrenten und so kennt man die auch nur. Die können doch jetzt nicht das Volk, das eh schon nicht mehr weiß, wohin mit seiner politischen Enttäuschung, noch mit so einer Pseudokooperation, um den Brexit zu absolvieren, irgendwie ein No-Deal-Szenario abwenden oder was? Ja, aber das ist nun mal die Aufgabe von Parteivorsitzenden. Also mir fällt auf, dass es gibt schon gewisse Ähnlichkeiten zu dem, was Willy Brandt damals passiert ist, als er die Ostverträge machen wollte. Der ging ja auch zunächst in eine große Koalition, wurde scharf angegriffen, ähnlich wie Jeremy Corbyn. Also der wird ja ständig noch als Marxist und als Trotzkist und als Antisemit und als Terroristenfreund etc. bezeichnet. Ähnliche Vorwürfe gab es damals bei Willy Brandt. Ich kann mich an Demonstrationen erinnern, Brandt an die Wand und da gab es ja auch schon sowas wie eine rechtspopulistische Bewegung, Aktion Widerstand hieß sie damals. Und die beiden Vorsitzenden, die noch nie miteinander gearbeitet haben in Großbritannien jetzt, die müssen sich sozusagen jetzt zusammenraufen. Es gibt ja schon Ansätze, dass dieses Mehrparteien-System durchbrochen wird. Also die letzte Regierung, die jetzige Regierung muss von der nordirischen Duke gestützt werden. Die davor, die Regierung Cameron war mit den Liberaldemokraten zusammen, bevor er dann wieder die absolute Mehrheit bekam. Und also es gibt ja schon so Durchbrechungen und das wird zunehmen. Und ich glaube, dass das britische Wahlsystem reformiert werden muss. Also jetzt ist es so, dass zum Beispiel eine Partei, die vier Millionen Stimmen bekommt, durch diese Mehrheitswahlkreise vielleicht einen Sitz im Parlament hat. Während zum Beispiel eine Regionalpartei wie die schottischen Nationalisten, die mit der Hälfte der Stimmen, die haben weniger als zwei Millionen und kommen auf über 30 Sitze. Also diese Art Verzerrungen, die es im britischen Parlament gibt, die könnte man durch einen entweder modifiziertes Mehrheitswahlrecht oder Verhältniswahlrecht oder Kombination aus beiden beseitigen. Und dann würde sich auch die britische Gesellschaft mehr und stärker wieder im Parlament wiederfinden. Also bei allem Respekt vor den großen Traditionen dieses Hauses und unserer Vorliebe für den Speaker John Bercow, aber das ist einfach 18. Jahrhundert, was da stattfindet. Das Interessante ist ja auch, Brexit riskiert ja auch was, wenn sie Neuwahlen haben wollen. Sie könnten ja auch verlieren, beziehungsweise zum Beispiel in Schottland könnte die S&P immer nur sagen, Tories und Labour sind die Brexit-Parteien, wir machen hier, wir bleiben, wir wollen bleiben. Also wird die S&P sogar noch Stimmen von Labour gewinnen und Labour könnte netto sogar noch verlieren. Also Labour will ja eine Neuwahl, weil sie glauben, dass sie die absolute Mehrheit bekommen. Aber ich glaube, wenn sie die Wahlen gewinnen, dann nur mit einer Koalition. Und dann müssen sie wieder Kompromisse eingehen. Also dann können sie auch ihr Labour-Programm nicht durchsetzen. Ja, also ich denke, die Frage, vor der die beiden großen Parteien stehen ist, wird es nur Abspaltungen geben an ihren Rändern oder werden sie sich komplett spalten und zerlegen? Also und diese Frage müssen sich diese beiden Vorsitzenden stellen und was sie sozusagen als bestes Szenario mitnehmen können wäre, dass sie sagen, es gibt nur ein paar Abspaltungen und so, ein paar Abgeordnete links und rechts und vielleicht wird sich eine eigene Partei bilden, aber wir bleiben im Grunde genommen die beiden großen Parteien und Labour hat den Vorteil, dass es sich erneuert hat. Labour hat ja vor drei Jahren, also im Zuge der Wahl von Corbyn die Parteimitgliedschaft verdreifacht, die sind ja heute 550.000 Mitglieder, das ist die größte sozialdemokratische Partei in ganz Europa, während die Konservativen diesen Prozess noch vor sich haben. Man muss sich mal das vorstellen, die Konservativen hatten in den 80er Jahren 1,5 Millionen Mitglieder. Was schätzt ihr, wie viele haben sie heute? Warte mal, in den 80er Jahren, als England noch sehr viel weniger Einwohner auch hatte. Also unter Thatcher hatten wir 1,5 Millionen. Heute 200.000. 124.000. Oh. Dann sind total überaltert. Also die haben den Prozess, den Labour schon hinter sich hat, noch vor sich. Und deswegen wäre bei Neuwahlen meines Erachtens der Vorteil bei Labour. Und deswegen ist auch, also meine Meinung ist, dass Neuwahlen die sauberste Lösung wäre, um auch den Brexit zu entscheiden. Das ist ja Theresa May zu Gast bei Merkel. Was wäre denn aus Mays Sicht das Best-Case-Szenario? Also Merkel hält sich ja meistens raus und wartet ab. Also ich schätze mal, sie wird warten, so lange, bis May auch bei Mark Rowe war. Und dann werden sie miteinander telefonieren, was sich da ergeben hat. Und dann wird man eventuell noch irgendeinen Deal machen müssen, warum die Franzosen einer Fristverlängerung zustimmen, für die die Deutschen ja sind, genau wie Donald Tusk. Aber wie diese Fristverlängerung aussieht, wissen wir heute noch nicht. Ob das jetzt der 30. Juni sein wird oder ein ganzes Jahr oder nur der 22. Mai oder ob es irgendein Veto gibt. Das könnte ja auch mal Italien ein Veto machen. Und dann müssten halt, dann müsste die britische Regierung mit der Opposition innerhalb von zwei Tagen ein Abkommen schließen oder irgendeinen Deal, der durchs Parlament gebracht wird. Aber gibt es einen Best Case für Theresa May, sodass sie in einem halben Jahr noch im Amt ist? Prognosen sind schwierig, vor allem, wenn sie die Zukunft betreffen. Das wissen wir nicht. Also wir können sagen, diese European Research Group, die Theresa May loswerden will, das sind die Hard Brexiter, das sind vielleicht 30 Abgeordnete. Ob das ausreicht, um Theresa May zu stürzen, weiß ich nicht. Es gibt 25 Abgeordnete bei Labour, die gesagt haben, Corbyn solle auf May zugehen. Das sind ungefähr die Zahlen, die jetzt diese Hard Brexiter ersetzen könnten bei einer Abstimmung im Parlament, um diesen Deal noch durchzukriegen. aber es gibt so viele Gruppen inzwischen, ob die sich irgendwann als eigenständige Gruppen konstituieren, wissen wir noch nicht. Das kommt wahrscheinlich sehr stark auf diesen Kompromiss an, den die beiden aushandeln, aber das kann auch scheitern. Also bisher sind ja die Auguren sehr unterschiedlich. Die einen sind pessimistisch und die anderen sagen, die kriegen schon noch was hin. Also wir wissen das schlicht und einfach nicht. Das wird sich in den nächsten Tagen zeigen. Der wahrscheinlichste Fall ist irgendeine Form von Verlängerung. Glaube ich nicht. Ich glaube, das kann man, das ist so, mir kommt so vor, dieses Einjahr Verlängerung, weil TUS das irgendwie sagte, das scheint mir so eine deutsche Brille irgendwie zu sein. Wenn man schon nach Frankreich guckt oder so. Dieses Thema, also was würdet ihr denn sagen, wie sich das entwickelt? Also ich glaube, auf Seiten der EU-Verwaltungsebene gibt es mittlerweile sehr viele, die sagen, Schluss jetzt mit dem Scheiß. Das geht jetzt, also wenn es an die EU-Wahl geht, geht das an uns, dann wissen wir, dann kann es, also ich glaube, dieses Narrativ, was gerade so durchgeprügelt wird, das schwappt über auf die EU, das ist eine ernsthafte Gefahr, die auf dieser Verwaltungsebene tatsächlich thematisiert wird und auch als Bedrohung gesehen wird und wenn politische Vorschläge kommen, beispielsweise aus Deutschland, um die Autoindustrie zu schützen und dann wird der Tuske vorgeschickt, keine Ahnung, wie sich sowas dann ergibt, dann sind das so Nebelkerzen. Ich glaube nicht, dass es dafür, also für ein Jahr Verschiebung, das kann ich mir wirklich nicht vorstellen, dass die EU dazu beschlussfähig ist, das mehrheitlich durchzusetzen, weil das beginnt in Frankreich, das sind sehr viele Länder, die einfach keinen Bock mehr drauf haben, dass die Briten da als Troublemaker nach so vielen Jahren dann nicht konsequent genug sind und es gibt halt auch in Großbritannien oder in England wirklich die Hardliner-Fraktion, die da recht geschlossen steht und sagt, nee, wir wollen jetzt raus, wir wollen uns hier nicht betrügen lassen und wir lassen uns erst recht nicht betrügen, wenn die EU da mitmacht, ja, wenn die EU jetzt mit London das irgendwie ausklüngelt. Ich glaube, der entscheidende Faktor ist Frankreich. Wenn Frankreich sagen würde, nee, es reicht's. Aber so sind die gerade drauf, so will ich das sagen. Ja, so sind die gerade drauf und das wäre vielleicht auch für Macron eine Möglichkeit, sich sozusagen als der politische Führer Europas zu, napoleonisch zu krönen. Er könnte dann sagen, ich habe das jetzt entschieden, zack, und ich glaube, in der Bevölkerung würde das eine große Zustimmung finden. Na, auch bei seinem ganzen politischen Apparat, was die Stimmrechte angeht, denn Frankreich profitieren quasi alle. Und das, was Frankreich will mit der EU, ist ja so komplett anders als das, was die Briten mit der EU wollen. Allerdings hat er halt relativ wenige Verbündete, also sowohl die skandinavischen Staaten haben sich gegen ihn ausgesprochen, also es gab ja diesen Brief von dem niederländischen Parteichef und Regierungschef Rute, zusammen mit den skandinavischen und den baltischen Staaten, die gesagt haben, nee, deine Reformvorstellung für die EU, gehen uns zu weit. Und dann gibt es Österreich, Ungarn und die ganzen osteuropäischen Staaten. Also er hat wenig Verbündete, aber er könnte natürlich sozusagen das Risiko laufen. Da wird er abwägen, was ihm das bringen würde. Ansonsten würde er sich halt mit Merkel irgendeinen Deal ausdenken, wo Deutschland den Franzosen entgegenkommen muss, wenn sie jetzt sagen, okay, dann machen wir halt den. Aber Merkel ist jetzt auch kurz vorm Abschluss, ne? Vorm Abschluss? Naja, ob man mit Merkel jetzt noch so dealen kann im Sinne von, große Pläne und so weiter. Wann, wenn nicht jetzt? Naja, aber ich meine, Macron sieht ja auch, dass es, also das AKK zum Beispiel nicht sehr viel Rückhalt hat. Und Macron wünscht sich auch eine kleinere CDU, so in der ganzen Gemengelage. Und die kann er durchaus haben, wenn das erstmal alles so ganz ruhig dahin läuft, wie es halt in Deutschland geplant ist, weil hier stehen irgendwann Bundestagswahl an und es muss ein Übergang organisiert werden von Merkel weg. Und ja, in dieser Gemengelage kann ich mir schon vorstellen, dass Macron auch die Dinge, wie sie gerade laufen, gutiert, aber die müssen dann eben auch konsequent so laufen. Und wenn man da jetzt... man könnte zum Beispiel Zugeständnisse erreichen beim Eurozonenhaushalt oder bei anderen Fragen, die Frankreich wichtig sind. also das wäre schon möglich. Am nächsten, wenn man sich die Europawahlprogramme der deutschen Parteien anguckt, sind, glaube ich, SPD und Macron. Da decken sich doch sehr viele Forderungen. Ja. Ja. Aber die CDU hat eigentlich außer ein paar Phrasen wenig im Europawahlprogramm stehen. Gar nichts, gar nichts. Wir lehnen alles ab, was irgendwer... Ja, doch, sie sind ähnlich wie die eher auf der rechten Seite des Parlaments sitzenden Parteien. Die wollen im Grunde so eine Nachtwächter-EU. Also hauptsächlich Grenzen sichern und Militär aufbauen. Ist dann Katharina Barley für dich als alten SPDler eine Hoffnungsträgerin? Macht sie einen grandiosen Wahlkampf? Sie will ja eine positive EU-Erzählung uns nahe bringen. Wird sie damit 30 Prozent oder mehr holen? Glaube ich nicht. Also der Wahlkampf hat ja erst begonnen, was sich da entwickeln wird und wie stark da diese Auseinandersetzung sein wird zwischen Nationalismus und EU. Und da wird die EU natürlich immer ein bisschen heilig gesprochen dabei, ohne dass es um konkrete Dinge geht. Das weiß ich nicht. Also wenn man sich die bisherige Entwicklung anschaut, dann muss man sagen, es gab ja in der im Europäischen Parlament fast nur große Koalitionen zwischen Sozialdemokraten und Christdemokraten und Liberalen, also eine ganz große Koalition und die wird sich jetzt noch verstärken gegen die sich wahrscheinlich verbessernden Ränder bei der Europawahl. Und an Planungen, also sie haben zwar ganz gut reagiert auf Macron, aber sonst ist er wenig gekommen auf diese Reformvorschläge, die er da in seiner Sorbonne-Rede geäußert hat. Er will zum Beispiel einen gemeinsamen Außenminister, einen gemeinsamen Wirtschafts- und Finanzminister. Das findet sich im SPD-Programm ja wieder. Sogar also eine gemeinsame Verteidigung, also möglicherweise auch einen gemeinsamen Verteidigungsminister. All das ist ja eine Vertiefung der EU und eine größere Verflechtung und Zusammenschluss. Das ist ja das, was die Konservativen alle überhaupt nicht wollen. Sie wollen im Grundsieb zurück zu diesem de Gaulle-schen Modell des Europas der Vaterländer. Ja, aber sie trauen sich nicht, das deutlich zu sagen. Also die SPD wird sicherlich keinen fulminanten Wahlkampf und auch kein fulminantes Ergebnis erzielen. Die Frage ist wirklich, was die Liberalen zum Beispiel möglicherweise gestärkt in das Europaparlament zurückkommen. Unsere Liberalen? Die Liberalen insgesamt auf europäischer Ebene, also die alte Parteien, die in dieser Fraktion zusammenstehen. Die guten Liberalen wie Martin Sonneborn. Bei Hofstadt und so, meinst du? Ja. Nicht nur bei Hofstadt, aber eben auch La Republique en Marche und was ich jetzt in der Slowakei ist jetzt liberale Präsidentin gewählt worden. In Finnland gibt es ähnliche Entwicklungen. Also das könnte sein, dass ich ein ganz neues, es wird nicht mehr dieser Konflikt konservative Sozialdemokraten bestimmend sein, sondern das Ganze wird sich ein Stück nach rechts verschieben und es wird ein Zentrum sein, das sich gegen die Rechten positioniert. Also darum wird es gehen. Also Zentrum gegen rechts. Früher war es links gegen rechts. Also du kannst sagen, es wird sich eine Rechtsverschiebung ergeben. Was daraus wird, wissen wir noch nicht. Damit wir den Kreis hier mal schließen und zum Ende kommen. Ich frage mich ja, wenn es jetzt eine Extension gibt, wovon ich ausgehe, müssen die Briten ja bei der EU-Wahl antreten. Also da müssen sie jetzt innerhalb von vier Wochen eine Wahl organisieren. Das wird ja lustig. Ja, angemeldet haben sie es ja. Sie haben ja schon die Vorbereitungen getroffen. Sie haben auch in einem Schreiben der konservativen Partei gesagt, sie bereiten sich darauf vor. Der 24. April ist der letzte Tag, wo man Kandidaten aufstellen kann, nominieren kann. Und Change UK, diese Partei, die sich aus der Independent Group gebildet hat, die wird ja auch antreten. Und die vor allem will es natürlich, dass es zu dieser Verlängerung kommt. Dann können sie eben in der Europawahl zeigen, dass die Remain-Fraktion in Großbritannien sehr viel stärker geworden ist. Und eben anders, als das beim Referendum entschieden worden ist, sich die Stimmung in Großbritannien um 180 Grad gedreht hat. Ob es dann tatsächlich so ist, das wollen wir noch mal recht gestellt lassen. Ja, aber ich meine, Sie haben sich zur Wahl angemeldet, ist im Sinne zu verstehen. Stellt euch mal die Nachrichtenlage vor, wenn Sie das nicht gemacht hätten. Naja, das ist schon erstaunlich. Innerhalb von wenigen Tagen, Sie haben das gemacht und sofort sind eben andere darauf angesprungen, also wie die Liberaldemokraten und andere. Es könnte sich da schon ein drittes Zentrum bilden zwischen Labor und Konservativen. Und das würde dann tatsächlich dafür sorgen, dass dieses britische Mehrheitswahlsystem aufgebrochen wird. Gut, also warten wir weiter auf die Königin, dass sie anklopft an der Tür und sagt, wir ziehen zurück. Wir denken neu nach und wenn Prinz William in 25 Jahren hier übernimmt, könnte ein zweites Versuch wagen. Also Phoenix wird sich bestimmt freuen, dass Ihnen das Thema noch erhalten bleibt. Oh, das kann sein. Wir streiten ja schon das halbe Programm damit. Das kann sein. Wolfgang, vielen Dank. du hast ein bisschen Licht in die Schattenwelt der Brexit-Verhandlung gebracht. Vielen Dank dafür. Licht nennt ihr das? Licht nennt ihr das? Ja, aufwachen, Podcast. Die Sonne geht aus, Licht geht an, zack, sind wir erleuchtet. Ja, ich wünsche euch alles Gute. Bleibt dran. Ja, bleiben wir. Bis bald, Wolfgang. Ciao. Tschüss. Bis bald. So, das war jetzt sehr viel Brexit. Mal gucken. Ich bin ja dafür, dass es so kommt, wie ich vorher gesagt habe, da bin ich am Ende Recht hatte. Mir doch scheißegal, was mit den Engländern. Nee, war ein Scherz. Also ich trauere mit allen mit, aber ich sehe mittlerweile nur noch eine Einbahnstraße vor mir. Wenn Europa, die EU, ein Körper wäre, dann ist Deutschland natürlich der Motor Europas. Ich schätze mal die Lunge oder der Magen Europas. Ja, ohne uns geht nichts. die Briten sind ja quasi die Briten sind ja quasi ein Bein und wenn, nee, es muss ein Organ sein. Also die Briten sind dann quasi die Leber und die Leber will jetzt raus aus dem Körper. Brauchen wir dann quasi eine Organspende, die die Leber ersetzt? Also brauchen wir dann quasi ein neues Mitglied? Nein. Also gibt es also noch keine Organspendenpflicht auf europäischer Institutionsleben? Europa ist ja kein Körper. Also sehr guter Brückenbau zur Organspende, über die reden wir jetzt. Allerdings bringt jeder Körper alle Organe, also jeder Körperteil bringt alle Organe mit sich. Es gibt bei Star Trek sehr interessante Aliens, die genauso funktionieren wie auf unserer Erde die Salamander. Man schlägt den Schwanz ab und dann wächst einfach ein neuer nach. Ja, gut. Also, Organspende. Wir lassen uns natürlich von Klaus Kleber einführen, denn es geht hier um große Fragen. Guten Abend. Und starten wir mit einer Grundfrage. Haben wir ein Recht darauf, in Ruhe gelassen zu werden? Mit schwierigen Fragen. Von dir? Auch wenn Menschenleben davon abhängen, ob wir Ja oder Nein sagen. Schöner wäre es natürlich, wir hätten Ruhe. Leichter jedenfalls. Für die meisten. Nicht für die Menschen, um deren Leben es geht. Ja, ich bin nur hergerissen, aber... Das muss auf dein Soundboard. Also, lieber hätten wir Ruhe. Ja, ein Recht auf Ruhe gelassen zu werden. Also, ich finde dafür, dass man ja immer irgendeine Idee braucht für seine Handmoderation, gerade wenn es die erste ist. Und das man dann hier einfach mit so einem... Ja, ja, also... In Ruhe gelassen. Ich muss mal kurz den Stromstecker einschließen. Was ist denn hier los? Das ist live. Das ist Podcast. Das ist Podcast. Wir sind hier nicht... Wir sind hier nicht bei den professionell produzierten Radiosendungen der großen Medienhäuser. Ey, meine Kinder haben den Strom ausgeschaltet hier. Unglaublich. Gut, jetzt ist er wieder an. So, Organspende. Die Moderation finde ich sehr gelungen. Also, Recht in Ruhe gelassen werden. Man fragt sich ja immer, wenn man in so eine Sendung einsteigt, was ist das eigentliche Thema? Organspende? Was liegt eigentlich darunter für ein Thema? Und Recht auf Ruhe gelassen werden, finde ich, ist ein ziemlich gutes Thema. Weil das ist ja eigentlich die Idee der Politik. Dass es nämlich jemand anders macht. Dass nicht alle mitmachen müssen. Dass irgendwo ein Repräsentant ist, der für dich und so weiter und so fort. Ja, und deswegen Recht auf Ruhe gelassen werden. Also, mutig, das so zu machen. Aber ich finde, ein gelungener Einstand in dieses Thema. Naja, jedenfalls, jetzt gibt es Rebellen im Bundestag, was unsere Ruhe angeht. Hast du, warte mal, hast du eigentlich auch Klaus' sensationelles Anmoderationen zu Sachen NATO-Krieg und so mitgebracht? Hallo. Oh, ich freue mich. Je nachdem, wie viel Zeit wir noch haben, ist ja schon ein bisschen Zeit. Das machen wir heute. Das machen wir heute. Gut, 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 gut. Ja, jetzt sind wir erst mal beim Krieg im Wohnzimmer, nämlich in Ruhe gelassen zu werden. Also, Rebellen im Bundestag. Eine Gruppe von Bundestagsabgeordneten will uns diese Ruhe nehmen in der Frage, ob wir bereit sind, unsere Organe zur Verfügung zu stellen nach unserem Tod. Ja, gibt es ein Recht auf Bequemlichkeit? Und wenn ja, darf dir der Bundestag das nehmen? Sehr gute Fragen. Ich meine, alles, was inhaltlich relevant ist, haben wir schon sehrfach häufig hier diskutiert. Wenn ihr Organspender seid, stellt euch nicht an irgendeine Schlange oder füllt einen Zettel aus, sondern schreibt es in die Infos von eurem Sperrbildschirm, sodass, wenn jemand rufen kann, ja, das ist ein Organspender, dass man kurz im Handy einfach nur auf den Infobutton klickt und dann sieht man auch im Sperrbildschirm, ich bin ein Organspender. Und da man diese Info nur selber ins Handy reinschreiben kann, man muss sich nämlich autorisieren mit Fingerabdruck oder wie auch weiter, hat man, ist man da aus, hat man sich ausdrücklich, äh, Du hast doch wahrscheinlich immer, außer beim Sport vielleicht, äh, dein Portemonnaie dabei. Never. Und da hast du? Never. Nö. Du hast nie dein Portemonnaie dabei. Also wenn ich es nicht muss, nicht. Nö. Mein Handy habe ich immer dabei und das ist das Einzige, was ich immer dabei habe. Ja, aber selbst am Handy kannst du dir da so ein Kartending ran machen für Bankkarten und so weiter. Ja, da habe ich Lust drauf, genau. Ja, aber wie, wenn du, wenn du draußen bist, wie bezahlst du denn? Also ich kann mir mein Handy bezahlen und wenn ich was bezahlen will, nehme ich mir halt einen 5-Euro-Karten oder so. Ja, also ich nehme, ich habe tatsächlich, ich, wenn ich reise, habe ich auch niemanden an meinen Personal das weiß dabei, was dann immer wieder mal zu Problemen führt. Weißtens reicht es im Hotel seine IKK, also seine Krankenkassenkarte zu zeigen oder zu sagen, ah, ich habe einen Wikipedia-Artikel, da ist auch ein Bild drin. Ja, ich wäre, ich wäre für ein verpflichtenden Tattoo-Studio-Besuch von Stefan Schulz, um sich quasi Ja, aber was spricht jetzt gegen das Handy? Warum, warum wetterst du jetzt so gegen den Eintrag im Handy? Das hatten wir ja eigentlich schon als auch noch eine Empfehlung an die Welt hinausgegeben. Das wollte ich jetzt nicht verstanden wissen, dass ich dagegen bin. Ich wollte nur andere Alternativen aufzeigen. Also bei mir ist es in meinem Portemonnaie. Genau. In my wallet, not my e-wallet. Ja, ihr braucht halt am besten schriftlich im Handy, das ist schriftlich so weit. Also im Handy ist es schon ganz gut. So, Jens Spahn meldet sich zu Wort. Zu Recht, denn es ist sein Themenbereich. Die ganz große Mehrheit der Deutschen ist ja angeblich für Organspende. Aber nur eine Minderheit trägt den nötigen Spendeausweis. Die Initiative um Jens Spahn und Karl Lauterbach will eine Kehrtwende. Jeder soll Ja oder Nein sagen müssen. Schweigen, und das ist der Punkt, gelte als ein Ja. Auch damit soll die Lücke geschlossen werden und viele Menschen länger leben. Ich würde mir wünschen, wenn Klaus auch über andere Umfragegebnisse so redet. Die meisten Deutschen wollen angeblich eine andere Regierung. Die meisten Deutschen finden, dass angeblich Angela Merkel die beste Politikerin ist, laut Politbarometer. Ja, also wir haben hier ein sehr interessantes Problem, das du gerade ansprichst, nämlich wir haben hier es mit einer Umfrage und mit einem Thema zu tun, das man im Großen und Ganzen als ein Desiderat beschreiben kann. Man wünscht es sich so gerne, es ist eine Lücke im System, man muss sie füllen, hier geht es um Leben und Tod. Wollen wir nicht eigentlich, dass es viel besser ist, wir haben alle so gute Ideen. So, dann führt man so ein System ein, lässt fünf Jahre ins Land laufen, die Zahl der Organspenden steigen, weil es sehr viel mehr Organspende jetzt gibt. Du hast aber dann plötzlich drei Fälle, ja, dann sind es plötzlich vier Fälle im Jahr, wo es nicht so ganz koscher zuging, sieben Fälle, wo jemand doch nochmal Abschied nehmen wollte, aber es musste leider so schnell gehen, an der Stelle, wo man mit dem Fahrrad überfahren wurde, ja, also wo das Auto dich umgecrasht hat. Du wurdest quasi schon abtransportiert für die Organspende, bevor die Angehörigen da waren und so weiter, ja, weil der Arzt schon gesagt hat, ist tot, kann man benutzen, also, ja, darauf müsste man sich dann einstellen und schwupps, hat man ganz andere Umfragewerte und damit meine ich jetzt nicht, ich habe jetzt keine Meinung von mir transportiert, sondern wir wissen, wie so eine mediale Dynamik ist, wenn erstmal Nachrichtenlagen da sind, bei denen es um Leben und Tod geht. So, ja, also ich würde mich deswegen, lieber Klaus, auch nicht zu sehr darauf ausruhen, dass es halt so exorbitante Zustimmungsraten zu einem nicht vorhandenen System gibt, weil, wenn es dann mal da ist, sieht es vielleicht ganz anders aus, außerdem, ja, Zustimmung zur Organspende, ja, was heißt denn das jetzt genau, dass man welche kriegt, wenn man sie braucht oder dass man sie geben muss, ja, wenn man sie abgeben kann, also was genau wurde denn da gefragt, weil gefragt wird ja so, ja, Zustimmung zur Organspende und wenn man dann Ja sagt, könnte man ja auch so ein System der Organspende draus bauen, also, dass man einfach sagt, ähm, stimmen Sie zu, dass Organspende eine wichtige Sache ist und nehmen Sie daran teil und da lässt man offen als als Geber oder als Nehmer und betrachtet das immer nur gleichwertig. Entweder man ist im Organspendesystem, dann kann man halt entweder hoffen, dass man, ja, lange lebt und nie damit befasst wird oder man wird halt krank, langwieriger Prozess, Krankenhartenaufenthalte und dann, ah, Sie sind ja im System, alles klar, dann rutschen Sie auf der Liste nach oben oder eben ganz akut, ja, man wird auf der Straße umgenietet, Kopf ist ab, aber der Rest funktioniert halt noch so weit, dass man spenden kann, ja, und dann ist er im System, ja, ja, wir können seine Organe nehmen, okay, ja, also man hätte dann so ein Organspendesystem, aber in die Richtung wird hier gar nicht gedacht, sondern es geht immer um dieses, ja, ja, ich gebe natürlich, ja, sondern es wird immer so diese, wie eben schon gesagt, diese normativ natürlich sehr positiv beladene, weil als System so nicht vorhanden ist, ja, aber da kann eben die Realität schon nicht ganz fies reingrätschen, wir hatten schon den einen oder anderen Organspendeskandal und Angst vor Organhandel und so weiter, ja, das ist, das schlummert, da muss man jetzt, ja, da kann man sich jetzt nicht zu sehr auf solchen Werten ausruhen, wenn man das abfragt, naja, Moderation ist damit abgeschlossen, sehr gut gemacht, Klaus, gucken wir mal in den Bericht. Transplantationsmediziner wie Dr. Schneider aus München kennen das Problem viel zu wenig Organspender. Wir haben im Jahr vielleicht ein oder zwei mit Organspendeausweis, also eher selten und haben, eine Ablehnungsrate von 30 bis 50 Prozent kann man sagen, wo immer Angehörige aus Unsicherheit heraus ablehnen. Warte mal, Ablehnungsrate schon 30 bis 50 Prozent, das deckt sich aber nicht gerade mit den Umfragewerten, wo man so ins Blaue hinein, also wenn es dann akut wird, ist die Ablehnung doch recht groß und wenn es dann erstmal für alle akut werden soll, aha, da kann man auch schon sehen, in welche Richtung so eine Diskussion laufen kann. Vielleicht ist das bei so einer Umfrage so, vielleicht denkt sich dann Oma Erna so, ja, also die anderen, ja, ja, die sollen schon mal verpflichtet werden. Ja, wahrscheinlich. Ja, ich, ich, ich werde nein sagen. Ja, so im Sinne von Oma Erna, das Telefon wird gefragt von Frossa, also meinen Sie jetzt meine Organe oder so allgemein? Ja, und je nachdem fällt dann auch die Antwort eben ganz, ganz unterschiedlich aus. Naja, aber Lauterbach und Spahn stehen bereit. Das muss besser werden, sagt eine Gruppe Bundestagsabgeordneter um den Gesundheits... Das finde ich auch, ja, ich meine, du bist ja auch alter BBK-Hase, dieses langsam Reingeschlendere im Sinne von, oh, heute haben wir mal hier einen Termin, geil und so. Finde ich so ein bisschen... Politiker Lauterbach, SPD und Jens Spahn von der CDU, dem Gesundheitsminister. Der Organspendeausweis reicht Ihnen nicht mehr. Wir haben eins immerhin erreicht, das ist die abstrakte Spendebereitschaft bei über 80 Prozent... Genau, die abstrakte. ...liegt, also Bürgerinnen und Bürger, die sagen, grundsätzlich finden sie das richtig und wichtig, dass aber die konkrete Umsetzung mit einem Organspendeausweis eben deutlich darunter liegt. Diese große Lücke gilt es zu schließen und aus meiner festen Überzeugung ist diese Lücke nur relativ gut zu schließen durch eine Widerspruchslösung. Ja, Lauterbach kann ich leider nicht mehr ernst nehmen, seit wir mit dem gesprochen haben, weil ich in ihm immer nur diesen gelangweilen Typ, der null Bock auf gar nichts hat, aber hier nochmal ran muss und so. Ja. Na gut, okay, also die beiden sind sich hier einig, sie wollen diese Widerspruchslösung, also das umgedrehte Modell von heute. Jetzt hören wir mal, das ist ein sehr interessanter O-Ton, Christine Eberle von der Deutsche Stiftung Patientenschutz. Vereinfacht gesagt, jeder Mensch soll per Gesetz Organspender werden, außer er widerspricht. Ein Gebot der Mitmenschlichkeit heißt es, schließlich könne es jeden treffen, Patientenschützer aber haben Bedenken. Weil Schweigen eben keine Zustimmung ist. Zustimmung setzt voraus, dass man sich mit einem Thema beschäftigt, sich auseinandersetzt, sich eine Meinung bildet und dann kann man zustimmen. Ja, also sie ist dagegen, sie möchte gern bei dem heutigen Modell bleiben, denn bevor man zustimmt, soll man sich damit mit dem Thema beschäftigen, sich auseinandersetzen, dann eine Meinung bilden und dann kann man zustimmen, war ihr Zitat. Und ehrlich gesagt, wenn sie so diskutiert, dass sie am Ende eh die Zustimmung steht, weil sie sich nicht traut zu sagen, naja, also viele, die beschäftigen sich mit dem Thema, setzen sich damit auseinander, bilden sich eine Meinung und lehnen dann ab. Das hat sie sich nicht getraut zu sagen. Und wenn am Ende aber die Zustimmung steht, so wie sie das suggeriert, dann kann man den Prozess auch überspringen. Dann kann man auch die Kette einfach, ja gut, mach dir halt eine Meinung, wir wissen ja, am Ende wirst du zustimmen, weil du bist ja auch ein vernünftiger Mensch. Also das finde ich dann so ein bisschen, weil, so wie Jens Spahn eben auch sagte, ja die abstrakte Zustimmung, aber was ist mit der akuten? Also in dem Moment, wo dir eben, und das ist halt so, ganz spontan, ganz plötzlich, du vor die Frage gestellt wirst und dann geht es auch meistens nicht um deine Organe, sondern die von jemandem Nahen und so, sollen die jetzt zur Verfügung stehen, ja oder nein? Und dann hat man halt mit anderen Zustimmungsraten, wie wir eben schon gehört haben, 30 bis 50 Prozent machen dann doch eine spontane Ablehnung. Also in der Hinsicht, Lauterbach und Spahn vielleicht so ein bisschen vorschnell. Sehr gut finde ich hier Annalena Baerbock. Eine weitere Parlamentariergruppe arbeitet deshalb an einem anderen Modell, ein offizielles Register, aller Organspender, aber nur mit ausdrücklicher Zustimmung. Dafür wirbt Grünen-Chefin Baerbock. Immer wenn man seinen Ausweis beantragt, kann man sich als Spender registrieren. Dann gibt es ein zentrales Register. Das heißt, man braucht diese Pappteile von Organspendenausweisen nicht mehr. Und damit würden wir diese große Lücke, die es gibt, schließen, dass Menschen, die spenden wollen, auch wirklich dann Spender sind. Ja, alle zehn Jahre wird man gefragt. Das heißt, die allerletzten werden in zehn Jahren gefragt. Das ist also ein sehr langsamer Rollout-Prozess, wie man neudeutsch sagen würde, für so eine, aber dann eben, jeder wurde auch tatsächlich gefragt. Denn, es kommt ja ein weiterer Aspekt dazu, O-Ton aus dem Ethikrat von Peter Dabrock. Verbindliche Abfrage, aber freiwillige Entscheidung. Besser findet auch Peter Dabrock, der Vorsitzende des Ethikrates. Wenn diese Dinge alle angegangen werden und man dann das Zeichen setzt, das hat alles nur etwas mit Freiwilligkeit zu tun. Und die soll man natürlich bewerben, die Freiwilligkeit. Dann, glaube ich, ist man auf dem richtigen Weg, aber nicht, wenn man Zwangsmaßnahmen von oben dekretiert. Ja, aktive Zustimmung, so wie wir immer eine aktive Äußerung unserer Bundesbürger wollen, weil wir wollen ja auch in Ruhe gelassen werden können. und dann in Folge dessen eben auch eine öffentliche Debatte. Und die halte ich wirklich, die kann man da nicht weglassen für unausweichlich. Man braucht irgendwie einen Hebel um eine öffentliche Debatte darüber, weil es ist zu einfach, dass es schief gehen kann. Du brauchst nur von tausend, wenn du tausend Transplantationen hast in einem Jahr, brauchst du nur eine Quote von 0,5 Prozent, die medial ausgeschlachtet wird und du hast die Stimmung gedreht, glaube ich. Also wäre so meine Vermutung. In so einer Rentenrepublik. Wenn alle eh anders auf ihren Körper gucken, weil sie langsam feststellen, wir sind alle alt, wir brauchen hier Hilfe und so. Naja, Annalena Baerbock ist hier zu Gast bei Klaus Kleber und sie steht jetzt genau vor der Frage, die wir eben auch schon diskutiert hatten. Sehr witziger Einstieg ins Gespräch. Guten Abend, Frau Baerbock. Schönen guten Abend. Sind Sie persönlich Organspenderin? Tragen Sie gerade einen Ausweis mit sich? Ja, ich bin Organspenderin, den Ausweis habe ich jetzt nicht gerade in meiner Hosentasche, aber ja, ich bin halt Spenderin registriert. Ja, sie hat sich nicht getraut zu sagen, weil sie wahrscheinlich Angst hatte, dass er sagt, zeigen Sie mal. Hätte aber glaube ich nicht gemacht. Glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Also ganz witzig. Gut, wir überspringen mal diese Einführung, denn sie kommt ja auf, sie ist ja Juristin, wusste ich gar nicht, sie kommt ja auf Prinzipien zu sprechen. Völkerrechterin, ja. Ja, hat sie spezialfach Völkerrecht? Nein, nicht schlecht. Ja, hast du, hast du, nee, Jungen, ich hast du nicht gesehen mit dir. Habe ich nicht? Muss ich nachholen, weil ich bin Fan mittlerweile. Auf der anderen Seite haben wir aber auch in unserer Verfassung garantiert ein Selbstbestimmungsrecht mit Blick auf den eigenen Körper. Das heißt, dass man am Ende seines Lebens selbstbestimmt darüber entscheidet, wie es auch zu Ende geht. Und deswegen haben wir einen Vorschlag gemacht, der diese beiden hochethischen Fragen miteinander in Balance bringt und sagt, wir müssen erreichen, dass die 84 Prozent, die spenden wollen, am Ende auch spenden können und werden und deswegen sich einfach und unbürokratisch registrieren können und deswegen Vorschlag gemacht, dass man das immer auf dem Meldeamt jederzeit tun kann. Ja, also da bin ich dafür und ich werde auch dafür, nach einem System, nach einer Systemmitgliedschaft zu fragen, wenn man da nicht drin ist, kommt man auch auf die Liste, aber dann eben unter allen, die innerhalb des Systems sind und dann entsprechend über dir stehen. Was mich jetzt ein bisschen gestört hat, es geht hier wirklich um ein Thema, bei dem, sobald das im Bundestag ist, wieder alle von einer Sternstunde des Parlaments sprechen, keinen Fraktionszwang und so, ja, also wir sehen schon wieder die große Emotionalität aufziehen in den Medien. Klaus Kleber hat das ja auch gleich zum, ja, ich denke mir sogar eine tolle Moderation für euch aus. Jetzt hat er die, finde ich eben auch wichtig, junge Annalena Baerbock da, die zu dem Juristin ist und der großen Regierungsmeinung widerspricht und dieses Gespräch ist aber irgendwie so zusammengebaut im Nachhinein, also so mit komischen Schnitten und so gemacht. Vielleicht fällt dir das auch auf, ich fand, also es ist irgendwie komisch, ja, es hat mich richtig rausgeworfen, ich will hier auch Stilkritik loswerden und es gab danach auch keinen Hinweis, dass man das online nochmal in voller Länge gucken kann. Warum wollen Sie weiterhin so zurückhaltend sein, dass man sagt, nein, man muss aktiv sagen, jawohl, heute erkläre ich, ich will Spender werden? Weil der Vorschlag, den Herr Spahn und Herr Lauterbach vorgeschlagen haben, der sagt, dass jeder automatisch Spender ist, ungefragt und man muss dann aktiv nein sagen und ich habe große Befürchtungen und auch nach den Gesprächen mit vielen Betroffenen, mit dem Ethikrat, auch die Debatten im Bundestag, dass durch diesen Zwang, den der Staat hier ausübt, eine Abwehrhaltung bei der hohen Beschwendebereitschaft dann erfolgt. Es geht um 2000 Menschen, die jedes Jahr von dieser Liste sterben, die wahrscheinlich hätten länger leben können, steht dem denn entgegen so ein Grundrecht auf in Ruhe gelassen werden oder ein Grundrecht auf Wurstigkeit, wenn die Menschen einfach sich nicht dazu erklären, ist es dann nicht doch angemessen, wenn der Staat sagt, bitte sagt, ja oder nein, mehr verlangen wir gar nicht. Ja, also dem Moment, wo sie eine juristische Argumentation führt und das ist per se eine bewusst sich der Moralgegenstellende, die man so, versteht sich doch von selbst, sie sind doch alle gute Menschen, nee, sie hat da Einwände juristischer Natur. Ist irgendwie so ein Schnitt im Gespräch, damit Klausi nochmal die Moral reinbringen kann, aber da sterben noch ganz viele und dann schließt er nochmal an sein Recht auf Ruhe gelassen werden an und das ist, das ist, also das ist Rentenrepubliks Fernsehen. Mir fehlt da einfach substanziell was im Dings. Man muss es nicht zu kritisch sehen, aber in dem Moment, wo die von mir mittlerweile geschätzte Annalena Baerbock hier Argumente, weil hier geht es ja auch darum, wer braucht mit höherer Wahrscheinlichkeit, also wer ist mit höherer Wahrscheinlichkeit auf der Nehmerseite und wer ist auf der Geberseite, wenn man da ein Rentenrepubliks Argument, also in Generationen unterscheidet, aufdröselt. Ja, aber du vergisst ja auch, dass Klaus keine Gespräche führt, um sich quasi von der anderen Seite vielleicht überzeugen zu lassen, sondern er spielt bewusst den politischen Gegner. Richtig. Ja, aber von dem wir wissen, deswegen knüpft es seine Anmoderation an, es ist seine Haltung in dem Moment, also es ist sozusagen nicht so gespielt wie sonst, sondern in dem Falle fällt die Figur des Klaus Kleber der Fragensteller und Klaus Kleber des Oma Erne Abholers vom Sofa in eins als Figur. Ja, aber das ist ja interessant, er kritisiert ja quasi die Baerbocksche Haltung, er kritisiert die, was die Regierung jetzt plant, also die Verpflichtung, beziehungsweise das aktive Nein sagen, also ist er dann quasi für das alte System, was überhaupt nicht funktioniert, das in Ruhe gelassen werden? Also ich glaube, er hängt so ein bisschen diesem Vorschlag Spahn-Lauterbach an und das ist natürlich für seine Generation und vor allem diese, also seine Zuschauer, also für die wird es ja auch dringend notwendiger, weil klar ist die Lebenserwartung 81 Jahre, aber das betrifft nicht alle Teile des menschlichen Körpers gleichermaßen, sondern da ist jetzt schon eine höhere Notwendigkeit da auf Organe rückzugreifen, also rückgreifen zu können. Das gehört halt auch zur anderen Republik dazu, ne? Naja, er rechnet jedenfalls noch so ein bisschen in diesem Gespräch. Nach wie vor ist die Spenderbereitschaft oder die Spendererklärung in Deutschland die niedrigste in Europa. 20 von 28 europäischen Ländern haben die Regelungen, die im Prinzip Herr Lauterbach und Herr Spahn vorschlagen. Wenn Sie jetzt sagen, wir probieren es noch mal wieder sanfter und appellieren, nur um ein Jahr, dann werden an dieser Entscheidung vermutlich hunderte oder tausende Menschen sterben, weil der Staat sich nicht traut, den Leuten zuzumuten, sich klar zu entscheiden. Hier werden alle sterben und dieses System haben Sie zwar nicht eingeführt, Frau Baerbock, aber Sie wollen es jetzt auch nicht so ändern, wie wir es ändern müssen und damit sind Sie jetzt auf der falschen Seite. Was sagen Sie denn jetzt dazu? Also ich finde es, sie hat halt eine legitime Argumentation, sie ist ja auch eingeladen, muss man ja auch sagen, okay, der Sender hat sich dafür entschieden, sie einzuladen, aber dieses Gespräch... Und sie ist Opposition. Und sie ist Opposition, genau. Aber ich finde, sie hat hier relevante Punkte, die nicht ganz so deutlich rüberkamen und vor allem dieser mediale Aspekt, der ist mir jetzt völlig ausgeblendet hier. Also was passiert, wenn dieses tolle System, was Spahn und Lauterbach da einführen und was Kloss Kleber jetzt gut findet, von ihm oder seinen Kollegen ausgeschlachtet wird, weil diese Storys gibt es dann einfach und die haben Attraktivität. Also wenn da die Organspende schief geht, dann hat man halt wirklich eine andere Diskussion. Naja, sie antwortet nochmal. Ich wollte trotzdem mal betonen, beide Vorschläge, die jetzt... Sind besser als das, was wir jetzt haben. Sind besser als das, was wir jetzt haben. Das würde ich auch sagen. Also sie antwortet nochmal auf die... Und so weiter. Und es sind keine neuen Informationen, aber man muss es immer nochmal wieder betonen. Das Problem, was wir in Deutschland vor allen Dingen derzeit haben, ist, dass viele Menschen spenden wollen, in den Kliniken, aber nicht die Voraussetzung dafür geschaffen sind. Deswegen steht Deutschland so schlecht da. Deswegen sterben auf tragische Art und Weise so viele Menschen von den Wartelisten, weil Kliniken dann überhaupt nicht melden, dass sie einen Spender haben, weil Ärzte dafür nicht freigestellt sind. Das wurde in anderen Ländern verbessert. Das wird jetzt auch hier in Deutschland verbessert. Und der nächste Schritt wäre jetzt so unser Vorschlag, dass alle, die spenden wollen, und das sind fast alle Menschen in der Bevölkerung, dass die dazu ganz einfach in die Lage versetzt werden. Wenn man sie allerdings dazu zwingt, dann gibt es große verfassungsrechtliche Bedenken, dass der ganze Vorschlag bei uns scheitert, weil wir haben in unserem Grundgesetz in Artikel 1 und 2 die Würde des Menschen, das Selbstbestimmungsrecht, ja gerade auch aus historischen Verantwortung, mit Blick auf unsere Geschichte, sehr stark verankert. Und das unterscheidet uns auch ein bisschen von anderen europäischen Ländern. Ja, also ich will da auch nochmal streng sein und die mediale Linie mit reinbringen, wenn wir das Vorzeichen unseres derzeitigen Organspendesystems einfach umdrehen, wodurch plötzlich sehr viele Spender da sind. Und die treffen dann auf dieses nicht organisierte oder zu wenig organisierte, jedenfalls bisher wirklich sehr nachlässig organisierte Krankenhaussystem, in dem sehr viele Transplantationen nicht stattfinden, weil die Ärzte so, ah, wollen wir jetzt echt diese Megakette lostreten? Wir wissen nicht mal, wo der Hubschrauber landen soll und so, ja komm, wir erklären ihn für tot und gut ist, ja, wir melden ja gar keine verfügbaren Organe und so weiter. Also wir haben jetzt sozusagen sehr viel Nicht-Organisationen, wo sie eigentlich notwendig wäre. Und wenn plötzlich zu viele Spender und die Forderung, dass man die auch nutzt, auf so ein unorganisiertes System treffen, also ganz in der Alltagspraxis, ganz unorganisiert, dann kann man sich schon, ja, also ich sehe schon die Panorama-Videos vor mir und Frontal 21 und wie sie alle heißen. Da wird es dann zu Recht Filme geben, die sich damit auseinandersetzen und dann hat man die schöne, abstrakte Zustimmung, die man hier einfach ernten wollte politisch und deswegen werbe ich, weiß zwar nicht, wer hier zuhört, aber ich werbe sehr dafür, diesen Baerbock-Vorschlag ganz ernst zu nehmen und so ein ganz langsames, zehnjahresfristiges Einführen, Ummodeln von dieses Systems. Und was mich halt hier journalistisch wieder nervt, nicht nur, dass diese mediale Seite ausgeblendet wird, sondern auch. Dieses Gespräch mussten wir aufzeichnen, weil Frau Baerbock nicht an mehreren Orten zur selben Zeit sein kann heute Abend. Ja, aber dann ergänze die editorische Notiz mit, wir haben es dann auch geschnitten und ganz viel, also da fehlen relevante Teile und kann man die noch nachgucken oder nicht, weil nicht ohne Grund gibt es zumindest im Radio ja diese Idee von, nee, wir gehen da transparent mit um, H2 der Tag sendet quasi Interviews nur live, die rufen die Leute vorher an, aber nicht um sie vorher zu interviewen und danach Schnittmaterial zu haben, sondern um den Termin festzuklären, dass man dann 18.15 Uhr miteinander telefoniert. Und da finde ich hier, also es, weiß nicht, Sternstunde im Parlament steht an, Sternstunde im Journalismus hatten wir ja nicht, das Thema ist aber zu wichtig. So und jetzt zum Thema Sterben, denn wir können schon mal vorausschauen, wie werden Diskussionen so geführt. Also der BGH hat ein sehr wichtiges Urteil gefällt letzte Woche, für die Rentenrepublik super wichtig, ich weiß nicht, wie weit sich's rumgesprochen hat, aber wer sein körperliches Leben von einem Arzt verlängert kriegt, obwohl der Kopf schon völlig dahingeschieden ist und so weiter, hat dadurch keinen Schaden, es steht also niemand Schadensersatz zu, obwohl wir es hier mit beträchtlichen Effekten eines medizinischen Eingriffs zu tun haben. Fünf Jahre lang hatte man den alten Mann künstlich ernährt durch eine Magensonde. Da war er schon lange dement, seine rechtlichen Angelegenheiten regelte ein Anwalt, weil der Sohn in den USA lebte. Ich denke, in dem Sterbeprozess hat man halt dadurch mit der Magensonde unterbrochen und hat zusätzliches Leiden damit erzeugt. Das Problem, künstliche Ernährung ist ein ärztlicher Eingriff, dafür braucht man eigentlich die Zustimmung des Patienten. Ist er bewusstlos, muss der Arzt sich erkundigen, gibt es eine Patientenverfügung, was sagt die Familie. Ohne Hinweise darauf, dass der Patient es gewollt hätte, darf man in aussichtslosen Fällen nicht weiter behandeln. Dann wäre es so, dass wir die Ernährungstherapie als Sterbeverlängerung betrachten würden und würden in diesen Situationen das auch nicht fortführen wollen. Nach den Richtlinien der Bundesärztekammer ist künstliche Ernährung bei dementen Patienten nur für begrenzte Zeit sinnvoll. Bei schwerer Demenz könne sie generell nicht empfohlen werden. Der Sohn verklagte den Arzt deshalb auf Schmerzensgeld. Doch der Bundesgerichtshof lehnt das ab. Ein Schadensersatzanspruch setzt voraus, dass das Weiterleben des Patienten verglichen mit dem Tod rechtlich als Schaden zu bewerten ist. So eine Bewertung kann ein Gericht nicht treffen. Unsere Verfassung sieht das menschliche Leben als höchstes Rechtsgut an. Und daher verbietet sich eine Bewertung menschlichen Lebens, mag es auch noch so leidensbehaftet sein. Seit 1997 litt der alte Mann an Demenz. 2006 kam die Magensonde. Ab 2008 war er gelähmt. Die Kommunikation gänzlich unmöglich. 2010 begann eine Serie schwerer Krankheiten. 2011 starb er. Ja, also eine echte Leidensgeschichte über ein Jahrzehnt. So, hier ging es jetzt um den Spezialfall Schadensersatz. Wir haben ja den leitenden Oberarzt da gerade noch gehört, der meinte, naja, also wir verlängern jetzt körperliches Leben nicht so unendlich lange. Dieses BGH-Urteil zeigt es zumindest den Ärzten an, naja, du machst jetzt, kann ein Fehler sein, ja, aber es ist jetzt nicht so, dass du, dass dir droht, du musst dann noch Schadensersatz leisten. In der Hinsicht sind viele Ärzte jetzt aus dem Schneider und es ist wirklich interessant, wie Ärzte heute über verlängernde, also lebensverlängernde Maßnahmen sprechen, denn, also hört genau zu, ja, wir hören das SWR 2 Forum, wir haben zwei Ärzte, die hier reden. Matthias Töns heißt der eine und Hans-Jürgen Eni heißt der andere, sind beide leitende Ärzte irgendwie mit großer Verantwortung und so weiter und so fort. Und achtet mal wirklich auf die Wortwahl, ja, weil das sind Zitate, die muss man sich jetzt mitschreiben, weil das die Rentnerrepublik früher oder uns alle im Grunde nochmal richtig beschäftigen wird. Aber, was wir hier nicht aus dem Blick verlieren dürfen, ist ja, es wäre ja gerade gesagt worden, dieser Grundzug, dass wir als Ärzte im Zweifel für das Leben entscheiden, der mag ja vor 30, 40 und 50 Jahren immer richtig gewesen sein, aber mittlerweile schafft es Medizintechnik, Zustände zu erreichen durch intensivmedizinische Maßnahmen, die nennen wir Ärzte, wir Intensivmediziner selber, das sind Zustände, die sind schlimmer als der Tod. Und ich glaube, dass dieser Grundsatzrechtspruch nicht mehr uneingeschränkt gelten kann für diese Medizin. Herr Edy, was meinen Sie? Die moderne Apparatemedizin ist ja tatsächlich in der Lage, ein Leben immer länger zu verlängern. In der Welt war beispielsweise zu lesen, sollten die Richter den Anspruch des Sonnes nicht weiter anerkennen, dann, Zitat, obsiegt die Kunst der Maschinen über die Kunst des Sterbens. Sehen Sie diese Gefahr? Ja, natürlich, die ist da. Das sagte ich ja auch bereits, dass das Thema, um das es geht, würdevollen Stern ist und natürlich auch, welcher Zustand am Lebensende zu welchem Preis über einen langen Zeitraum verlängert wird. Nun ist es so, dass in diesem Fall wohl keine medizinische Besserung mehr möglich war und dass es sogar Zweifel gab, ob diese Magensonde überhaupt lebensverlängernd wirkt. Das heißt also, es hätte eigentlich schon auch in der Medizin hier ein Konsens da sein können, auch bei den behandelnden Ärzten hier die Behandlung abzubrechen. Ja, also wenn man den Ärzten freie Hand gibt unter der Maßgabe, wie wir es eben von der BGH-Sprechern gehört haben, also nichts ist wichtiger als das Leben, dann leben wir alle unendlich, ja, weil wir haben diese Grütze gerade gesehen, die wir da ernährt bekommen. Also beatmen und ernähren, das kann man jetzt quasi Pulsschlag, wenn das die Voraussetzung ist, ja, also dann sind quasi Tor und Tür geöffnet und dass er sagt, ja, das sind Zustände, die sind schlimmer als der Tod, ja, das ist die Einschätzung des Arztes gewesen. Da kann man doch jetzt, also es gibt erste Bücher, richtig sterben und so, Abschied nehmen, ja, die kommen jetzt alle. Und wir hatten vor zehn Jahren oder so, dass Georg Schramm mal so einen Stand-up-Joke gemacht hat zum Thema, ja, also mit 72 oder so will ich dann eigentlich sterben. Ich habe mein ganzes Leben darauf ausgelegt, meine Finanzmittel reichen genau bis dahin und mit 72 ist dann Schluss. Egal wie es mir geht, da scheide ich aus dem Leben, ja. Also das, es wird großes Bewusstsein geben zum Thema Sterben. Menschen werden gerne freiwillig sterben und dann auch entsprechend das Leben darum planen, wie man so stirbt, sehe ich so ein bisschen als Notwendigkeit, zumindest als Debatte. Jetzt haben wir Organspende schon als Sterbethema da und dieses BGH-Urteil, das hat doch auch einige aufgerüttelt. Da wird es auch noch mehr als nur Radio-Diskussion geben. Da ist einiges los. Naja. Du willst dieses Kriegsding gucken, ja? Das ist eingebettet in, ich rede ja wenig über die AfD, aber jetzt müssen wir es halt dann machen. Das schließt sozusagen an einen AfD-Blog an, den ich geplant hatte. Deswegen beginnen wir den jetzt einfach mal bei der polizeilichen Kriminalstatistik, weil wer äußert sich denn nicht gerne zur polizeilichen Kriminalstatistik? Ein ganz guter Einstieg in den Bericht hier. Es ist eine Debatte, in der Fakten und Emotionen miteinander ringen. Wie sicher ist Deutschland? Und wie gelingt es, das Sicherheitsgefühl zu heben? Wahlkampfschlager 2017. Zwei Worte aus vielen Mündern. Mehr Polizei. 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 Wenn alle Mitbewerber längst mit mehr Polizei mehr innere Sicherheit werben, braucht ein CSU-Innenminister dringend Erfolge. Ja, da kommt Mr. Security um die Ecke und er verspricht uns natürlich auch nochmal mehr Polizei. So, die eigentliche Kritik an der Kriminalstatistik, dass sie wenig aussagt, außer halt so ein Strich oder eine Zahl haben wir ja durch. Das ist aber die Statistik der Polizei, was sie so zu tun hat. Genau, jede Anzeige wird einmal aufaddiert und dann hat man so einen großen Haufen an Zahlen und die gibt man dann bekannt. Genau. Hat jetzt nichts mit den Ermittlungen zu tun, mit den Anklagen. Mit den Erfolg der Ermittlungen oder was man sonst daraus lesen könnte. So, weil der periodische Sicherheitsbericht, den die Grünen da fordern, haben wir alles gehört, das ist einmal, der fehlt. Interessanterweise, das letzte Mal haben wir ja über den Kindesmissbrauch gesprochen, jetzt ist hier nochmal ein anderer interessanter Kriminalfall, der auch ganz merkwürdig behandelt wird, weil nämlich Bürger wie wir alle, du und ich, der Polizei in einem Punkt überhaupt gar keine Kompetenz zu sprechen. Cyber. Nicht jede Straftat wird auch angezeigt. Etwa beim Thema Cyberkriminalität, zuletzt gestiegen, kaum gemeldet, ist das Dunkelfeld groß. Die Polizei muss sich gerade in diesem digitalen Sektor, der Minister Seewo hat es angesprochen, auch modernisiert werden. Es kann nicht sein, dass Menschen keine Anzeige erstatten, weil sie glauben, dass die Polizei nichts machen könnte oder wollte. Eine repräsentative Befragung im Auftrag des Bundeskriminalamts zeigt, das Unsicherheitsgefühl hat zugenommen, ist überdurchschnittlich bei Frauen, Menschen mit Migrationshintergrund und im Osten Deutschlands. Jede Straftat ist natürlich eine zu viel, aber objektiv ist dies der niedrigste Wert seit Jahrzehnten. Doch was heißt objektiv in Zeiten, in denen oft Emotionen politische Debatten treiben und die polizeiliche Kriminalitätsstatistik von einigen grundsätzlich disqualifiziert wird? So, kurze Pause an der Stelle, denn gleich hören wir die AfD dem O-Ton. Aber jetzt kommt doch gleich wahrscheinlich Klaus Kleber mit dem Leiter des Hauptstadtstudios und die erörtern, was sie als führendes Medium in Deutschland an dem Unsicherheitsgefühl der Bürger und Bürgerinnen zu tun haben, oder? Ja, also sehr viele, ich höre ja auch andere Podcasts, die machen sich schon lustig darüber, dass Sicherheitsgefühl so eine große Rolle spielt, aber ich habe es beim letzten Mal schon gesagt, worum anderes geht es als das Sicherheitsgefühl. Ja, weil ansonsten halt Uigur im Gefängnis, jeder kriegt drei Quadratmeter, wie gesagt, und das ist dann maximale Sicherheit, da nimmt man dann keinen Rücksicht auf Gefühl, ja, das ist dann einfach Sicherheit für alle. So, also Sicherheitsgefühl ist schon nicht ganz unentscheidend und wir hatten ja von der einen grünen, wie hieß sie doch gleich, die da am Radio zugeschaltet war, Irene Mihalic, die nochmal den periodischen Sicherheitsbericht gefordert hat und so, naja, aber was ich wirklich interessant finde, ist, dass beim Thema Cyber wirklich niemand an die Polizei denkt, so im Sinne von, ich habe dir ein E-Mail bekommen und, wo ist der Cyber Sound? Cyber, 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 richtig. Cyber, 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 Cyberangriff, Cyber, 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 Ja, also ich habe vor einem Monat ungefähr auch mal von der Kriminalpolizei Frankfurt einen Anruf bekommen, wegen einem Cybervorfall, in dem ich als Opfer verwickelt war und ich war doch ehrlich überrascht darüber, erstens, ach, sie sind dafür zuständig, es gibt eine Zuständigkeit dafür, aha, und sie kennen sich ja sogar aus, also ich kann ihnen ja echt eine Frage stellen, auf die sie mir eine Antwort geben und das fand ich ehrlich gesagt ein überraschendes Erlebnis, so im Sinne von, Was warst du denn für ein Opfer? Nichts, nichts Schlimmes, nichts Schlimmes, ich war wirklich nur ganz peripher, aber so, dass die Polizei dachte, sie muss mich anrufen und im Nachhinein habe ich, Haben die Russen dein Passwort geklaut? Nee, also es ging jetzt, es ging nicht um die Sicherheit meiner informationstechnischen Systeme, jetzt muss ich mal kurz die Tür zu machen, passt ja, ging nicht um die Sicherheit der Systeme, aber ich mache mal die Tür zu, Cyberangriff, Cyber, Cyber, So, wo waren wir, wo waren wir? Cyber, 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 ja, also es ging nicht um die Integrität meiner informationstechnischen Systeme, wie es so schön heißt, sondern wirklich nur um eine, wie ich dachte, Lappalie, die sich dann im Nachhinein nicht ganz so als Lappalie herausgestellt hat, aber gut, die Polizei war mein Ansprechpartner, sie ist von sich aus auf mich zugekommen und konnte Fragen beantworten, fand ich überraschend und als ich das dann so gesehen habe hier, dass Cyber jetzt gar keine Rolle spielt, ja, also das, da muss die Polizei echt mal was machen, ne, so im Sinne von Einbruch in die Wohnung war ein lange unterschätztes Thema, mittlerweile hat man immer gleich einen Psychologen im Schlepptau und so, wenn man da als Polizei ausrückt und bei, ja, meine Fotos sind plötzlich alle im Internet, ist ja genauso ein Schocker und da müsste man jetzt genauso Kompetenz bei der Polizei aufbauen, also einen Ansprechpartner schaffen, dem man da auch vertraut. Das Mindeste ist von der Polizei quasi per WhatsApp eine Sprachnachricht zu bekommen. Wir kümmern uns. Genau, zum Beispiel. So, allerdings, wir haben es hier mit ZDF, heute Journalismus zu tun, in welche Richtung geht der eigentlich? Erklärt der uns irgendwas zum Thema gefühlte Sicherheit, Cyberkriminalität, was steckt dahinter? Kommt jetzt der periodische Sicherheitsbericht und Argumente, warum man den braucht? Aussagekraft der PKS oder so? Ja, ne, wir sind tatsächlich einfach ein AfD-O-Ton, ja. Die Bürger sind nicht doof und von daher ist die gefühlte Kriminalität hat manchmal mehr mit der Realität zu tun, wie sie wirklich ist, was den Bürgern angetan wird, als das, was die Polizeistatistik als Datum auswirft. Ja, Fakten, Fakten, ne, nicht, wenn sie meinen Gefühlen widersprechen. Ja, die Grüne Partei ist seit vielen Jahren dran, einen periodischen Sicherheitsbericht zu fordern mit Argumenten, bei denen ich sage, ja, das sind gute Argumente. Die Linken auch. Und was bekommen wir hier im Heute-Journal serviert? Eine Kritik der AfD am Sicherheitsbericht mit dem Wortlaut, die gefühlte Kriminalität hat manchmal mehr mit der Realität zu tun, wie sie wirklich ist, was den Bürgern angetan wird, als das, was die Polizeistatistik als Datum auswirft. Also, spielt Qualität noch eine Rolle im Journalismus oder ist mittlerweile alles möglich? Hauptsache, jemand, ja, macht hier Stunk. Liebes heute schon, seid ihr durchgeknallt oder was? Das geht doch so nicht. Naja, Finale in diesem Bericht zum Thema Fakten und Gefühle. Fakten und Gefühle im Kampf um die Deutungshuheit. Es geht um die innere Sicherheit und darum, woran wir sie eigentlich messen wollen. Ja, Fragen, Fragen, Fragen. Ja, also Fragen, Fragen, Fragen. Fragen, 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 Fragen. Was, wann, wie und warum? Ja, also manchmal, liebe es, heute schon mal, finde ich, seid ihr nicht nur für die Fragen der verunsicherten Oma Erna zuständig, sondern ihr könnt auch Antworten geben. Und dann spielen die Grünen hier eine Rolle und das Cyberthema spielt als Rechercheobjekt eine Rolle und so weiter und so fort. Ja, aber einfach ein AfD-O-Ton, der so durchgeknallt ist, zu senden. Naja, wie gesagt, jetzt wo wir einmal bei der AfD sind, mache ich einen Blog draus. Die AfD und das Geld. Also manchmal, und liebe es heute schon mal, wie rum ist das zu verstehen? Also wir hören eine Kurzmeldung zu Frauke Petry. Die frühere AfD-Chefin Frauke Petry ist vom Landgericht Dresden des fahrlässigen Falscheids schuldig gesprochen worden. Sie muss eine Geldstrafe von 6.000 Euro zahlen. Ihre Mandate als fraktionslose Bundestags- und Landtagsabgeordnete kann Petry behalten. Na, warum auch nicht? Ursprünglich war sie wegen MeinEids angeklagt. Ihr wurde vorgeworfen, im November 2015 vor einem Wahlprüfungsausschuss unter Eid falsch ausgesagt zu haben. Im Kern ging es um Darlehen an damalige AfD-Landtagskandidaten zur Finanzierung des Wahlkampfes. So, sie hat jetzt gesagt, im Kern ging es um Darlehen an Landtagskandidaten. So habe ich es verstanden. Im Deutschlandfunk ist das irgendwie ein bisschen andersrum. Also ich verstehe das auch nicht. Die ehemalige AfD-Vorsitzende Frauke Petry ist vor dem Dresdner Landgericht wegen fahrlässigen Falscheids zu einer Geldstrafe von 6.000 Euro verurteilt worden. Durch dieses Urteil behält Petry ihre Wählbarkeit und ihre Mandate. Die Kammer bleibt mit dem Urteil weit hinter dem ursprünglich angeklagten Delikt des MeinEids zurück. Doch auch die Staatsanwaltschaft hatte nach acht Verhandlungstagen und 30 Zeugenvernehmungen den Vorwurf des vorsätzlichen MeinEids nicht mehr aufrechterhalten und selbst auf fahrlässigen Falscheid plädiert. Allerdings hatte die Staatsanwaltschaft eine höhere Geldstrafe gefordert. Die hochschwangere Frauke Petry wirkte bei der Urteilsverkündung getroffen. Ihre Verteidigung hatte einen Freispruch gefordert. Die Vorwürfe, um die es ging, liegen mittlerweile fast fünf Jahre zurück. Während des letzten Landtagswahlkampfes hatte die AfD mit Listenkandidaten Kreditverträge abgeschlossen. Ein AfD-Politiker hatte nach der Wahl geklagt, dass er von der Liste gestrichen worden war, weil er der Partei keinen Kredit gewährt hatte. Diese Klage hatte der Wahlprüfungsausschuss des Sächsischen Landtages behandelt. In ihrer Zeugenaussage vor diesem Ausschuss soll Frauke Petry unter anderem zu den Rückzahlungsmodalitäten der Kredite falsch ausgesagt haben. Ja, also Deutschlandfunk behauptet genau das Gegenteil. Nicht Kredit an Landtagskandidaten, sondern Kredit von Landtagskandidaten. Du musstest dich also die Liste einkaufen mit einem Darlehen, das du halt irgendwie später zurückgekriegst hast. Keine Ahnung. Aber da hat jemand gesagt, nee, ich habe gar kein Geld. Ich kann hier gar nicht in die Liste. Und dann wurde er einfach gestrichen. Also was ist denn das für ein demokratisches Prinzip, was ja hier noch so nebenbei offenbart wird? Ja, das ist doch irgendwie. Also diese AfD, ich weiß nicht, wir wissen das so bei, wir wissen, Bundestagswahlkämpfe sind teuer, aber muss man sich da so persönlich rein investieren? Sind das hier so amerikanische Verhältnisse? Bei der AfD ist jedenfalls Voraussetzung, dass man Geld zahlt. Also dass man ordentlich hier neben der Spur nochmal Geld zur Verfügung stellt, um auf die Liste zu kommen. Aber bevor wir das ZDF jetzt verurteilen, ich will das nochmal hören. ...falsch ausgesagt zu haben. Im Kern ging es um Darlehen an damalige AfD-Landtagskandidaten zu finanzieren. Darlehen an. Ja, und beim Deutschlandfunk fand es Darlehen von. Also da musste man zahlungsbereit sein und nicht auf der Empfängerseite stehen. Als Kandidat, um hier auf die Liste zu kommen. Ich glaube dem Qualitätsmedium heute schon mal. Ja, ich fordere da eh Aufklärung. Falls ihr da mehr wisst, schickt uns eure Kommentare. Das ist ja unglaublich, dass man da irgendwie zahlungsfähig sein muss. Und also in erheblichem Maße, um da irgendwie überhaupt mal ein Listenkandidat. Ich dachte, das wird demokratisch und mit einer Wahl geklärt. Aber da gibt es Voraussetzungen. Naja, AfD-Geld Nummer zwei. Das ist auch nicht ohne. Man weiß jetzt so ein bisschen. Ja, Theo ist ja jetzt angekommen in Berlin. Er macht jetzt hier ordentlich Berichterstattung. Und wir hören mal, das ist jetzt auch ganz witzig, so journalistisch. Wir hören jetzt Theo Koll, wie er uns erzählt, wo das Geld so herkommt. Und so weiter. Und nee, umgedreht. Die Frau, der an Doppeldarf ich weiß, wurde doch nicht gewählt als Bundestagsvizepräsidentin. Ja. So, man hat ihr in erheblichem Maße Stimmen verwehrt, obwohl doch in der Geschäftsordnung steht. Aber nein, die Parlamentarier sind tatsächlich nur ihrem Gewissen verpflichtet. Wer hätte es geahnt? Ja. Harder Kühnel meinst du? Ja. Obwohl also alle Fraktionsvorsitzenden, also CDU und FDP, soweit ich das verstanden habe, auch dafür getrommelt haben, doch jetzt hier mal Frieden einziehen zu lassen. Nein, die Parlamentarier haben sich gedacht, pff, scheiß drauf. Nur weil das in der Hausordnung steht, halte ich mich nicht dran. So. Das war natürlich ein Megathema. Zudem war Klaus Kleber zugeschaltet, Theo Koll. Und Theo Koll macht dann mal eine Anmerkung hinsichtlich, leider wollte er uns kein Gesprächspartner von der AfD eine Wortspende geben. Und danach kommt eine Kurzmeldung, die uns erklärt, warum. Dieser nunmehr sechste gescheiterte Anlauf wird in jedem Fall dazu führen, dass das Klima im Bundestag ruppiger wird, auch wenn der eben im Beitrag ja zu Klimawandel hörende AfD-Begriff von der Kriegserklärung natürlich eine eher parteivertraute Übertreibung ist. Dankeschön. Erste Einschätzung. Wir werden sehen, was passiert. Theo Koll nach Berlin. Wir hätten diesen Tag jetzt natürlich gerne mit der AfD-Spitze besprochen und haben nacheinander die gescheiterte Kandidatin Frau Harder-Kühnel, Herrn Gauland und dann Frau Weidel eingeladen, leider in allen drei Fällen ohne Erfolg. Die Nachrichten schließen sich direkt an. Im Fall der 130.000-Euro-Spende an den Wahlkreis von AfD-Fraktionschefin Weidel führt die Spur nach Medienberichten zu einem aus Duisburg stammenden Immobilienmilliardär. Nach Recherchen von WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung lebt er heute in der Schweiz und in London. Die AfD hatte der Bundestagsverwaltung vor kurzem Namen von 14 angeblichen Spendern genannt. Ein Anwalt bestätigte jetzt, die Namen seien nicht die wahren Spender. Tatsächlich habe nur ein Einzelner gespendet. Die Reaktion der AfD dazu? Kein Kommentar. Ja, kein Kommentar. Und der Linie wollten sie natürlich treu bleiben. Weshalb man natürlich nicht wegen der verlorenen Wahl zum Präsidium ins Heute-Journal geht, weil dann die Gefahr droht, dass man plötzlich auch noch über Duisburger Milliardäre irgendwas erzählen muss. Also, Alice Weidel, sehr gut, die AfD uns so verbleibt zu halten als Gesprächspartner in den großen Nachrichtensendungen, in denen man nichts lieber macht, als uns AfD-O-Töne zu senden. Naja. Und wie gesagt, noch ein AfD-Thema. Wir nähern uns so langsam deinem Clip. Ich kenne ja nur Matthias' Musik dazu und habe mich schon köstlich amüsiert. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Darum bin ich jetzt gespannt. Ich habe Stefan Sonntag geschrieben. Guckst du das? Krieg? Kleber? NATO? Russland? Warte, warte, warte. Also, wir sind hier schon beim Krieg, aber noch nicht bei dem Thema, das du meinst, sondern das kommt dann erst im Anschluss. Aber, aber, Klaus Kleber sagt dir, es ist, wie du siehst, das Studios Dunkel. Wir sind hier in der Anmoderation eines Aufmacher-Themas. Top-Meldung. Krieg. Das wichtigste Thema. Es ist das wichtigste Thema des Tages. Und jetzt das Heute-Journal mit Gundula Gause und Klaus Kleber. Guten Abend. Wir müssen über Krieg reden. Das ist nämlich Krieg. Man merkt es nur nicht. Ach so. Oh. Was könnte das für ein Krieg sein? Sind wir im Krieg, oder was? Ja, Krieg ist das neue Wort für Wahlkampf. Moderne Kriege brauchen im Idealfall keine Panzer und Bomben mehr. Das ist gut, weil wir haben ja nur so wenig Panzer. Sie schaffen es, die Gesellschaft, die öffentliche Diskussion und die Entscheidungsprozesse einer anderen Macht so zu unterwandern, dass die gefügig wird. Es gibt von der Brexit-Entscheidung über Wahlen in Europa bis zur US-Präsidentschaft deutliche Hinweise darauf, dass russische Operative dort mitgemischt haben. Putin! Russische Operative, weißt du? Das ist so ein neues Subjekt. Die Operative. Die deutlichen Hinweise. Ja, ist das irgendwie Plural für russische Operatoren, oder was ist das irgendwie komisch? Also russische Operative sind hier verwickelt. Und jetzt belegen Recherchen des ZDF, des Spiegel, der BBC und anderer, wie Einflussversuche aus Moskau in Deutschland ansetzen. Konzentriert auf und angefacht vom Aufstieg der AfD. Ja, also ich will es nicht kleinreden. Wir haben es ja mit einem relevanten Thema zu tun. Das allerdings finde ich noch nicht so zurecht als Aufmacherthema für eine große deutsche Nachrichtensendung. Allerdings, wir kennen ja die Nachrichtenlogiken. Hier Russland als Feindbild und so weiter und so fort. Trotzdem, wir hören hier mal rein. Es ist irgendwie, wir kennen ja die Trump, die Causa Trump hinsichtlich Collusion und so. Es war ja am Ende dann doch eher so ein einseitiges Ding. Beziehungsweise, wie Hans dann ja zu Recht sagt, es wurde ja nicht nachgewiesen, dass. Und deswegen muss es als einseitig betrachtet werden. Naja, das ist jedenfalls ganz interessant hier. Johannes Harnow und Ulrich Stoll berichten. Moskau, 3. April 2017. Um 11.53 Uhr geht hier bei einem ranghohen außenpolitischen Berater der russischen Präsidialverwaltung eine E-Mail ein, die es in sich hat. Der Mail ist ein Strategiepapier angehängt. Zur außenpolitischen Tätigkeit. Darin Vorschläge an die russische Führung, wie politische Prozesse in Europa zugunsten Russlands beeinflusst werden könnten. Zur bevorstehenden Bundestagswahl heißt es, Kandidat Markus Frohnmeier bedarf Unterstützung im Wahlkampf. Ergebnis, im Bundestag wird es einen Abgeordneten geben, der zu uns gehört und den wir absolut unter Kontrolle haben. Ja, niemand weiß noch genau, was bedeutet das jetzt eigentlich? Habst du es unter Kontrolle und so? Wenn man sich die russische Spionage-Geschichte, die sowjetische, anguckt, also bei euch in Berlin, da gibt es das Spionagemuseum. Ich weiß nicht, ob du da mal warst, da ist ja unten so eine Wand, wo mal die Erfolge des BND und dann die Erfolge auf russischer Seite gegenübergestellt wurden oder sogar die Erfolge der westlichen Geheimdienste inklusive und so. Und da ist man doch, da fällt man so ein bisschen aus allen Wolken, da steht auf deutscher Seite immer so, ja, der BND hat einen großen Erfolg gefeiert, weil der Pförtner war man für ein halbes Jahr irgendwie in der Hand von und so. Und dann geht man so rüber und liest so, was die Russen für Erfolge hatten und dann steht da so, ja, der Büroleiter des BND-Chefs war irgendwie hier drei Jahre lang in der Tasche von und so. Keiner hat es gemerkt. Ja, also da wurde aber gleich, also die Russen haben das Ding irgendwie 70 zu 0 gewonnen oder so, diesen Kalten Krieg, was den Spionagekrieg angeht, ne. Anders als eben die wirtschaftliche Seite und so, scheinen diese Spionageaktivitäten doch extrem krass gewesen zu sein. Und dafür, dass man heute irgendwie so E-Mails schreibt, die man abfangen kann, in denen so in PDFs drinsteht, das Ziel ist, Herr Frohmeier absolut unter Kontrolle zu bringen und so, erscheinen mir so ein bisschen, also ich glaube jedes Wort, ja, die E-Mail hat es gegeben und so weiter, aber es zeigt mir doch eine erhebliche Inkompetenz mittlerweile auf russischer Seite. Nicht nur, dass die Mail auftaucht, sondern auch wie die Mail so aussieht und so, ja. Sie wird uns ja hier gezeigt. Also es ist wirklich sehr, 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 sehr komisch. Jedenfalls ist dann auch noch die Frage, na ja, wenn die den jetzt im Wahlkampf unterstützen wollen, wie genau sah denn die Unterstützung aus? Will man ja im Grunde auch mal dann wissen, ne. Also, okay, die Russen wollten irgendwas, aber wie sah es dann konkret aus? Johannes... Topic-Coins, Geld. Ja, wahrscheinlich, also irgendwie so. Aber man will es halt dann trotzdem als Rechercheergebnis, das ist halt auch am Anfang, ich weiß nicht, was da noch so alles kommt, jetzt sind es halt an die Öffentlichkeit, die haben schon ein paar Monate jetzt in Recherch, Recherchieren ins Land ziehen lassen. Also ich finde es super interessant. Johannes Harnow erklärt uns hier auch noch mal, er hat nämlich den Autor der E-Mail gefunden. Vielleicht war das der Anlass, dann auch sendefähig zu werden mit dem Zeug. Wir finden Bremiak. Er will nicht gefilmt werden, bestätigt aber die Mail geschrieben zu haben. In dem von ihm verschickten Papier geht es auch um die Organisation von Protestaktionen in Ländern der Europäischen Union, mit dem Ziel, Russland-Kritiker zu diskreditieren. Was erreicht werden soll, ist die Aufhebung der antirussischen Sanktionen. Und der Bundestagsabgeordnete Frohnmeier tut genau das, was Russland will. Er fordert, weg mit den Russland-Sanktionen. Nach den Recherchen, heute Schlagabtausch im Bundestag. Und Sie stehen doch in Wahrheit, Wladimir Putin, näher als dem Grundgesetz. Irgendwelche russischen E-Mails, das ist null Beleg, das ist noch nicht mal Hörensagen. Das ist das mieseste vom miesesten Gerücht. Keine Gerüchte, sondern Fakten. Die Dokumente belegen erstmals, wie Russland rechte Politiker für seine Interessen einspannen will. Politiker wie Markus Frohnmeier. Das ist ja das mieseste vom miesesten Gerücht. Im Prinzip haben die Russen sich da jetzt einfach nur neun RT-Deutsch-Korrespondenten besorgt, oder? Der die RT-Deutsch-Inhalte wiedergibt. Ich weiß halt auch nicht so richtig. Ich meine, klar, die wollen halt Aufhebung der Russland-Sanktionen und naja, oh Wunder, die AfD will das auch. Nur hier wurde halt erstmal, also das fußt alles auf dieser einen E-Mail, die sie gefunden haben. Und die Connection, also man hat noch nicht die Dots connected, wie man so schön sagt. Vorsicht. Vorsicht, gleich werde ich jetzt zusammen geschrien. Aber was eben auch interessant ist, und der Johannes Hano, ich finde, das muss man dann aber auch deutlicher machen, er hat es nicht falsch gesagt, indem er meinte, Zitat, die Dokumente belegen, wie Russland rechte Politiker für seine Interessen einspannen will. Ja, also wir sind ja auf der Ebene der Intentionen. Nur, und das sagt er eben auch, das ist dann im Grunde schon nichts viel Neues. Ja, man hat halt eine Intention mal handschriftlich, aber es ist jetzt substanziell nicht wahnsinnig neu. Er wurde jedenfalls hier nochmal von Klaus Kleber zugeschaltet, sozusagen, um zu zeigen, ja, den gibt es echt in den Johannes Hano. Die Recherchen sind echt, aber dann halt nur eine Frage, eine Antwort, aber Johannes Hano antwortet nochmal ganz interessant. Ups, Maus schon wieder verrutscht. Die wahre Tragweite ist, dass es einen ganz klaren Plan gibt, Russlands, die westlich-liberalen Demokratien zu destabilisieren. Und in diesem Plan spielt, im Geheimdienstjargon heißt das aktive Maßnahmen, eine ganz zentrale Rolle. Das gab es schon in der Sowjetunion. Das hat Wladimir Putin und seine Administration weitergeführt. Das wissen wir mittlerweile ganz klar aus dem, was die amerikanischen Kollegen recherchiert haben in den USA. Da hat es ja mittlerweile sogar Anklagen gegeben. Und in diesen aktiven Maßnahmen, die beinhalten unter anderem Social-Media-Attacken, politische Korruption, aber eben auch, und das ist ganz klar langfristig angelegt, junge Politiker, die russlandfreundlich sind, zu pflegen, ihren Aufstieg zu fördern, damit sie immer weiter aufsteigen und ab einem gewissen Punkt dann auch tatsächlich nützlich sind für die Interessen Moskaus. Ja, also sehr viel journalistisches Storytelling da drin, ja, so einen Kandidaten aufbauen und später nutzen. Ich sehe allerdings... Das ist allgemeine Geheimdienstpraxis. Ja, also so funktioniert es. Von jedem Geheimdienst in jedem Land. Ja. Ich sehe halt schon wieder so eine... Ist doch gut, dass es immer rauskommt. Ja, ich sehe halt schon wieder so eine große Wand vor mir, auf der rückblickend die Geschichte des Zweiten Kalten Krieges erzählt wird. Und dann kommt später raus, ja, Russland, russische Geheimdienst, hat sich quasi die halbe AfD unter seiner Fuchtel und hat auch jeden Tag zehn verschlüsselte E-Mailschen geschrieben. Und dann auf der Gegenseite, ja, sehr großen Erfolg hatte der BND, als er einem ZDF-Korrespondenten eine E-Mail weiterleiten konnte. Also eine E-Mail, ein Dokument mal so, ja. Also man, es ist... Oder CIA, Norbert Röttgen. Ja, irgendwer, irgendwie so, ja. Aber wenn sich Geschichte hier gerade wiederholt und wir haben nochmal so eine kalte Kriegsgeschichte und die verläuft wie die erste, dann ist es ein großer Erfolg, dass man so ein einseitiges PDF und den Autor dann noch findet und man dann sagen kann, ja, über drei Ecken ist der auch mit dem Kreml verbunden, keine Ahnung. Ja, während da so eine Mega-Operation gerade läuft und die AfD ja nicht ohne Grund irgendwie macht, würde ich eben auch sagen, was sie da gerade macht. Aber gut. Nährt natürlich wieder und jetzt sind wir da, wo du hin wolltest, das allgemeine Freund-Feind-Schema, an das wir uns so medial gewöhnt haben. Denn dachtest du eben noch, naja gut, Klaus, du kannst doch einfach sagen, es ist Wahlkampf, du musst es nicht Krieg nennen. Jetzt wird es handgreiflich. Schon wieder ein Top-Thema. Ja, Sendungsöffnung. War das hintereinander an verschiedenen Teilen? Das eine war mittwochs, das andere Donnerstag oder so. Und jetzt das Heute-Journal. Mit Gundula Gause und Klaus. Eigentlich müsstest du jetzt die Ziege breit halten, die im richtigen Moment schreiten. Aus Kleber. Guten Abend. Zu Wasser und in der Luft sind heute Nacht amerikanische, deutsche und andere europäische Verbündete unterwegs nach Istland, um die russischen Verbände zurückzuschlagen, die sich dort ähnlich wie vor einigen Jahren auf der Krim festgesetzt haben. Keine Sorge, das ist nicht so. Das ist nur eine Vision, aber... Das ist nur eine Vision, weißt du? Top-Thema. Top-Thema. Ja, vor allem nicht mal... Also, er sagt das halt so. Es gibt ja die Tradition im Radio, dass man halt solche Spiele mal macht. Aber dass er dann nicht mal sagt, es ist nur eine Überlegung, sondern es ist eine Vision. Ja, also Vision hat auch schon so eine gewisse Konnotation, die ich hier völlig fehl am Platz finde. Aber gut. Aber... Vision hat ja auch irgendwie was Hoffnungsvolles. Ja, eben. Hofft, dass die Russen attackieren. Ja, also so eine Vision war ja eigentlich, als Helmut Schmidt damals meinte, wer Vision hat, soll zum Arzt gehen. Ja, das war so dieses... Also, wer Hoffnung hat, hätte auch sagen können, ja. Aber gut. Es ist eine Vision von Klaus, dass wir hier in Estland, Amerika helfend, Putin zurückschlagen. Eine realistische. So etwa müsste nämlich im Ernstfall die Antwort der NATO aussehen auf einen Angriff auf das Territorium eines ihrer Mitgliedstaaten und sei er so klein wie Estland. Ja. Ja, das ist das Prinzip von Artikel 5. Also, wenn ein Angriff wird, wird alle angegriffen und selbst so kleine wie Estland. Da sagen wir dann nicht Ciao, Ciao, sondern... Tja, Estland ist halt so, ist ja im Grunde das Krim-Ersatzding in dieser Moderation, weil die Idee war ja mal, die Ukraine in die NATO zu holen und dann wäre die Krim halt auch NATO-Gebiet gewesen. Hat aber nicht geklappt und jetzt muss halt Estland herhalten. Naja, gut. Stefan Leifert berichtet aus Washington. Diesen Halbsatz finde ich besonders gut. Also, berichtet aus Washington, weil wir wollen jetzt mal ganz objektiv darüber informiert werden, was ist denn hier gerade Sachlage und wir kriegen die Information natürlich von Stefan Leifert aus Washington. Aber Stefan Leifert ist doch Brüssel-Korrespondent. Ja, aber es sind doch hier NATO-Festspiele und so weiter und so fort. Weißt du? Ach, Stoltenberg war in Washington. Richtig, da hat er vom Kongress gesprochen, sich viel Applaus abgeholt mit dem Hinweis, Trump hat nicht immer recht. Das erinnert mich nur gerade, also jetzt als Top-Thema, aber die NATO macht ja auch gerade ein bisschen PR in eigener Sache. Ich meine, ich habe es, glaube ich, auch gezeigt, die laden selbst uns mittlerweile ein, zu ihren ganzen Übungen zu kommen. Und irgendwie, glaube ich, war jetzt vor ein paar Tagen eine oder aktuell läuft gerade eine oder fängt morgen an in Rumänien. War jetzt ein bisschen kurzfristig, aber gesagt, naja, vielleicht ein andermal oder so können wir gerne machen. Aber wir können uns gerne mit Herrn Stoltenberg mal treffen. Und dann kam ein paar Tage später, ja, also hier ist eine Militärübung im Juni, wenn Sie da vorbeischauen wollen. Oder im Mai. Ja, das ist ein richtiges Tourismusprogramm, ne? Ja, ja, ja. Mai, Juni, Juli. Kommen Sie, wenn Sie wollen. Ich glaube, eine machen wir mal mit. Ja, finde ich auch nicht uninteressant. Ein bisschen im Schlamm rumliegen mit dem Fernrohr und gucken, ob die Panzer noch fahren vorwärts und rückwärts. Ist mir ja wichtig. Ich will ja, mir ist die Verteidigungsfähigkeit ja am wichtigsten. Ja, also wir informieren uns jetzt mal über die Einsatzbereitschaft, die eng geknüpft ist, wie Klaus Kleber eben meinte, an einen geistigen Zustand, nämlich eben Einsatzbereitschaft, Bereitschaft im Geiste. Stefan Leifert ist ganz interessant. Er erinnert tatsächlich noch mal an Putins Rede im Bundestag 2001. Ist ja nicht ganz uninteressant. Rief Russlands Präsident Ende 2001 dem Bundestag zu. Mit dem 11. September war die Bedrohung eine andere geworden, der Ost-West-Konflikt vorbei. Es gibt keine Sowjetunion mehr, keinen Warschauer Pakt, keinen Ostblock. Sagen Sie doch bitte, gegen wen richtet sich die NATO eigentlich noch? Das Jahr 2014 gab eine neue, alte Antwort darauf, wurde zum Wendepunkt. Russlands Krim-Annexion und Destabilisierung der Ost-Ukraine holen den Kalten Krieg zurück und mit Russland eine neue, alte Bedrohung. Also soweit kennen wir die Geschichte. Der Kalte Krieg ist vorbei, Fukuyama erzählt irgendwas von dem Ende der Geschichte, die NATO weiß nicht so richtig, wohin mit sich. Und dann plötzlich, 2014, die Zäsur. Die NATO hat wieder eine Aufgabe, oh Wunder, es ist die alte Aufgabe, Russland im Zaum erhalten. Ist ja natürlich lustig, dass sie den Jugoslawien-Krieg jetzt völlig aussparen, wo es ja auch schon eine Konfrontation... Ja, das spielt bestimmt im Bericht auch kurz eine Rolle. Aber die Zäsur hier, ich habe mal diese Zäsur. Also 2014 war das Jahr, in dem die NATO ihren Sinn des Lebens wieder entdeckt hat und so. Weil da gibt es ja den Aggressor auf der anderen Seite. Interessanterweise, das war natürlich überall jetzt immer ein Thema, HA2 der Tag. Wir hören jetzt mal HA2 der Tag, da redet man ja nicht mit aktiven Politikern. Ist ja auch eine interessante Maßnahme, die man sich selbst unterwirft. Wir reden hier nicht mit Norbert Röttgen, sondern... So, und als Gesprächspartner haben sich Johannes Grotzki ausgesucht. Der war mal Hörfunkdirektor beim BER. Also wir sind hier mitten in der öffentlich-rechtlichen Blase. Und der erzählt uns nochmal, warum sich Russland vom Westen so veralbert gefühlt hat, dass man 2014 sagte, okay, NATO-Erweiterung schön und gut, aber bis hierher und nicht weiter. Wir destabilisieren jetzt die Ostukraine und die Krim gehört ab sofort wieder uns. Die Frage ist, wer hat wem was versprochen? Gorbatschow hat in die Hand hinein gesprochen, ohne Vertrag, dass Deutschland seine Wiedervereinigung bekommt. Und ohne Vertrag hat Genscher, das hat er allerdings auch dokumentarisch niedergelegt, liegt in den Akten des Auswärtigen Amtes nachzulesen inzwischen. Wer will, kann das alles lesen. Genscher hat natürlich in die Hand rein versprochen, Nein, es gibt keine Ausweiterung der NATO nach Osten, um damit die Sowjetunion zu bedrohen. Aber das Problem ist, damals war ja noch der Warschauer Pakt, damals gab es noch nicht ein unabhängiges Polen, damals gab es noch nicht souveräne Staaten, die sich frei entscheiden konnten. Insofern war die Geschäftsgrundlage anders, aber von Russland wird das bis heute so gesehen. In den Medien wird bis heute vom großen Wortbruch gesprochen und die Menschen wollen das nicht mehr analysieren. Sie glauben und sie folgen jetzt auch der Situation, dass man sagt, ja, der Westen hat sich gegen uns gerichtet. Nicht wir haben uns vom Westen abgewandt, sondern der Westen hat sich von uns abgewandt. Ja, auch nichts Neues, aber es ist auch mal ein interessanter Perspektivwechsel bei 70 Jahren NATO-Feierlichkeiten, dass man auch solche Stimmen nochmal hört, oder? So, und natürlich sind diese Frage-Antwort-Spiele im Radio immer ein bisschen länger, weshalb wir hier nochmal, und das ist jetzt für mich ehrlich gesagt wirklich neu gewesen, die NATO hat eine Geschichte der Ausbreitung und so weiter und so fort. Und dazu gehört auch eine Annäherung zu Russland. Sei es damals in der Sowjetunion unter, na ja gut, jetzt ist sie weg, dann können wir uns ja mal ranrobben. Ist ja auch eine Art von Annäherung an Russland. Aber es gäbe ja auch eine friedliche Annäherung an Russland, so wie Putin eben das Angebot gemacht hat 2001. Hören Sie mal zu, Karl, die Kriege ist vorbei. Die neuen Gegner sind die Terroristen und wir können ja mal allgemein und gemeinsam gegen diese Probleme vorgehen. Und interessanterweise gibt es eine sehr detaillierte Geschichte von wie Russland um Aufnahme in die NATO gebeten hat. Also wie gesagt, für mich war das relativ neu. Wir hören das jetzt mal kompakt in einer Minute. Aber das hatten wir, ich weiß, dass wir das schon im Auffahren-Podcast hatten, als ich Alexander Rahr hier bei mir zu Gast hatte, der hatte das erzählt. Ja, also wir hören ja mal, das ist jetzt eine sehr schöne, kompakte, eine Minute lange Geschichte, in denen das mal verschiedene Zeitdaten zusammengefasst werden. Merkwürdig und völlig vergessen, bei uns am 31. März 1954 wurde ein offizieller Antrag gestellt, Beitritt zur NATO unter Khrushchev. Das wurde zwei Jahre lang nicht beantwortet. Dann hat man gesagt, naja, so ganz ernst meinen die Russen das nicht. Sie wollten damals bereits schon eine Art europäische Sicherheitsstruktur haben. Und dann wurde es abgelehnt, weil es hieß, die Russen passen ja nicht, oder die Sowjetunion, mit ihrem undemokratischen Gefüge in die NATO hinein. Der zweite schriftliche Antrag war am 31. Dezember 1991 von Boris Yeltsin, der das Ziel hatte, den NATO-Beitritt zu erreichen, aufbauend auf einer Entscheidung von Gorbatschow, der zum Ende seiner Amtszeit als Ziel hatte, Russland in die NATO zu führen. Dann gab es noch zwei weitere Vorstöße. Einmal im Gespräch Putin und Putin mit Clinton. Das hat auch Clinton bereits schon bestätigt. Putin hat es noch einmal in einem interessanten Interview mit Oliver Stone gesagt, dass er auch mal vorhatte, Richtung NATO zu gehen. Und unter Medvedev, der Zwischenpräsident, den wir schon vergessen haben, gab es sogar eine strategische Studie, die darin mündete, wie kann die dreistufige Entwicklung aussehen, dass Russland Mitglied der NATO wird. Ja, also dieser militärischen Annäherung von NATO in Russland steht hier auch so eine nicht ganz so militärische Annäherung Russlands an die NATO gegenüber. Ich habe das das erste Mal so gehört. Und ich weiß noch, die Europäer waren da sehr offen für, aber natürlich NATO-Chef USA. Ja. Das würde, das hat die Rüstungsindustrie natürlich nicht gefreut. Nee. Und diese Rede Putin 2001 im Bundestag muss man echt auch noch mal da reinhistorisieren in diesen Ablauf. Ja, also das hat mir jetzt auch noch mal so ein bisschen Horizont erweitert. Schon interessant. Und naja, wie geht es im ZDF weiter bei Stefan Leifert, wenn er uns davon berichtet? Da setzt man natürlich die historische Brille ab und zeigt uns, wie soll man sagen, ein historisches Bild im journalistischen Mikroskop der Aktualität. Beim Gipfel von Wales beschließt die NATO die Rückkehr zu Abschreckung und Verteidigung, rüstet an der Ostflanke hoch. Künftig sollen die Verteidigungsbudgets wieder wachsen. Auch Deutschland gibt das Versprechen ab, bis 2024 2% der Wirtschaftsleistung ins Militär zu stecken. Es ist Donald Trump, der aus dieser Veranstaltung falsch. Stefan Leifert, das ist falsch. Sie haben das Versprechen abgegeben, sich dem 2% Ziel zu nähern. Also 2% Ausgaben sich zu nähern. Ja, ist das nicht so verbindlich? Ich dachte, die hätten das verbindlich gemacht. The aim is for 2% target. Also wir streben, wir streben es an, 2% auszugeben. Wir haben uns nicht verpflichtet, bis 2025 2% auszugeben. Es ist ein Unterschied. Lieber Stefan Leifert. Die Vereinbarung einen Fetisch gemacht hat. Sein Zorn vor allem auf Deutschland überschattet die NATO-Party zum 70. Deutschland zahlt nicht, was es zahlen sollte. Sie zahlen nicht viel mehr als 1% ihrer Wirtschaftsleistung, aber es müssten 2% sein. Die USA hingegen zahlen 4,3%. Das ist sehr unfair. Und so sitzt Deutschland als Prügelknabe an der großen Geburtstagstafel. Das Problem der Bundesregierung, Trump hat nicht Unrecht. Der Außenminister Das kann ich mittlerweile auch nicht mehr hören, dass jederzeitig Sprichwarten hat, also Trump hat nicht Unrecht. Dass man diesen Satz immer so zelebriert. Hallo, wir sind hier beim Staatstragenden und beim NATO-tragenden ZDF. Stimmt. Plötzlich im Modus der Selbstverteidigung. Wir sind nicht die Einzigen, die das 2%-Ziel nicht erreichen. Dass in Deutschland über Verteidigungsausgaben anders diskutiert wird, als in anderen Ländern, hat mit unserer Geschichte zu tun. Und das ist auch gut. Und diese Debatte führen wir. Aber wir stellen uns den Herausforderungen und wir fühlen uns an unsere Verpflichtungen gebunden und wir werden unser Wort auch einhalten. Ja, okay. Also soweit kennen wir das ja. Oh, Marcel. Aber es gibt im SWR2-Forum vom 3. April war Andrew Dennison zu Gast. Den kennen wir ja auch so als neben diesem Kornblumen als ja gut, einfach nochmal die Meinung durchgeprügelt. Interessanterweise, er hängt sich jetzt auch nochmal an das 2%-Ziel an und sagt, das ist willkürlich. Warte mal, was willkürlich? Also wir hören jetzt mal eine Argumentation, 40 Sekunden lang. Und wir haben im Hinterkopf, wir könnten das ja ganz historisch auch anders betrachten, nämlich der Kalte Krieg ist vorbei, Europa besinnt sich so ein bisschen auf neue Aufgaben, die erstmal in politischer Einigkeit besteht, Einheit und so. Dann werden so Wehrfragen geklärt, ist ja auch interessant, dass die EU, hat ja Martin Schulz dir auch nochmal erzählt, so Militär gar nicht im Blick hat, sondern das ist ja alles NATO und damit eben unter dem Deckmantel auch von Amerika. Es gab ja mal diese Parallelstruktur KSZE, da haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, dass sich Europa einfach besinnt und sagt, na warte mal, Militär, okay, worum geht es ja eigentlich, Verteidigung, naja, dann bauen wir mal so ein richtiges Konstrukt und sagen Militär, Entwicklungshilfe und so weiter unter dem Deckmantel KSZE. So, und jetzt erklärt uns hier im Jahr 2019, wo Trump diesen Druck macht mit den bescheuerten 2%, Andrew Dennison als das, würde ich sagen, Sprachrohr der amerikanischen Regierung, den wir hier gerne einladen überall. Wozu braucht Deutschland, also warum sollte Deutschland eigentlich sein 2% Ziel einhalten? Und die Erklärung ist wirklich, also das muss man sich jetzt merken. Zu den Zahlen, Sie haben ja gefragt, was kann man damit kaufen? Erstens Anthony Cordesman von Center for Strategic and International Studies in den Vereinigten Staaten, einer der besten Militäranalysen, die ich kenne, der sagte, 2% ist willkürlich. Das, was wir wirklich brauchen, sind Eisenbahnwaggons und Autobahnbrücken, die amerikanische Truppenverstärkung unterstützen kann. Wie viele deutsche Panzer, es gibt es zweitrangig, die Logistik, die Infrastruktur, um Gottes Willen, das soll nicht passieren, aber in eine Krise, die Truppen schnell von Bremerhaven oder Antwerpen nach Polen und Litauen zu verlegen, das ist die Herausforderung. Ja, so. Ach so, damit die Amerikaner hier besser Krieg führen können. Deutschland soll einfach nur ein paar Steigbügel kaufen, damit die Amerikaner besser auf ihre Pferde klettern können und wir erinnern uns, wie hat Klaus Kleber das nochmal angefangen mit so einem Szenario in Estland, wo die Amerikaner halt hin müssen, um uns zu verteidigen und wir müssen die Eisenbahnschiene da hin bauen und ein Boot bereitstellen und so. Wenn das die Forderung ist, dann können wir ab sofort die Bahninvestition in Schiene und als Verteidigungsausgabe labeln und dann haben wir locker 2%. Ja, also 2019 sind wir quasi, ja, Steigbügelhalter von Amerika. Also aus amerikanischer Sicht, da hat es die Forderung, die wir gerade gehört. Also, tja, da kratzt man sich so ein bisschen am Kopf, aber gut, so ist es. Das ist aktuelle Realität. Ist doch uns egal, was in der Geschichte passiert ist. Naja, gut, haben wir das alles abgefrühstückt. Wollen wir langsam dem Ende uns neigen? Ich habe noch mal ein Wahlkampfgeschenk von Trump an Bibi. US-Präsident Trump verschärft seinen Kurs gegenüber dem Iran. Er setzte die Revolutionsgarden auf die Liste der Terrororganisationen. Diese Eliteeinheit der Streitkräfte kontrolliert alle Atomanlagen sowie den Persischen Golf und hat auch wirtschaftlich großen Einfluss. Es ist das erste Mal, dass die USA eine Militäreinheit eines anderen Staates als terroristisch einstufen. Der Schritt zielt darauf, die Finanzierung zu erschweren, etwa durch Kontensperrungen und durch das Verbot von Geschäften mit US-Unternehmen. Bibi hat schon gestern Abend erklärt, dass das auf Wunsch von ihm passiert ist. Trump hat ihm nochmal ein Geschenk gemacht. Und ich frage dich jetzt, wäre natürlich lustig, wenn die Iraner jetzt zum Beispiel die Nevada slash Rammstein Drohnenangriffeinheit auch auf die Terrorliste setzen würden. Ja. Warum nicht? Hat dann zwar keine Konsequenzen für irgendwen, aber warum nicht? Ja, es ist eh alles nur Symbolpolitik. Trump weiß ja gar nicht, was das bedeutet, wenn er sowas macht. Für ihn ist das einfach nur so, ja, es ist DIN A4-Blatt, das unterschreibe ich, dann zerreiße ich es, dann klebt der Typ hinter mir, der extra engagiert dafür wurde, das wieder zusammen und dann kommt es ins Archiv. Ja. Und Bibi hat einen tollen Fernsehmoment. Andere Militärsachen in Libyen kämpfen jetzt quasi unsere Verbündeten gegeneinander. Ja, der eine wird von Ägypten und Frankreich gestützt, der andere ist unser, also die anderen sind unsere Leute. Was ist denn da los in Libyen? Die Truppen der libyschen Übergangsregierung haben den internationalen Flughafen von Tripolis zurückerobert. Kämpfer Haftas hatten den strategisch wichtigen Ort zeitweise als eine Basis für den Angriff auf die Hauptstadt genutzt. Der Flughafen liegt nur 25 Kilometer südlich vom Stadtzentrum. Nun dient er als ein Stützpunkt der Truppen der international anerkannten Übergangsregierung. Mit dem durchgekreuzten Bild Haftas ziehen sie nun gegen seine Truppen von hier aus in den Krieg. Der Konflikt eskaliert weiter. Wir verkünden heute die Operation Vulkan des Zorns um alle Städte von den Aggressoren zu reinigen die jenseits der Legitimität stehen. Warum müssen die immer in die Mikro schreien? Ja, vor allem hat man sich nicht schon in einer 30-jährigen jahre-währenden Hollywood-Geschichte darüber lustig gemacht, dass die braunen Menschen im Sand so Krieg führen und dann machen die es genau so, wie Hollywood sich darüber lustig macht, die ganze Zeit schon. Das ist wirklich erstaunlich, was das, na gut, so ist es halt. Was Hans und Teilergästen schon erkannt haben, es wird wieder ein neuer Bösewicht aufgebaut. Es wird jetzt nur von Hafter, Hafter, Hafter gesprochen und seinen Truppen. Dabei ist das halt eine relevante Fraktion im libyschen Bürgerkrieg, der immer noch schwellt. Also mir ist das erstaunlicherweise alles neu soweit. Echt ja? Ja, im Deutschlandfunk kann das jetzt nicht so die Megarolle gespielt. Musst du mal Reckbecker hören. Was jetzt auch irgendwie bei der Tagesschau nicht erwähnt wird, dass Hafter unter anderem von Frankreich in Libyen Krieg geführt hat. Hier wird leider nur ein Partner erwähnt von ihm. Hafter schafft mit seinen Truppen die Richtung Hauptstadt marschieren Fakten, indem er die UN torpediert, die mit den Konfliktparteien einen Fahrplan für Wahlen festlegen wollten. Völlig unbeeindruckt von internationaler Kritik stellt Hafters Armee diese Propaganda-Bilder ins Netz. Hafter will zeigen, dass er die militärische Stärke hat, ganz Libyen zu kontrollieren. Vor allem hat er mächtige Verbündete. Genau das ist das Problem, vor dem die EU steht. Sie kann Hafter deshalb nur schwer zur Mäßigung bewegen. Die politische und militärische Unterstützung kommt vom Nachbarland Ägypten. Und Hafter hat halt das, was in Libyen grundsätzlich fehlt, nämlich eine offenbar hierarchisch funktionierende Streitkraft. Dutzende sind getötet worden. Laut UN sind in den vergangenen Tagen durch die Gefechte südlich von Tripolis schon tausende Menschen vertrieben worden. Warte mal, das sind genau die gleichen Fernsehbilder, die ich vor 25 Jahren, als ich meinen nachrichtlichen Augenaufschlag hatte, als Kind auch schon gesehen habe. Palmen, blauer Himmel, Menschen rennen rum, fahren komischen Autos rum. Das ist wirklich erstaunlich. Was soll ich dazu sagen? Ne, da gibt es nichts zu zu sagen. Das ist traurig. Scheiße gelaufen. Was soll ich dir jetzt dazu sagen? Scheiße gelaufen. Ich hätte das anders machen sollen. Lass uns mit einer positiven militärischen Geschichte. Oh, warte, ich sehe hier gerade ein Bild. Kanzlerin Merkel und Premierministerin Theresa May sprechen im Kanzleramt über den Brexit und das Sonntagertreffen des EU-Councils morgen in Brüssel. Ui, 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 das ist aber ein schönes Bild. Es hat bestimmt, entweder ist gerade gutes Licht oder Seibert kann Instagram gut bedienen. Wir gehen nach Stabern. Wir gehen nach Stabern. Was hat uns in den letzten Monaten in Stabern bewegt? Stabern. Irgendwas mit dem Biber? Ist da die Penewerft? Ist da die Peniswerft? Wolf? Moor? Moor. Ah, das Feuer Moor oder was? Ja, und Uschi hat doch versprochen, nachdem wir alles wieder gelöscht haben, machen wir eine Party und das hat sie am Wochenende eingelöst. Sensationell. Um hier heute reinzukommen, brauchte man ein gelbes Bändchen, weil es waren wirklich nur geladene Menschen, es sind Bürger aus Stabern, die hier heute mitfeiern durften. Und das, was wir jetzt im Hintergrund sehen, ist zufriedene, satte Stabern, denn jetzt wurde gerade gegessen, ab 20 Uhr beginnt das Abendprogramm mit Live-Musik, aber offiziell angefangen hat es heute Nachmittag um 14 Uhr und die Gastgeberin und Schirmherrin Ursula von der Leyen hat selber die Ansprache gehalten, denn sie hatte ein Versprechen einzulösen. Ich habe Ihnen im September versprochen, als dass ich das hier alles gesehen habe, wenn wir durch das alles durch sind, dann machen wir ein schönes Dorffest. Toll, dass Sie da sind. Nun lasst uns ordentlich feiern, vielen Dank. Das ist natürlich ein Versprechen, dem alle gerne nachgekommen sind. Warte mal, jetzt ist Filmriss, also wir sind doch, habe ich von Klaus Kleber gerade gelernt, im Krieg. Ja. Angenommen, der Putin lässt sich jetzt eine Morgenlage von seinen Generellen darlegen, inklusive Tagesordnungspunkte Ursula von der Leyen als wichtige Verteidigungsministerin Europas, wie fassen die das zusammen, was sie da macht? Ja, da gab es einen Moorbrand und schlechte Luft und seitdem sind alle ein bisschen aufgewühlt und jetzt gibt es ein Dorffest. Ja, aber den Moorbrand gab es ja nur wegen Putin. Stimmt, ah ja, okay, da kann er sich sogar nach, im Sinne von, ach, die haben sich selbst bombardiert. Die mussten ja testen, ob die Raketen, die gegen die Russen eingesetzt werden würden, wenn die Russen böses Zeug machen, funktionieren. Unglaublich. jetzt kannst du mal testen, ob die politische Maschine Ursula von der Leyen funktioniert. Sie hat sich nämlich nicht mit den Journalisten beschäftigt, die sie da begleitet haben, sondern nur mit den Menschen, okay, mit den Menschen. Beim offiziellen Teil war es so, dass die Medien nicht zu nahe kommen durften. Ursula von der Leyen hat auch keine Interviews gegeben, denn sie wollte wirklich nah bei den Stabernern sein und mit ihnen feiern und hat tatsächlich das besagte Bad in der Menge genossen und hat mit vielen Stabernern gesprochen. Also ehrlich gesagt, sie war auf der Hüpfburg. Sie ist so wie du und ich. Jeder Politiker möchte gern mal König eines Dorffestes sein. Nur, es gibt wenig Anlässe ein Dorffest zu veranstalten. Dass Ursula von der Leyen jetzt diese Ehre zuteil wurde, als Wiedergutmachung eines Fehlers, finde ich wirklich. Sie hat das Dorf selbst geschmissen. Sie musste das Dorf selbst schmeißen. Ja, also wirklich. Um das Bad in der Menge genießen zu können. Also sie hat das Bad sich selbst gekauft. Ja, wie heißt dieser Typ, der sich selbst aus dem Moor gezogen hat? Hier, weißt du, Münchhausen, der hat sich doch am Schopfe selbst aus, war es nicht im Moor? Passt es nicht hier wunderbar? Ja. Dass man sich irgendwie so und dann platziert man sich so mitten in so einem Dorffest und lässt sich feiern. Sensationell. Fehlt nur noch, dass die Opposition jetzt sagt, ey, das ist illegale Wahlkampfhilfe oder sowas. In zwei Jahren ist Bundestagswahl, das vergessen die nie. Die haben keine gelben Bändchen bekommen. Die haben keine gelben Bändchen bekommen. Aber wir hören mal, was die Stavener, also die Bürger, für die die Feier veranstaltet wurde, von der Feier halten. Sind sie versöhnt? Nicht raus, was passiert mit unseren Häusern, was passiert mit uns. Also versöhnt sein kann man da nicht mit, weil es ein Fehler passiert, der hätte nicht passieren dürfen. Es ist schon... Hier, hier, nimm noch ein Bier. Hier ist noch eins, komm. Das denke ich, viele Helfer hier in Stavarn einfach nochmal gewürdigt wurden, denn viele haben angepackt, viele haben gegrillt, haben Sachen zur Verfügung gestellt, ob das, ich sag mal, der Wohnraum war, die Toiletten, es musste ganz viel organisiert werden und ich denke, das ist zumindest ein Dankeschön an die vielen Helfer hier in Stavarn. Ich meine, das ist ja jetzt eine Entschädigung eigentlich für die Stavner und von daher finde ich das eigentlich ganz nett. Ja, immer innerst dufrieden. Ja, das ist sehr, sehr gut. Mir kommt ja gerade noch eine andere Story unter. Also, sobald du hier fertig bist, trage ich noch was vor. Du musst jetzt noch kurz mal aufpassen. Mhm. Irgendwie, die Reporterin, die uns ja alles schon immer bekannt ist, sie war ja, ist ja die Morbrand-Expertin. Ist das die, die wieder atmen kann? Ja, genau, das war die. Nee, die wurde ja damals gefragt, ob man da wieder atmen kann. Das wollen wir ja nicht für, nicht für, für schweigen. Aber sie hat ja noch ein Interview mit dem Bürgermeister geführt in diesem Bierzelt und irgendwie finde ich, es ist ein komisches Interview. Erstens musst du mal beschreiben, was im Hintergrund so abgeht bei dem Gespräch und zweitens, ich habe irgendwie das Gefühl, die hatten da sich vorher so sehr abgesprochen, dass der Bürgermeister, glaube ich, zwei oder drei Antworten gegeben hat zu Fragen, die sie noch gar nicht gestellt hat und dann war sie, glaube ich, am Ende noch ein bisschen verwirrt. Einer, der heute auch mitfeiert und auch alles im September mitbekommen hat, das ist Günther Wickpers. Sie sind Bürgermeister der Samtgemeinde Sögel. Hintergrund, achte auf den Weg. Wie ist das Fest heute für Sie? Wie empfinden Sie das, dass Ursula von der Leyen noch mal eingeladen hat? Also wir ziehen heute einen Schlussstrich unter dieses Brandereignis. Die Ministerin hat ihr Versprechen eingelöst. Sie und vor allen Dingen auch die Staaten der Bevölkerung haben sich heute noch mal sehr eindrucksvoll auch bei den vielen Hilfskräften bedankt. Der Blick geht jetzt nach vorne. Die vielen Menschen hier aus der Region, die auf der WTD arbeiten, wollen mit dem Normalbetrieb auf der WTD und wollen für die Soldatinnen und Soldaten ihre Arbeit machen. Dankeschön. Ihnen noch viel Spaß beim Feiern. Jetzt wird es gleich laut hier und es wird viel Musik geben. Dankeschön. Sehr gut. Daran anschließend das Thema. Unsere Flugbereitschaft hat doch auch... Das war jetzt nicht Bundeswehr TV, wollte ich nur sagen. Das war NDR. Ja. Wir lesen mal kurz Spiegel online. Tolle Stöberung, tolle Stöberung. Genau. Flugzeuge schießen manchmal Mohrenbrand oder sie fliegen nicht, wie das ja auch häufig der Bundesflugbereitschaft, die heißt es nochmal, Flugbereitschaft der Bundeswehr und so. Und jetzt kauft man neue Flugzeuge, A350, inklusive teurer VIP-Kabinen. Man hat sich also gedacht, warte mal, wir haben jetzt so lange gelitten. Politiker-Generationen mussten hier, was weiß ich, im Moor, irgendwo im Ausland abwarten, bis Triebwerke wieder funktionieren. Letztens ja erst ein Rad war kaputt und deswegen konnte Mars nicht aussteigen in New York, hat seinen Termin verpasst. Und dann nutzt man die Gelegenheit, hinzu kommt teure Spezialausstattung der Maschinen. So kosten allein die sogenannten VIP-Kabinen für die reisenden Regierungsmitglieder 288 Millionen Euro. Hätte man die 288 Millionen nicht in VIP ausgegeben, sondern in ein Flugzeug hätte man statt drei vier Flugzeuge kaufen können. Das ist ganz witzig. Ich gönne es denen ja, diese Fliegen so viel und so, die sollen mal schön ihre 1,2 Milliarden jetzt ausgeben für neue Flugzeuge. Dafür allerdings auch immer pünktlich sein. Genau. Bin ich für. Gut, das war's jetzt. Sehr gut. Lange Folge, lange Folge. Ja. Freut euch auf Freitag. Ja. Ich bringe ein paar Drogengeschichten mit. Ein paar Sachen aus Europa. VW, Delfine. Hannover Messe wurde eröffnet. Tolle, tolle Bilder. Werden wir sehen. Mit Uschi? Mit Uschi? Nee, Hannover Messe ist hier Industrie und so. Ja, Rüstungsmeldung. Achso. Es ist ja Niedersächsinn. Achso, ja. Der Türkei wurde gewählt. Ja, also wir haben ein schönes Programm. Verrat's uns Ende der Woche. Ja. Gut. Ich wollte mich nochmal bedanken. Es gab einen neuen Glückwunsch-Sound von unseren Hörern und Hörerinnen habe ich mir ja gewünscht. Hier der von Genscher. Herzlichen Glückwunsch und herzlichen Dank. Dafür, dass du immer wieder vielen Menschen Freude bereitest. Was wäre das deutsche Showgeschäft ohne dich? Bleib wie du bist. Alles Gute. Also, das spiele ich auf jeden Fall ab, wenn Hans Jessen Schokoburzler hat. Ja, für wen ist das? Ist das für Heinz Rühmann oder was? Fürs deutsche Showgeschäft. Ja, sehr gut. Gut. Dann Autokommentare, Musik. Ja, gute Autokommentare. Dominik aus China und so. Da freue ich mich sehr, denn er hat einen Reiseaufenthalt. Er hat auch Tweets aus China geschickt. Also, für alle, die ein Interesse an China haben. Wir haben ja jetzt gesteigert das Interesse hier an China. Klick da doch mal nach. Und Autokommentare, Living Neverland, zwei Stück, dann zu deiner Milch. Man darf ja nicht Milch sagen, sondern Getreide, Wasser, Weiß, Milchersatz, für Kaffee geeignet. Und so weiter. Was sagst du denn zu unserem Talk? Hast du den gehört? Ne, ich habe festgestellt, ich rede lieber nicht mit dir darüber, weil du bist halt, du guckst halt den Film und dann, das finde ich eine interessante Szene, wie du so mittendrin sagst, und als ich diese Regung an der Augenbrau gesehen habe, da war er für mich glaubwürdig. Und in diese Falle will ich beim Film natürlich nie tappen. Deswegen fand ich es sehr gut, dass Hans und Wolfgang am Anfang nochmal sagen, Leute, das ist ein Film, das kann doch alles nur Fiction sein. Ja, das war die Grundlage des Gesprächs. Ja, aber deine Haltung ist, das ist alles echt, weil die Regung in den Augenbrauen war bei diesem Thema so, dass du gesagt hast, oh, und jetzt glaube ich ihnen, jetzt haben sie mich überzeugt. Und wenn das ein Film darüber transportiert. Ich habe nicht die Augenbrauen angesprochen, ich habe gesagt, dass beide erzählt haben, dass Michael Jackson die Nippel massiert bekommen haben wollte, als er sich befriedigt hat. Ja, ja, gut, aber die haben halt auch das gleiche Anwaltsteam und alles, ne? Also wenn du das gleiche Ziel hast, nämlich 300 Millionen aus dem Nachlass haben willst, dann sprichst du deine Story lieber ab, damit es glaubwürdiger erscheint. Deswegen finde ich den Film so nicht überzeugend. Allerdings habe ich ihn auch nicht geguckt und ich werde ihn auch nicht gucken, weil ich finde das Argument, du musst ihn gesehen haben, ansonsten kannst du da kein Urteil über die Leute, ist natürlich Quatsch, weil den Film gibt es ja aus Gründen. Also den Film gibt es immer wirklich aus Gründen, der kommt nicht aus heiterem Himmel plötzlich 2019, wo die eine oder andere Frage noch zu klären ist. Sehr gut fand ich Wolfgang Hinweis hinsichtlich Michael Jacksons Sexualität. Man will sich einfach in Gewissheiten retten und das kann, also ich weiß noch, wie die Stimmung damals war. Was, der hat da eine Frau geheiratet? Hä, wieso denn heiraten und so? Und dann kam diese Pädophilie auf und alle so, ah jetzt, jetzt macht für mich die ganze Figur Michael Jackson Sinn. Der ist Outer Space, der lebt anders als wir, der liebt anders als wir, na klar, der ist so eine verrückte Sexualität und da schließt dieser Film halt ganz wunderbar an, diese Gewissheit einfach noch weiter zu retten. Also dieses, dieses Ding, ah jetzt macht Sinn, ja, also dieses, ah jetzt, jetzt habe ich Gewissheit, endlich kann ich mich hinlegen und, ja, habe ein geschlossenes Bild, habe die Dots connected sozusagen, jetzt kann ich wieder Michael Jackson hören oder eben, jetzt höre ich nie wieder Michael Jackson, ja, also beides ist möglich und daher ist der Film natürlich, trifft er natürlich ins Schwarze, was diese Stimmungen angeht, aber, ich habe ja, ich habe ja gesagt, dass ich, schwierig, den Jungs glaube und daraufhin basiert natürlich, das Gespräch geführt habe, natürlich stimmt, die Grundaussage, wir wissen nicht, was am Ende stimmt, wir werden es auch nie erfahren, weil er tot ist und, äh, die Jackson-Leute natürlich nie darüber reden werden, weil ansonsten das ganze Geschäftsmodell, der Estate und so weiter auseinander bricht. Ja, aber ich habe im Forum schon mitgekriegt, wie du darauf reagierst, äh, diesen Film gibt es jetzt und der ist sehr lang und sehr ausführlich und der geht ins Detail und man ist als Zuschauer wirklich nah dran und man sieht die Mimiken und so weiter und so fort, ja, das ist dann noch zusätzlich deine Alterspeergroup und so weiter und so fort. Dieser Film provoziert aber auch Antworten, Reaktionen und die kannst du nicht alle so abschmettern, wie du bisher alles abgeschmettert hast im Forum, weil da sind auch Sachen dabei, die muss man auch ernst nehmen, so wie man den Film ernst nimmt. Ja, aber ich kann nicht die typischen MJ-Hardcore-Bullshit-Points ernst nehmen. Ja, die musst du ja auch nicht ernst nehmen, aber es gibt eben andere auch. Genau, kann man sehen, wie man will, ich weiß nur, ich kann nicht jetzt, ich darf leider nicht so viel sagen, aber wir haben auch Feedback von Pädophilen bekommen zu unserem Talk, die sich ein bisschen offenbart haben, haben aber auch gesagt, dass sie sich bedanken für das Gespräch, was wir da geführt haben und dass sie solche, also so eine Thematisierung, so wie wir darüber geredet haben, noch nicht in den Medien gefunden haben und sie haben sie jetzt nicht wie armen Opfer und bla bla bla, sondern der hat schon gesagt, er hat im Gefängnis gesessen und hat seine Taten abgebüßt, ist in Behandlung und so weiter und so fort, ist aber einfach nur dankbar, dass man quasi nicht so kurz und knapp oder wie böse Pädophile sind und so weiter darüber geredet wurde, sondern dass wir das kontextualisiert haben. Also das war mir, das war mir wichtig, also solch ein Feedback ist dann, das interessiert einen dann schon im Vergleich zu den MG Hardcore Fans. Aber dieser Kontext kann eben auch nicht auf Michael Jackson verzichten und dass dieser Ikonensturz immer noch dazugehört, um überhaupt, also sonst hätte ja keiner dazugehört, der zwei Stunden lang zum Thema und Michael Jackson oder niemand sonst hätte eine Rolle gespielt, sondern wirklich nur die Opfer und die Täter, das wäre jetzt natürlich schwierig, aber genau so braucht man es halt. Wir haben diesen Film als Anlass genommen, über Erziehung, Missbrauch und so weiter zu reden. Es ging ja nicht primär um den Film. Wir haben das als Ausgangspunkt. Naja, aber diese Masche, die du so interessant fandest, die ist natürlich ganz eng geknöpft, an dass es da so eine Ikone gibt und die Eltern und so, weißt du? Weil das ist ja nicht der Normalfall von Verführung von Kindern, weil da ist diese Prominenz einfach immanent wichtig und ist dann auch nicht stellvertretend oder repräsentativ für diesen Problemfall also ausgelebter Pädophilie. Und in der Dermachsgabe ist es zwar interessant, dass es so einen Film gibt, aber wie die Brücken, also wie der Brückenschlag zum Beispiel zu dem, was ich ja letzte Woche angesprochen habe, Kommissionsbericht ist, der eben völlig ohne Michael Jackson auskommt, sondern da sind einfach 900 Betroffene, kommen da zu Wort. Und wie macht man das medial attraktiv? Das wäre so die Frage. Und das ist natürlich eine ungeklärte Frage. Also mir fällt jetzt keine Antwort ein. Ich kann mir vorstellen, ich habe keine Antwort gelesen, aber wir haben ja die Frage gestellt, spielt das bei ProSieben eine Rolle, dass fünf Tage vorher die vom Bundestag beauftragte Kommission einen Bericht vorlegt, in dem einfach mal deutsche Realität abgebildet wird und scheint mir nicht so zu sein. Also in der Hinsicht ist das halt. Gut, Musik, Matthias? Na klar, wir werden wahrscheinlich das, was du schon angesprochen hast, hören, nämlich Bezug auf Krieg und Frieden. Danke, Klaus Kleber. Gut, danke Klaus, danke liebe Hörer und Hörerinnen für eure Unterstützung. Die brauchen wir auf der Folge 371 am Ende der Woche. Wir brauchen Produzenten und Produzentinnen, das werdet ihr ab 42 Euro und Präsentatoren und Präsentatorinnen ab 250 Euro. Schöne Woche, guckt euch Martin Schulz bei Jungen Naiv an. Es ist echt super gelaufen, das war ein toller Nachmittag. Ein toller Nachmittag, der allen Beteiligten richtig Spaß gemacht hat. Bis denn. Herzlichen Dank und Ihnen und Ihren Zuschauerinnen und Zuschauern einen schönen Abend. Herzlichen Dank und Deutschland, alles Gute. So viel heute von uns. Ihnen noch einen schönen Abend bei uns im Ersten. Selbstverständlich werden Sie die Tagesschau und die Tagesthemen auf dem Laufenden halten. Machen Sie es gut. So hart wie es klingt, so niedlich wie der Wolf aussieht, so schön wie der ist, aber müssen getötet werden. Es kommen die Ausländer hier rein, machen die Hand auf und kriegen Handy, kriegen Klamotten und wissen, das kann nicht sein so. You say you love your children above all else and yet you're stealing their future in front of their very eyes. Ich habe jetzt zuerst jetzt dazu gesagt, scheiße gelaufen. Ich hätte das jetzt anders machen sollen. Ich kann nicht meckern. Ich bin zufrieden. Mir geht es gut. Und ich sage jetzt an dieser Stelle Tschüss. Tschüss. Wir sind die Guten. Tschüss zusammen. Wiedersehen. Tschau. Vielen Dank. Guten Abend. Zu Wasser und in der Luft sind heute Nacht amerikanische, deutsche und andere europäische Verbündete unterwegs nach Istland, um die russischen Verbände zurückzuschlagen. Das ist eine Vision, die sich dort ähnlich wie vor einigen Jahren auf der Krim aber festgesetzt hat. Eine realistische. Das ist nämlich Krieg, man merkt es nur nicht. Wir müssen über Krieg reden. Das ist nämlich Krieg, man merkt es nur nicht. Moderne Kriege brauchen im Idealfall keine Panzer und Bomben. Sie schaffen es, die Gesellschaft, die öffentliche Diskussion und die Entscheidungsprozesse einer anderen Macht so zu unterwandern, dass die gefügig wird. Es gibt von der Brexit-Entscheidung über Wahlen in Europa bis zur US-Präsidentschaft deutliche Hinweise darauf, dass russische Operative dort mitgemischt haben. Und jetzt belegen Recherchen des ZDF, des Spiegel, der BBC und anderer, wie Einflussversuche aus Moskau in Deutschland ansetzen. Wir haben deutliche Hinweise darauf, wie Einflussversuche aus Moskau in Deutschland ansetzen. Konzentriert auf und angefacht vom Aufstieg der AfD. Moskau, 3. April 2017. Um 11.53 Uhr geht hier bei einem ranghohen außenpolitischen Berater der russischen Präsidialverwaltung eine E-Mail ein, die es in sich hat. Der Mail ist ein Strategiepapier angehängt zur außenpolitischen Tätigkeit. Darin Vorschläge an die russische Führung, wie politische Prozesse in Europa zugunsten Russlands beeinflusst werden können. Zu bevorstehenden Bundestagswahl heißt es Kandidat Markus Frohnmaier. Bedarf Unterstützung im Wahlkampf. Ergebnis im Bundestag wird es einen Abgeordneten geben, der zu uns gehört und den wir absolut unter Kontrolle haben. Zielperson Markus Frohnmaier inzwischen für die AfD im Bundestag. Er setzt sich für Putins Politik ein, verteidigt unter anderem die völkerrechtswidrige Annexion der ukrainischen Halbinsel, Krim. Es ist nun mal so, dass die Krim jetzt die russische Krim ist. Daran werden auch die Leute, die das sehr kritisch begleiten, nichts mehr ändern können. Die Krim kommen nicht mehr zurück. Ein AfD-Politiker unter Kontrolle Moskaus? Wir konfrontieren Markus Frohnmaier mit den Vorwürfen, die auf Dokumenten beruhen, die ZDF, Spiegel, BBC und La Repubblica ausgewertet haben. Ich bin nicht verrückt, kann ich mir nicht vorstellen, dass sowas geschrieben worden ist. Ich bin hier angetreten, um deutsche Interessen zu vertreten. Moskau. Die Vertreter russischer Interessen sitzen hier im russischen Parlament. Wir suchen den Mann, der das Strategiepapier über Frohnmaier an die Kreml-Administration geschickt hat. Piotr Premiak. Einst ranghoher Geheimdienstoffizier, jetzt Mitarbeiter in der Duma. Wir finden Premiak. Er will nicht gefilmt werden, bestätigt aber, die Mail geschrieben zu haben. In dem von ihm verschickten Papier geht es auch um die Organisation von Protestaktionen in Ländern der Europäischen Union. Mit dem Ziel, Russland-Kritiker zu diskreditieren. Was erreicht werden soll, ist die Aufhebung der antirussischen Sanktionen. Und der Bundestagsabgeordnete Frohnmaier tut genau das, was Russland will. Er fordert, weg mit den Russland-Sanktionen. Krieg. 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 Was haben wir da? Einen Vorschlag für eine Strategie zur Unterwanderung der Politik im Westen. Ein Vorschlag, der in Moskauer Kanzleistuben kursiert auf höchster Ebene. Wir haben außerdem einen Abgeordneten, den die ins Visier genommen haben und der vertritt tatsächlich russlandfreundliche Positionen. Das ist nun nicht verboten und dieser AfD-Abgeordnete muss deshalb noch lange keine Marionette Moskaus sein. Die aufwachen Hörerkommentare. Hallo, lieber Aufwachen-Podcast. Hier ist der Cosmo aus Berlin, der sich jetzt auf die Folge 369, den Elternabend, bezieht. Ja, erstmal vielen Dank, dass ihr dieses Thema gesetzt habt. Ich bin mir jetzt nicht so ganz sicher, ob das bei allen so gut angekommen ist oder alle die Brisanz in gleicher Weise gesehen haben oder die Notwendigkeit diesen Filmtalk zu machen. Ich finde es gut. Ich kann Thilo sehr gut verstehen, dass er ein Bedürfnis hatte, darüber zu sprechen und ich finde es auch gut, dass Hans Jessen und auch Herr Schmidt sich dazu breit erklärt haben. Ich bin allerdings nach einer Weile ausgestiegen, sowohl bei der Diskussion, die ihr hattet, als auch bei der tatsächlichen Doku Living Neverland. Ich habe sie tatsächlich drei Stunden gesehen, plus vor Doku, das heißt fast vier. Das, was mich insgesamt an der Doku sehr störte und leider auch am Filmtalk, mir fehlte so ein bisschen die gewisse seriöse Berichterstattung. Also bei Living Neverland ist es mir irgendwie zu viel Hollywood und ich würde da Stefan sehr unterstützen, der sagt, naja, ich würde eigentlich lieber dazu was lesen, anstatt mir da vier oder fünf Stunden Filmmaterial anzugucken. Das geht mir ganz genauso. Jetzt habe ich es aber gemacht, weil mir das alles schon sehr wichtig war. bin so ein halber Michael-Jackson-Fan und will einfach alle Informationen sammeln. Ich habe auch ganz viele andere Dokus zusammen mit meiner Partnerin geguckt. Es gibt ja da einige im Netz, auch von Begier und dann wieder von der Jackson-Seite. Jetzt gibt es ja auch von der Jackson-Seite Neverland First Hand. Das ist auch ganz interessant, also empfehle ich allen reinzugucken, die das Thema wie gesagt interessiert. Jetzt an eurem Filmtalk, wie gesagt, hätte ich mir gewünscht, dass ihr noch viel mehr darauf eingeht, wie wurde es inszeniert, wie werden die Menschen dargestellt und einfach auch nochmal mehr. Ihr seid sehr viel auf Michael Jackson eingegangen, macht ja Sinn, aber sind denn Safechuck und Robson, sind sie wirklich authentisch, auch in dieser Art und Weise, wie dieser Film sie darstellt? und mich hätte noch mehr so interessiert, was deren Psychologie betrifft und finde es jetzt halt sehr spannend, dass die Gegenseite ja auch sehr viel vorbringt von der einen Ex-Freundin von Robson, wie die ihn so wahrgenommen hat. Also kann ich empfehlen, wie gesagt, da die anderen Dogos auch noch anzugucken und bin gespannt, ob der Chris nochmal einen Audiokommentar schickt bezüglich seiner Tätigkeit als Agent von dem einen Double und wie geht man denn damit jetzt weiter um? Hallo, aufwachen, hier ist Tim aus Köln und ich habe ein paar kleine Anmerkungen beziehungsweise eigentlich nur zwei zu der Neverland-Doku Michael Jackson und zwar der erste Punkt ist, dass man, finde ich, aufpassen muss, jetzt nicht alles durch diese Pädophilie und beziehungsweise Kindesmissbrauchs Brille zu sehen. Es zeigt sich nämlich, dass auch gerade Kontakte zwischen männlichen Kindern und auch älteren Männern, älteren Männern meine ich jetzt eben sagen wir mal über 40, so beneficial sind eigentlich für beide Seiten und das ist schon früher so gewesen, nur heute ist das halt viel unüblicher geworden, dass die Jungs dann eben noch eine zusätzliche Bezugsfigur haben und Dinge lernen und die dieses Mentoring für die älteren Männer dann eben auch große Vorteile bringt, weil man Wissen weitergibt und dieses Generositäts Motiv irgendwie auch in uns drin steckt und zu einem gelegenen Leben irgendwie beiträgt, so auf beiden Seiten und man eben ja, aufpassen muss nicht vorzuverurteilen, aber auf der anderen Seite natürlich guckt, dass man seine Kinder schützt und Dinge auch anspricht und Dinge dann nicht vermeidet und verdrängt. Und der zweite Punkt, der mir wichtig war, ist, das bezieht sich so ein bisschen aufs Wording in dem Beitrag, dass Pädophilie und Kindesmissbrauch so ein bisschen gleichgesetzt wird und man da wirklich aufpassen muss, denn nur ungefähr 50 Prozent der Kindesmissbraucher sind pädophil, bei den anderen sind das Machtmotive, Gelegenheitsmotive und auch das Opfer sozusagen wie so ein Ersatzobjekt für eine Frau oder auch für einen Mann, wenn man homosexuell ist, herhalten muss und Kindesmissbrauch muss streng gestraft werden, da muss wirklich aufgepasst werden und es ist absolut zu verurteilen und Pädophilie ist eben eine Neigung, eine sexuelle, die nicht ausgelebt werden kann und auch nicht ausgelebt werden sollte, aber nur ein wirklich kleiner Bruchteil von Pädophilen wird wirklich zum Kindesmissbraucher und viele haben großen Leidensdruck, haben teilweise Probleme Therapeuten und Therapeutinnen zu finden, die sich mit Thematik nicht annehmen wollen, weil es auch immer noch keine guten Konzepte gibt, psychotherapeutische aber da gibt es halt immer mehr Möglichkeiten die eben auch sowas wie kein Täter werden oder so und man eben gucken muss, dass man jetzt jemanden nicht der eben so eine Neigung hat oder auch so eine Neigung hat, wenn die auch beides haben, dann nicht direkt da als Kindesmissbraucher hinstellt oder auch nicht als potenziellen Kindesmissbraucher und genau und Pädophilie eben wirklich diese Neigung ist mit Kindern, die noch nicht geschlechtsreif sind Sex haben zu wollen und selbst wenn man jetzt irgendwie auf Jugendliche steht, das ist nochmal irgendwie was anderes diese Hebephilie, die sozusagen den meisten innewohnt aber eben wo auch nicht nachgehandelt wird, man muss irgendwie ganz klar da trennen und eben aufpassen, dass man nicht Leute vorverurteilt oder stigmatisiert da das oft auch mit großem Leidensdruck verbunden ist und genau das war es eigentlich schon dazu ich hoffe es war nicht konfus aber so ein bisschen wie es eigentlich gewünscht ist sprechendes Denken und spontan beim Hören des Beitrags womit ich jetzt weitermache macht so weiter und ja bis dann Moin lieber Thilo du hast dich erkundigt welche Hafermilch ich genau meinte beim letzten Audiokommentar ja ich dachte irgendwie ich lasse den Produktnamen lieber weg das war natürlich Quatsch da ich nicht von Oatly finanziert werde genau es handelt sich um die Barista Edition von Oatly das ist sehr wichtig weil das ist die einzige die so die Konsistenz von Milch hat also die anderen Hafermilch Produkte sind mir und nicht nur Hafermilch sondern auch Sojamilch etc sind mir für Kaffee irgendwie zu wässrig so also wenn du einen Filterkaffee dir machst und da eben Schuss rein kippst dann ändert sich die Farbe kaum so das ist bei der bei der Barista Edition eben anders und ich finde sie schmeckt auch am besten kostet allerdings 2,70 und also ich glaube so um die 2,70 und ist im Gegensatz zur anderen Oatly auch nicht Bio und auch nicht nur Hafer Wasser Meersalz sondern ich habe so ein paar andere Zusatzstoffe also nichts für Puristen aber sonst könnte ich nicht auf Kuhmilch verzichten deswegen nehme ich das in Kauf also genau viel Spaß beim Ausprobieren also Kaffee und Hafermilch meine persönliche Geschichte ist ich mochte wirklich nie Kaffee dann habe ich angefangen während der Zivi-Zeit Kaffee mit Milch zu trinken da war ich Hausmeister da hat man das dann brauchte man Kaffee morgens und das schmeckte mir dann doch dann habe ich festgestellt ich bin Laktose intolerant und bei meinem Kaffeekonsum mit irgendwie 50-50 Milch Kaffee Gemisch am Tag ging das gar nicht mehr also wechselte ich erst zu Soja und dann zu Hafermilch und grundlegend muss ich sagen dass das einfach ein Gewöhnungsprozess ist man mag das irgendwann ich muss auch sagen dass ich Kaffee mit Milch überhaupt nicht mehr mag ich mag auch den Geruch nicht mehr riecht viel zu sauer und ich glaube wenn man erst mal einige Zeit lang Kaffee mit Hafermilch getrunken hat dann mag man das andere vielleicht gar nicht mehr ist natürlich auch Geschmackssache ja 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 ist gar nicht so wild und ich finde Hafermilch schmeckt viel besser zu Kaffee das unterstützt den Kaffee Geschmack viel besser als Milch warum auch immer und welche jetzt empfehlenswert ist oder so kann ich nicht sagen von dm gibt es eine sehr gute günstige Hafermilch auch bio kann ich nur empfehlen ist aber immer schnell ausverkauft was ich überhaupt gar nicht mag ist Oatly auch wenn die eigentlich die schönste Verpackung haben so hallo 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 Stefan die Josie nochmal zwar habe ich diesmal zwei ganz kurze Themen auf die ich euch anstoßen möchte das eine wäre das Thema Helmpflicht und Verkehrsministerium und zwar hat es mich gewundert dass da nicht viel stärker der Konflikt mit dem Familienministerium im Vordergrund gespielt wurde weil das Familienministerium unterstützt eine Aktion die nennt sich Not Heidi's Girl also die sich gegen Germany's Next Topmodel wendet ist in Zusammenarbeit mit dem Portal Pink's Dings die sich sehr stark gegen Geschlechter Stereotype und für Feminismus einsetzen und die es halt eben nicht cool finden dass vor allem Teenagerinnen im Fernsehen suggeriert wird man muss spindeldür sein und sich strikt an den Wünschen vom Kunden orientieren muss im Jahr beliebt und gebucht zu sein und dann kommt das Verkehrsministerium und der Scheuer daher und macht ihm genau dieses man zeigt spindeldürre viel zu wenig bekleidete junge Frauen und macht halt wieder dieses Sex Sales Argument zeigt dich so wie dieser Kunde haben will dann wirst du auch gebucht ja und das heißt wir haben einerseits Steuergeld was vom Familienministerium gegen Germany's Next Top Model investiert wird und Geld was vom Verkehrsministerium für Germany's Next Top Model investiert wird und das geht halt überhaupt nicht zusammen dieser Gegensatz das zweite Thema ist ein Bericht den ich beim MDR gesehen habe und zwar sollen laut dem nächstes Jahr schon ungefähr 40% der Windkraftanlagen in Sachsen vom Netz gehen weil die Förderungen wegfallen die dann wirtschaftlich unrentabel werden und ja wenn das nur dort oder wahrscheinlich dann auch in anderen Bundesländern passiert dann kriegen wir ein Riesenproblem mit unserem Plan von kommissionellen Energieformen wegzukommen und was jetzt wirklich so kommen sollte wäre das auf jeden Fall ein Thema wo man weiter nachbohren müsste und was man tun kann damit das nicht passiert gut das war es dann auch schon macht weiter mit eurer tollen Arbeit ciao hallo Leute hier ist mal wieder der Martin ich höre gerade Elternabend und musste direkt nach dem Intro mal Pause machen weil ich euch gerne einen Artikel empfehlen will vom Katapult Magazin das war ja auch schon mal Thema hier im Podcast und die haben 2016 schon einen Artikel veröffentlicht zum Thema Windräder und Vögel und da wird verglichen pro Windkraftanlage sterben in Deutschland jährlich fünf Vögel und das wird verglichen mit Stromtrassen also Freileitungen und da sind es wohl etwa 700 Vögel pro Kilometer also das sind schon ziemlich verschobene Relationen das heißt wenn man was für die Vögel tun will dann sollte man vielleicht für Erdkabel sorgen und dann kann man auch ein paar Windräder mehr aufstellen und allen ist geholfen dann bis später das wichtigste habe ich natürlich vergessen der Artikel heißt grün gegen grün und ich schicke auch nochmal den Link mit lieber Thilo lieber Stefan lieber Aufwachen Hörerschaft hier ist wieder Paul ich melde mich diesmal aus Bogota der kolumbianischen Hauptstadt es ist sehr schlechtes Wetter man fühlt sich fast ein bisschen zu Hause das ist überraschend kalt Bogota liegt nämlich ganz schön hoch sind 2600 Meter glaube ich und wenn man hier noch auf den höchsten Berg der Stadt klettert dann ist man auf jeden Fall bei über 3000 das weiß ich noch bin das glaube ich das dritte Mal jetzt schon insgesamt hier in meinem in meinem Leben und stelle mal wieder fest dass ich die Stadt sehr gern mag gerade weil sie mich auch sehr an meine Heimatstadt Berlin erinnert große blühende Kunstszene und Künstlerszene extrem viele Musiker Straßenkünstler ganz viel Street Art die Stadt ist sehr bekannt für seine für seine Graffitis und also ich glaube auch es gibt auch Dinger von oder gab auch auf jeden Fall dann auch mal Sachen von Banksy hier aber wie es ja auch dann gerne in der Szene üblich ist übermacht man dann auch das dann einfach nach ein paar Jahren wenn halt einer sagt so ich habe jetzt hier auch mal eine geile Idee sehr spannend gerade weil auch viele politische Aspekte ja dann auch mal in Street Art behandelt werden und da gibt es auf jeden Fall eine Menge mal zu tun in Kolumbien denn die Politik ist zeigt sich selten von einer vorbildlichen Seite ist sehr anfällig für Korruption wir haben eine Geschichte heute über Natur erfahren die fand ich ziemlich krass dass der Vorgänger von Santos also der jetzt ja auch schon nicht mehr Präsident ist aber der vielleicht noch am ehesten Leuten vertraut sein könnte da er den Friedensvertrag mit den FARC ausgehandelt und durchgezogen hat sein Vorgänger war wieder so ein eher so ein Ultrarechter und der hatte von es gab einen Deal mit den USA es gibt 10 Millionen für Militärausrüstung für Trainings und bla 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 wenn man halt halt versucht wirklich aktiv gegen die gegen die ganzen Guerriers vorzugehen und der Deal war relativ gut für die USA also unser Tourgeld meinte 80% ist direkt wieder zurück in die USA geflossen weil das gesamte Militärzeug natürlich dort gekauft wurde und wahrscheinlich auch Ausbildung dann auch alles kam falls sowas überhaupt dann wirklich auch wirklich durchgezogen wurde denn wofür das viel Geld auch verpulvert wurde war halt eben für Bodycount also pro getöteten Guerrier gibt es 10.000 Dollar was natürlich hier echt ein Vermögen ist und meute der Kater rum und was natürlich dann sehr schnell passiert ist dass Leute angefangen haben andere Menschen als Guerriers zu bezeichnen und es gab ziemlich üble Massaker er meinte die Schätzung gehen so auf 10.000 bis 12.000 tote Zivilisten völlig unschuldige Menschen die einfach als FARG-Mitglieder oder generell als Guerriers inszeniert worden sind und dann erschossen wurden also das erfährt man halt dann wenn man wenn man so eine Streetart-Tour macht das finde ich also kann ich halt immer nur empfehlen sich gerade so mit Subkulturen in solchen Städten zu beschäftigen weil man dort halt dann auch dann mal vielleicht boah der Kater nervt hier weil man dann vielleicht auch mal noch noch mal Sachen erfährt die gerade kulturgeschichtlich vielleicht relevant sind oder auch generell für die ja einfach für die für die Geschichte und für die Gesellschaft von so einem Land was für mich eigentlich immer im Vordergrund steht wenn ich wenn ich mir solche Länder angucke halt irgendwie mitzubekommen oder ein bisschen zu verstehen wie Land und Gesellschaft auch funktionieren ich hatte eine Erfahrung jetzt die letzten drei Tage ne fünf Tage gemacht da war ich hoch in den Bergen Sanjil ein bisschen außerhalb ein bisschen Provinz da war ich in einem Hippie Camp für fünf Tage ich glaube so könnte man es am ehesten beschreiben also eine Gruppe für Menschen die aus der westlichen aus dem westlichen gesellschaftlichen Leben ausgestiegen ist gesagt hat so nee das möchten wir halt nicht für uns leben dort sehr einfach man lebt man schläft in so einfachen Bambushütten man hat so große Gemeinschaftszelte aber ist doch alles sehr also auf jeden Fall alles sehr ein sehr einfaches Leben in der Natur versucht so möglichst möglichst ich sag mal ja schadensfrei zu leben oder unschädlich zu leben wie es irgendwie geht man hat sich man ernährt sich komplett vegan man versucht sein Müll extrem zu reduzieren und auch zu sammeln irgendwie wieder zu verwerten was wieder zu verwerten ist und was halt aber doch dann eben im Vordergrund steht oder was was man auf jeden Fall dann doch irgendwann merkt dass das ganze Ding natürlich auch ein gewisser Kult ein gewisser Kult ist denn was halt vor allem auch dort zelebriert wird ist Ayahuasca und wer davon noch nicht gehört hat Ayahuasca ist letztendlich ein Saft der von indigenen Völkern zusammen gemixt wird aus verschiedenen Amazonas Pflanzen besonders einer Amazonas Wurzel und der halizogene Trips auslöst denn es enthält DMT oder zumindest einige der beigemischten Pflanzen enthalten DMT und die Forschung ist seit ein paar Jahren jetzt auch dran und da gibt es offensichtlich auch also da ist man ganz schön entstaubend da man biochemisch doch zumindest sehr interessante oder zumindest noch nicht sonderlich bekannte Prozesse auch entdeckt hat und Ayahuasca wirkt sehr stark sehr stark halizogenen es wirkt betäubend die nach der Einnahme muss man tatsächlich eigentlich fast als erstes meistens kotzen oder zumindest im Lauf des Trips auf jeden Fall was tatsächlich aber auch auch zum auch zum Ritual gehört es wird als Reinigung empfunden dass man den Körper halt noch einmal komplett komplett grundreinigt und vor allem halt eben vor allem halt eben diese Zeit nutzt um wirklich mal tiefe Sachen halt zu hinterfragen also vielleicht Sachen die man selber Probleme mit denen man sich selber rumschleppt was man machen möchte was man nicht machen möchte und das ganze Leben auch in diesem Camp war sehr auf dieses Ayahuasca ausgerichtet in dem es zum Beispiel halt die Diät dann auch sehr klar vorgeschrieben hat also man nähert sich komplett vegan man versucht also man trinkt nicht man raucht nicht also es wird so Zigarre gepafft glaube ich ab und zu mal so abends aber so Zigarette rauchen das wird das wird komplett abgelehnt also ich als Raucher bin dann immer die so die 10 Minuten aus dem Camp rausgelaufen nochmal auf den nächsten Berg und hab dort geraucht das war dann für alle auch okay das fand ich auch insgesamt an diesem Camp dann auch sehr angenehm denn es war nicht es war nicht dogmatisch durchgezogen also auch Teil der Ayahuasca dass der Ayahuasca Diät ist zum Beispiel dass man komplett auf Salz verzichtet oder generell auf starke auf starke Gewürze auch komplett auf Zucker und das ist also es wird halt dann auch immer ohne Salz gekocht aber wer möchte kann natürlich nachsalzen weil man auch nicht nicht vorschreiben möchte wie man zu leben hat aber das halt eben als sozusagen als Empfehlung Reit geben und der sozusagen der harte Kern dieser Community der lebt dann auch wirklich dort also auch viele die davor also ein paar Amerikaner zum Beispiel die wirklich für sich entschieden haben dass sie das Leben besonders in den USA so überhaupt nicht führen möchten und halt eben auch wissen dass dieser Lebensstil natürlich in der in weiten Teilen der Gesellschaft glaube ich in jedem Land der Welt vermutlich nicht sonderlich akzeptiert wird natürlich erstens generell glaube ich dann auch die Toleranz für sowas eher gegeben weil man ja auch selber dann Nachfahre dieser indigenen Urbevölkerung ist zumindest in gewissen Teilen es gibt da bestimmt auch genug Leute die das komplett konservativ ablehnen aber man kann dort noch eher auf Verständnis halt eben treffen gerade wenn Leute halt sagen wir möchten uns dieser Ayahuasca ja ich würde fast würde es fast sagen Teilreligion nennen also der der Schamanismus dort der ist ich weiß nicht das fand ich auch beim Nachdenken ganz spannend weil sich der sich nicht wirklich irgendwo also ich könnte jetzt halt eben nicht sagen welche Religiosität das ist also ob dort Gott oder Götter tatsächlich im Vordergrund stehen oder nicht eigentlich eher das generelle die generelle Umgebung die uns mit der wir tagtäglich konfrontiert werden also der Schamanismus zum Beispiel sagt halt eben nicht ja da sind irgendwelche Stoffe drin die Einfluss auf die Neurozelt auf die Neurozelt auf die Neurozelt im Hirn haben sondern sagen halt nee das sind die Geister der Pflanzen mit denen wir kommunizieren und mit dem wir uns dann danach beschäftigen was ja in sich eigentlich nur eine sehr schöne bildliche Umschreibung von 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 Chemie ist also ich schätze mal auch alle im Camp wissen natürlich ganz genau dass sie dass das nicht also dass dieser Trip halt eben dadurch bedingt ist dass man dass man halt Substanzen auftimmt die bestimmte Reaktionen im Körper auslösen ich glaube das würde auch dort bestimmt das würde keiner da würde keiner widersprechen aber man zieht den also das Ritual dann eben auch sehr ernst durch oder auch den ganzen Lebensstil dort und man ist halt auch noch eben dass das finde ich das schöne sehr offen für Gäste also jeder ist dort herzlich willkommen ist man also man man zahlt als Gast ein gewisses Wissen Teil aber das ist das ist verschwindend gering dafür dass man dort ja dann komplett halt wohnt und essen bekommt richtig gutes Essen halt vor allem auch bekommt und ja und können halt dadurch ihr Leben halt so leben wie sie es leben möchten und teilen halt finde ich auf einer auf einer sehr angenehmen und halt nicht so dogmatischen und bevormundenden Art und Weise irgendwie ihren Glauben also allein schon dass ich jetzt um diesen also bei euren Audiokommentaren zumindest in dem Podcast zu hören bin ich werde auf jeden Fall auch noch meinen soweit ich zurück bin in Berlin einen längeren Podcast darüber machen sorgt ja auf jeden Fall schon dafür dass diese Idee oder dieses die Art zu leben auch die ja dahinter steht irgendwie unter die Leute kommt und besprochen wird und ja also Ayahuasca ist eine eine sehr interessante Angelegenheit ich empfehle empfehle das auch den Wikipedia Artikel dazu der gut und kurz zusammenfasst was was auch gerade kulturhistorisch halt mit dieser Pflanze passiert sehr interessant zum Beispiel fand ich dass es schon seit längerer Zeit einen großen Tourismus gibt der schon seit den 90ern angefangen hat weil es dann auch Prominente darüber gesprochen haben und sich sehr schnell auch ein also eine wirkliche Industrialisierung Kommerzialisierung dieses Rituals auch eingestellt hat es gibt dann groß es gibt dann reiche Menschen aus den USA die dann hier Schamanen anheuern und dann komischen Heilungszentren dann zusammen zusammenferichen und halt dann Touristen ganz also halt ja ich weiß nicht ganz genau wie es dann dort abläuft aber wahrscheinlich halt sehr sehr zahme auch wahrscheinlich auch in einer komischen Umgebung irgendwelche Trips anbieten und ich bin mir dann auch überhaupt nicht sicher wie hart das also wie konsequent dann auch diese Diät davor durchgezogen werden muss also mir ich habe auch schon auf der Reise in Peru gehört dass es da also dass sich dort vielen Leuten hat wirklich dann die Haare die Haare sich die Haare raufen wenn sie mitbekommen wie dort dieses Ritual betrieben wird also in Cusco hatte ich hatte ich mitbekommen dass es Schamanen also Schaman Shops gibt auch wirklich direkt beim Hauptplatz und da ist dann Schild draußen heute Nacht 22 Uhr Ayahuasca zwei Plätze noch frei auf Englisch und Spanisch und ja das wird halt einfach ganz offiziell dort verkauft ich weiß auch nicht genau wie das wie es dort rechtlich ist in Peru ist es glaube ich in Teilen legalisiert aber halt eigentlich nicht in dieser kommerzialisierten Variante und auch noch Funfact dazu in den USA ist Ayahuasca tatsächlich legalisiert denn es gab vor 2006 oder 2007 eine Entscheidung des Supreme Court die zwar gesagt haben in dem Saft sind echt sehr viele Sachen drin die wir hier sehr sehr klar verboten haben aber die religiöse Freiheit und die religiöse Ausübung steht über diesem Verbot und deswegen ist es als Zeremonie legalisiert das fand ich tatsächlich sehr spannend nichtsdestotrotz ist der Tourismus glaube ich immer noch ganz schön hart also es ist natürlich so ein bisschen versteckter dann aber was ich da gelesen und vor allem was ich auf der Reise gehört habe macht man da echt ganz schön Geld mit und tatsächlich auch hat die Psychotherapie sich auch schon auf Ayahuasca eingeschossen also es gibt auch hier sehr viele Ärzte die Psychotherapeuten mit Schamanen kooperieren und halt bei also gerade so bei posttraumatischen Belastungsstörungen bei so richtig schweren therapieresistenten Depressionen wird es dann auch wird es dann auch empfohlen tatsächlich und soll wohl auch sehr sehr gute sehr gute Wirkung haben oder zumindest es gibt es da ganz positive Berichte Schwierigkeit ist halt eben die Forschungslage denn auch in Deutschland ist es halt komplett verboten und da gibt es auch rechtlich gar keine Diskussion und ja das wird das wird wahrscheinlich sehr teuer nun gut das wie gesagt ist jetzt erstmal die letzte Spannachricht der letzte der letzte Audiokommentar aus Kolumbien für mich denn für mich geht es auch in in zwei Tagen wieder zurück nach Berlin und danach gibt es eine fleißige Auslese in im Respublika Podcast aber da gibt es bestimmt dann nochmal richtige Ankündigungen danke an euch dass ihr das hier weiter verbreitet und bis bald Tschüss Hallo Auffachen Community ich möchte auf ein auf einen Kommentar von Paul aus der Folge 369 zum Thema Ayahuasca und schamanische Techniken etc antworten beziehungsweise anknüpfen und zwar mit dem in der sage ich mal psychedelischen Szene recht bekannten im Jahr 2000 verstorbenen Terence McKenna der sich mit dem mit dem Erlernen von schamanischen Techniken befasst hat und dessen Mittelpunkt eben auch diese Verbindung diese kosmische Verbindung alles allen Lebewesen stattfindet und ebenso die psychedelischen Pflanzen und Pilze spielen also spielen auch eine extrem große Rolle in seinem Denkbild da sie so eine extreme Möglichkeit haben wie er sagt Boundaries zu dissolven also Grenzen aufzulösen sprich im Deutschen wenn man das glaube ich mit Entgrenzung übersetzen also fast schon ähnliche Motive wie der Romantik also diese Verbundenheit zu Natur etc. Entgrenzung von jeglichen sag ich mal Werten Ideologien oder Glauben Glaubensrichtungen also abwerten natürlich gibt es sag ich mal so sollte man sich auch so gewisse universelle Werte einigen schon Menschenrechte natürlich aber grundsätzlich eben diese wie soll ich sagen diese übergeordnete Zusammengehörigkeit und und ja das wollte ich nur sagen dass das eigentlich einer seiner großen Themen ist Boundary Dissolving und also Entgrenzung und dafür Verwachsung Verwachsung mit der Natur Terence McKenna kann ich nur allen ans Herz legen gibt es sehr viele Ausschnitte von Lektüren auf YouTube oder die gehen dann meistens so 10 Minuten mit irgendeinem spezifischen Thema oder so oder auch wenn man sich dann länger mal reinhört dann auch die höheren kalibrigeren Lektüren die dann auch dann so eine Stunde oder so gehen also kann ich nur empfehlen Terence McKenna verbreitet die Botschaft viele Grüße aus China ich bin hier für ein Softwareprojekt in Shenzhou und Shanghai momentan bin ich in Shanghai und wollte euch so ein paar Sachen beteilen die mir aufgefallen sind zum einen ist es in China mittlerweile üblich fast alles mit mit dem Handy zu bezahlen und was mir als Ausländer ganz schön schwierig macht selbst an Getränkeautomaten wird mittlerweile mit WeChat bezahlt aber dann ein Barcode an Getränkeautomaten abgescannt und Zahlungen per WeChat veranlasst das funktioniert allerdings nur mit chinesisch Schirm Bankkonto was es mir relativ für Ausländer relativ schwierig ist zu bezahlen dann habe ich hier auch schon den Farb Train genommen der ja auch im Aufwachen Podcast immer wieder erwähnt wird es gibt in China unterschiedliche Züge die mit Pusha gekennzeichnet sind der A-Train ist der langsamste und der G-Train ist der schnellste der sieht auch teilweise so aus wie unser ICE also ich denke dass das der baugleich sein dürfte die Gemeinsamkeiten zwischen beiden sind schon sehr sehr auffallend es gibt aber da verschiedene Modelle und als ich jetzt von Changzhou nach Shanghai gefahren bin hatte der eine Spitzengeschwindigkeit von 300 kmh und war auch in etwa so eine Strecke wie von Frankfurt und hat auch ungefähr genauso lang gedauert wenn man hier den Flug nimmt dann muss man auch durch eine Sicherheitskontrolle und es gibt Check-in also das wird alles mehr wie ein Flughafen als ein deutscher Bahnhof und im Boden sieht man dann wo genau der Wagen hält also es gibt dann nicht so wie in Deutschland mal eine umgekehrte Wagenreinfolge sondern hält immer genau da wo das Boot eingelassen ist aber im Ende war der Unterschied zu den deutschen Zügen nicht so groß ich denke das hat dann viel mit dem Schienenausbau zu tun dass der so viel schneller ist als in Deutschland da habe ich auch ein bisschen angefangen chinesisch zu werden ich hatte nur so ein Threshold was ich aber sehr interessant finde ist wie die Sprache aufgebaut ist es gibt im chinesischen keine kein Alphabet sondern es gibt ganz viele verschiedene Zeichen die alle unterschiedlich eine eigene Bedeutung haben und darauf werden dann Wörter zusammengebracht wird also was man vielleicht noch in Deutschland kennt ist Nihau das heißt Hallo und Nih ist das bedeutet Du und Hau bedeutet Gut also wenn man sagt Hallo dann sagt man praktisch Du Gut und das ist in ganz vielen Wörtern so dass die praktisch dann auch verschiedenen Bedeutungen zusammengesetzt werden und das dann so ein bisschen gekudseln und man kann sich das eigentlich auch leicht merken das große Problem ist dabei nur dass das halt durch chinesische Symbole symbolisiert wird und die sind sehr sehr schwer zu lernen der Darius euer Hörer lernt auch gerade chinesisch vielleicht kann er da noch ein bisschen mehr dazu sagen und dann gibt es ja auch simplified chinese und traditional chinese mir wurde hier gesagt dass in den 90ern angefangen wurde nur noch simplified chinese hier in den Schulen zu lernen und die jüngeren sprechen deswegen auch nur noch simplified chinese und traditional chinese wird nur noch in Hongkong zum Teil und in Taiwan besprochen und da wird das immer mehr abgelöst was mir auch aufgefallen ist dass alle hier Roller fahren ganz oft ist es so dass wir da auch vorne eine Decke über dem Roller haben in der sie ihre Hände im Lenker verstecken können also da wird dann eine Decke die über dem Lenker liegt und da werden dann die Hände reingesteckt und die Decke über den Schmutz gelegt weil es hier teilweise nachts auch um die 10 Grad warm wird es schon lustig aus mit dem Decken auf den Rollern fahren was was mich hier am meisten belastet ist allerdings der Smog also die ersten drei Tage die ich hier war habe ich den Himmel gar nicht gesehen ist man nur grau und schmeckt auch auf der Zunge dass es überall Smog gibt genau das waren so ein paar Eindrücke von mir vielleicht ich bin jetzt hier insgesamt zwei Wochen sind schon wenn mir noch genug auffällt dann mache ich nochmal einen Kommentar Hallo liebe Aufwachengemeinde Hallo lieber David ich bin gerade noch bei Folge 368 stehen geblieben und habe deinen Hörerkommentar gehört und auch wenn du deine Frage an Thilo und Stefan gerichtet hast möchte ich dir dennoch auf die Frage nach der Verknüpfung von umweltbewusstem konsumieren und neoliberalismus antworten beziehungsweise eine alternative Antwort liefern um erst mal mich einzuordnen ich kritisiere aus der Position der Ideologiekritik à la Slavoj Zizek heraus um zur Kritik zu kommen müssen wir erstmal die Voraussetzungen erkunden sowohl die ökologischen Handelns als auch die des Systems in dem dieses Handeln stattfindet ökologisches Handeln hat ja in den letzten 30 Jahren einen Auftrieb gewonnen als wichtigsten Anstoß für diese Bewegung würde ich neben den Grünen selbst natürlich Francis Fukuyama nennen wollen der nach dem Fall der Sowjetunion das Ende der Geschichte ausrief was er übrigens mittlerweile bereut damit sagt er wohl dass sich der demokratische Kapitalismus als das am wenigsten schlechte System durchringen konnte und Politik nur noch darin bestehe diesen Zustand zu verwalten doch die wiederkehrenden Symptome wie Terrorismus und Krieg Finanzkrisen extremer werdende Ungleichheit Umweltkatastrophen und so weiter verwiesen auf diese auch von Regierungen und Medien verdrängten Elemente des Kapitalismus denn die Krise ist ihm ja innewohnend als postmodernes Subjekt fragt man sich also okay systemrelevante Banken Kriege die nur der Verteidigung dienen und so weiter sind alles sehr große komplexe Themen und jede Meinung zu diesen Themen scheint in mir zu extreme Tendenzen zu gehen kann ich also nichts machen bin ich in der Politik machtlos obwohl die Demokratie mir das Gegenteil sagt das postmoderne Subjekt sieht sich also politisch machtlos und flüchtet ins ökonomische denn die in den Wirtschaftswissenschaften dominante Theorie der Neoklassik schreibt jedem Marktteilnehmer und jeder Marktteilnehmerin eine zentrale Macht zu nämlich die des Konsums der Homo economicus ist zugegebenermaßen keine schöne Vorstellung vom Mensch sein aber die Macht seine Konsumpräferenzen ordnen und umordnen zu können ist nach der Neoklassik im wahrsten Sinne weltbewegend dummerweise ist diese Konsummacht aber auch seine einzige dem politischen wird in der Neoklassik nämlich vollkommen entsagt was uns also die Grünen Liberalen und auch Linksliberalen in den letzten Jahren immer wieder gesagt haben wir könnten die Weltpolitik ändern eine soziale oder ökologische Katastrophe verhindern und so weiter indem wir uns selbst änderten ist so gesehen nichts anderes als die Implementierung neoklassischer Homo economicus Logik ins alltägliche Subjekt demnach entsagen also auch die Grünen dem politischen indem sie politische Handlungsmöglichkeiten auf ökonomische reduzieren hierin zeigt sich der Erfolg der Neoklassik beziehungsweise des Neoliberalismus er hat es geschafft kapitalistisches handeln als nachhaltig zu verkaufen obwohl ewiges Wachstum nie grün sein wird damit geht auch noch ein anderer Gedanke einher es gibt ja mindestens ein objektives Ende des Kapitalismus nämlich das Ende seiner materiellen Grundlage sobald bestimmte Algen dank Kubikilometer großer Todeszonen im Meer aussterben die die absolute Grundlage globaler Ökosysteme darstellen werden Kapitalismus aber natürlich auch alle sonstigen Organisationsformen nicht mehr möglich sein führt also ökologisches Handeln nicht dazu länger andauern kann weil ich ja dazu beitrage dass die materielle Grundlage länger hält verstehe mich nicht falsch ich bin kein Akzerationist ganz im Gegenteil sogar Vegetarier aber hier tun sich Widersprüche auf radikale Ökologie impliziert nun mal antikapitalistische beziehungsweise Postwachstums Gesellschaften hier widerspreche ich übrigens Nico Pech und sollte nicht zum glatteren Funktionieren des zu bekämpfenden Systems beitragen auf länger funktionieren lassen sondern überhaupt einen Lebensraum erhalten will in dem auch Alternativen zum jetzigen System ausgelebt werden können da setze ich aber wieder entgegen dass das voraussetzen würde dass wir uns auch theoretisch damit auseinandersetzen müssten wie eine wirkliche Alternative aussehen könnte denn als zumindest ich also als mein naives 18-jähriges ich sich damals in einer linken antiimperialistischen Organisation engagierte tat ich viele in meinem Umfeld die auf Kritik damit antworteten dass sie ja vegan lebten und demonstrieren ging das reichte den meisten bereits an System und Ideologie Kritik aber für heute darf uns das meiner Meinung nach nicht reichen zu Vielen Dank.